Wie gesagt, bisschen GTA hier zocken, ne? Und viel Spaß anzuschauen. Und die Tsunami ist auch live, wie gesagt, wenn ihr mal drüber schauen wollt. Beinahe, zusammenstöße. Sooo! Kann man das so in meinen Denkungs teilen hier? Glaub ich nicht, ne? Hab ja gar nicht richtig dahin gelesen hier. Tsunami! Wollen wir mal ein bisschen fliegen? Das muss ich jetzt nicht. Was? Du kannst zugang sind. Dein ist ein... Ich dachte, das wird jetzt klopfen. Lieferkabung. Ja, der muss nicht... Der muss ausgeliefert werden. So, Güter, Güter, Güter. Könnt ihr nicht warten, bis die Dorbe? Ich war gerade bei einem Event bei. Jetzt muss ich zusehen, dass sie wieder zu euch kommt. Ja. Tsunami, wenn... Sonst kannst du doch mal weitermachen, auch wenn der Gitter nicht wenn der Mission läuft, ne? Du machst die Mission einfach denn zu Ende? Dann kommst du immer hoch zu uns. Ja. Das ist das Güterverkauf von 100.000 Euro. Äh, 100.000 Dollar. Ja. Der Event hat automatische Stopp, wo die Missionen losgehen. Okay. Ich dachte, ich krieg da nur Kohle drauf. Ja, Gott. Und dann muss einer von den beiden verehrten Herren mich hier mittendrin unterbrechen. Ja. Kann das wohl angehen, ne, Tsunami? Ja, ich hätte das aus Kohle kriegen können. Brauchst du jetzt Taschentücher? So, Christoph hat gleich gehört, wenn wir die wieder drauf haben hier, die Güter. Ja, aber bei diesen Beinah... Äh, ist es sonst los, ja? Jetzt geht das los. Jetzt geht das los. Ja? Ja? Tsunami braucht Taschentücher. Wer bringt ihr welche? Hallo? Weißt du, wie viel Kohle mir da jetzt durch die Lacken geht? Ich hab jetzt getrückt. Also echt, ey. Tsunami. Wie machen wir das jetzt mit Taschentüchern? Und was hatten wir hier haben? Hier war gerade bei der Mission vorbei. Und die stören einfach in der Mission. Und sorgen dafür, dass wir noch niemanden sind, der unterbrochen hat. Das ist doch schön und geil. Was am Klopps? Wie meinte gerade? Warum ist Christoph ja nicht da? Ist er heute an Bautour? Oder wo ist er? Oder wie? Nee, Christoph ist er bei seinem Vater doch. Christoph ist er bei seinem Vater. Ich glaub, irgendwas machen die auch heute. Weil die sich heute grillen wollen oder gegessen gegrillt haben. Irgendwas war das auf jeden Fall. Und ich glaub, morgen ist er wieder bei sich. Ach so. Ja, aber man hätte morgen auch für dich gemacht. So viel können wir. Ja, das müsst ihr beiden wissen, was ihr gerne machen wollt. Was ihr mal abwechselnd reif schwimmen wollt. Heirat! Machst du mit heiraten? Ja, ich heirate beim Bett. Du heiratest beim Bett? Ach so, okay. Ja. Weil deine Mission gestartet hat. Und mich unterbrochen hat. Ja, ich hab dir ein bisschen gestartet. Das ist noch schlimmer. Ja. Das ist noch schlimmer. Noch schlimmer. Jetzt geht das los. Oh nein, jetzt geht das. Hallo, ich trauere, ich trauere das schöne Geld hinterher, was mir durch die Lacken gegangen ist. Zunahme, wir können gleich gucken, wenn Thorsten seine Mission fertig hat. Ob wir ja nach bei der Basis mal schauen, ob das überhaupt noch geht. Weiß nicht. Muss ja auch ein bisschen Kohlen investieren. Aber ich glaub nicht. Ja, ich glaub, das verwendet das. Delvetransfer. Ja, guten Abend. Ich wünsch dir auch. Wir kommen an den Livestream und wir schauen dann zuschauen. Wie geht's dir? Ein Like ist da. Ja, dankeschön. Wir machen grad ein bisschen Mission hier. Mission, 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 ne? Ist immer gut. Money, 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 Money. Money, Money, Money. It's so funny. Die schönen 9000 Mücken oder was ich da hätte kippen können. Also gleich kriegst du mehr. Glaub ich. Glaub ich. Du brauchst glauben. Das weiß ich gar nicht. Was? Ja, ich denk mal, dass es allen so weit hier ganz gut geht. Also mir geht's auch viel Fallen. 100.000 verkauft jetzt gerade. Mein Schatz. Delvetrans-Fahrerin Sarah fragt, wie es uns allen hier geht. Ja, uns geht's gut. Soll ich fahren? Hey, wir nicht! Tsunami geht's gut. Ja. Mir geht's gar nicht gut. Du hast mir mein Geld gekauft. Was ist, was ich mir richtig kippe? Was ist, was ich mir richtig kippe? Oh, nein. Oh, nein. Ich hab mir ein Ding zu lege vor aus dem Fahrzeug nachher Haus. Weiß auch, wo die Autos hier verhalten ist. Ja. Tsunami, du musst so deinen Kelln fragen, ob er den Taschentuch rüberbringt. Hallo? Das geht ja. Was Thorsten mir versaut hat. Das, was ich hätte das nicht mehr kriegen können. Das hätt ich jetzt schon gehabt. Tsunami kommt, damit du, damit du getröstet wärst, können wir ja gerne, äh, gleich bei mir mal gucken, ob wir die Basis oder Nachtclub oder irgendwas machen können, damit du dann zufrieden bist. Oder wir können auch wieder rumballern. Äh, das hört man gern. Gerne. Mir geht's auch gut. Das ist schön. Lässt mich hier nicht raus. Was ist das hier? Das ist echt ne bohnenlose Frecheln. Tsunami, ist alles frutti frutti. Ne? Das nehm ich ihn jetzt krumm. Was? Tutti frutti? Aha. Tsunami. Hast du den Haken schon raushängen? Äh, ja. Der Haken, der hängt. Der Haken ist raus. Äh. Ja, Tsunami. Nicht versuchen, wie du denkst, oder? Nun hast du ihn gedockt. Ja. Den hab ich auch gedockt. Jetzt hängt er dran, da. Äh. Oh. Geht er hin und her, der, 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 der Haken da? Ja. Der Hänger. Tsunami. Was? Tsunami. Jani. Oh ne Welt, 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 oh ne Welt. Jani, morgen mal Livestream um Pischhom zu schauen. Na Jani, wie geht's dir? Ja Jani. Na ihr da, schreibt er auch noch da. Na ihr da. Toll. Na ihr da. Jetzt nicht. Ich bin gerade am Tower. Ach, Tsunami. Mach den Hup Hup. Hubschrauber. Oh ne, Jani schon wieder. Hubschrauber. Und dann schreibt er noch Pini. Ähm. Kann einer, guck euch, die es mal abholen? Ja, mach mir. Morgen, guck mal ein Livestream um die Schrauben zu schauen. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Glaubst du, was hast du bekommen? Ich hab 1200 bekommen, als ich die ausgesprochen hab. Ich weiß ja nicht, ob das schon reicht, dass ich da was ein bisschen kam, meine Basis. Oder müssen gucken. Hm. 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 Was geht? Oh neun, neun. 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 Ich hab immer noch nicht genug. Was geht bei euch? Schreibt Jani. Joa. Nicht viel, ne? Kaja, hier. Moin. Um ein Livestream um für die Schrauben zu schauen. Der Lkw Fahrer. Steven, moin, na. Wie geht's? Alles fit? Bei mir geht's schon immer. ist da dankeschön so frau hallo hallo hört sie jetzt auch ich gleich am hafen schreibt janni schon wieder so ja kkc spiel auch zu sprechen aber ich habe es geschafft sechs zuschauer bekommen auf meine live-filme und gesprungen zu schauen du gehst du sonst nicht weiß ich aber es ja nie wieder geschrieben hat er ist gleich am hafen was wir da machen in der runde schwimmen so frau hallo melden sie sich mal da ja herr herr so ich lese das gleich vor und ab geht's blocker springen ich will ins wasser springen weil da kommen ein kon was cover band deswegen aha okay so hast habt ihr bekommen wir schicken und ich habe mich angemeldet klappst du auch oder ich muss schicken youtube gaming wollen wir kommen live zu schauen wie gesagt die tsunami die mir steht die ist auch noch live ja ja habe ich das hier ist auch wie ich ne klamotten an an alle bestellt eure abendessen bei natalie ist klar schreibt janni wieder hallo ich hatte kein abendessen ja ja das wirst du ja war das wirst du ja war hier hallo ich habe auf alle stehen normalerweise muss eigentlich so drücken war ich glaube ich hast du auch eine anlage bekommen oder hast du noch mal neu schicken sonst wer kann du auch oder ich ja mal einladen lecker bratwurst selbst gemacht für einen euro schreibt was für eine für zehn euro hier für zehn euro meint das so der jahr nie wieder hat die markierung ist da ne klopft ja ich muss ja warten wir haben da reingestiegen ja 10 euro ich mach bestimmt keine bratwurst hier was er mag ja der meint wir kriegen wir uns hier bratwurst hat er geschrieben bei mir kann man hinkommen ja er hat geschrieben an alle bestellt eure abendessen bei der djp und dann schreibt der lecker bratwurst selbst gemacht für zehn euro aber für ein euro wie auch immer ja wir müssen bei johannes bestellen sorry ja wohl gerade sagen so janni wieder lügen darf man nicht sagen ja jetzt auch habe ich gesehen irgendwie aber das video ist ja nicht mehr verfügbar ich hab ja gerne geguckt hallo da ist doch mal die tür dritte lass mich ja schon lange aber ich bin das nicht gewesen der live war okay wer denn ja nie aber sag mal wie du heißt bitte dann können wir mal gucken du musst mal eine fahr schicken also ja so ab hier rein guck mal sieht das ist mal richtig in rot so meine neue basis hier na ihr seht schön in rot das war maxi sein freund ok wie kann ich nicht angreifen aber auch deine place oder nicht janni du musst auch hier links einstellen auf was spiele keine playstation spielte nicht mehr herr fühlst du nicht mehr warum nicht fokussiert man hier empfang machen da muss ich ja was umstellen wie maxi hat auch eine ps und ich auch ja ich meine deine janni deine mit dein psn-namen das meine ich muss man wieder ja warte bin doch auch noch im gräder und gucken hier im inventar doch mal nun angreifer keine ahnung alle du musst auch alle stellen hatte ich ja aber ich habe trotzdem die gar nicht getroffen die vorbereitung kostet für das situationen wir laufen sich auf 50.000 möchte zu fortfahren machen wir mal ja ja geht und jetzt habe ich das gemacht oder was erste schritte tropäer halten dann muss jetzt noch mal was machen schreibe ich eventuell mal später oder so mal sehen mach mal bitte janni so wo sind die anderen beiden alle hochfliegen lassen drinne ich muss ja hier mal gucken gerade so bin erstmal wieder weg ja gut janni danke fürs ein und zuschalten und dann bis zum nächsten mal so wie kann ich denn jetzt hier machen jetzt um eine vorbereitung freizuschalten musst du die nötigen ausrüstung im freien modus beschaffen welchen denn es gibt drei wege ausrüstung zu beschaffen indem du ausrüstungsmission im freien modus abschließen indem du sie in einer geringrischen schließe also schließe alle vorbereitungsmission ab um zu raubbefall finale zu gelangen okay auf jeden Fall jetzt irgendwas hier machen kann ich jetzt ja ich muss leider ein bisschen gucken ich habe noch nicht gehabt so was ja ich habe noch keine basis ja ich weiß gar nicht ich habe mir richtig angeklickt weil die loodet das eier noch geht euch weiter liebe zuschauer es loodet noch habt ihr da ein fahrzeug zuhause ich bin noch ein laderbildscher mit ich bin leider auch noch ein laderbildscher mit ich bin leider auch noch ein laderbildscher mit aber wir fängten nämlich gerade ausrüstung holen kannst das schon vorfahren ausrüstungsmission ja popo, hopp vor krankenwagen krankenwagen ach krankenwagen holen ja die mission habe ich schon mal gemacht ja ich auch gar nicht Tsunami für mich ist das wie gesagt das erste mal eigentlich generell eine Basis und sowas zu haben deswegen ich meine aber jetzt ein bisschen dauert bis ich das da raus gewählt habe ich kann mich damit gut fahren wir zusammen oder ja ich versuche gerade hier ein Auto zu klauen beglebt sich zum zentral klinikum von los santos ok ich muss noch keine rede machen Tsunami wenn du meinst das schon mal gemacht da müssen wir Tsunami behandeln Klappe da muss ich Tsunami auf dem tisch legen und dann müssen wir sie nein nein ich kann sie nicht irgendwo einbuddeln das nehme ich jetzt als beleidigungen so Tsunami jetzt möchte ich mir bevor ich gerne mal hat doch gerade Tsunami gesagt sie legt sich auf den tisch und wird doch dann an sie rum ja und ich behandle dich auch gleich ach ne mein Schatz ich möchte aber von Tsunami hören sie sagt sie kennt die bisschen also sie möchte von ihr hören was man machen muss warum du es weißt da ja ihr holt einen Sanitätswagen dann fahrt sie zu einem bestimmten Gebäude hin dann müssen zwei Sanitäter rein Leichen untersuchen und bei einer bestimmten Leichen müsste das was sie ist mitnehmen und der müsste wieder raus gut so Kasa Yi wie lange streamst du noch das weiß ich nicht hab ja gerade erst angefangen wie gesagt weiß ich nicht kann ich gleich sagen wie lange ich treme solange ich treme treme ich solange wir los haben so dann das reicht noch wie gesagt ich hab jetzt gerade erst angefangen vor paar Minuten und äh auf jeden Fall geht das stream noch kann bis 20 sein kann bis 21 sein kann es mit 10 sein bis 11 sein kann auch weniger sein wie gesagt wenn du den Glock da aktiviert hast und Abo da gelassen hast wieder kriegst du auch Bescheid wann ich wieder leistens bin oder so alles man hat eben gerade sowieso jetzt vielleicht schon was aufgeladen also uns ist sowieso ja also und willst du morgen machen oder was Daniel Rocket League willst du morgen Rocket League oder was oder mach mal zu denn aber mir ist wurscht ja dann kann man dann ja auch gleich wieder mitmachen morgen äh äh dieser KKC oh schwierig auszusprechen ne ich kann später mitmachen bekomme später PS Plus ok aber ich glaube wir sind schon hier ähm cool beim bisschen wir sind ja hier schon voll ne oder ich weiß nicht wie viele da mitmachen können in dieser ja 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 schade ja Walli und du kannst auch gerne nachher probieren rein zu kommen aber ich weiß nicht empfehle jetzt hier in so einer Mission hier ähm ja gehen weißt du ob das nur 4 Leute gehen ob da 5, 6, 7, 8 Leute gehen oder 10 du musst du probieren nachher rein zu kommen und ähm einfach uns allen einfach uns allen witzig an den okesten F.A. schicken und dann müssen wir gucken ob du rein kommen kannst sonst müssen wir da hinten jetzt hin oder müssen wir erst den Krankenwagen schreiben nein nein begib dich zum Zentralklinikum von Los Santos wir haben gerade gerade sowas wir haben gerade eben Klappe Steht das bei dir auch Klopste oder was was steht das bei dir ja ja es steht begib dich zum Zentralklinikum von Los Santos ja genau Du bist so zu nah mal Oh Mann du bist echt Klappe Oh Mann ich stehe wie ein Krankenwagen Klopste ist schon da ja Klopste ist uns wieder schneller Wir haben kein Clown gerade, aber wir spielen einfach ein minimales Clown. Klapp jetzt! Schon wieder Diplom in das hier. Ja, hab ich auch. So, Abmarsch. Wir müssen das verstehen. Das war noch ein Clown, oder was? Ich weiß nicht. Ja. So. Hilf, diesen kranken Waden zur Basis zu bringen. Dann haben wir. Oh, Gott. Wir gehen gut in der Gaffe. Ich bin klar, wie die Blöden. Da ist Clown. Was haben denn denn die Blöden losgeworden? Hab ich! Hast du angerufen? Mhm. 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 Hast du keinen Bock, die Zeit um die Stadt zu burken und irgendwo zu verstecken? Ja. Gut. Die können wir auch los. Mhm. Ich meinte, dass einer den, äh, dass alle zwei den, 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 äh, Venture fliegen müssen und zwei müssen die Sanitäter benutzen. Das ist bei einer anderen Mission. Ja? Da wo man die Leichen untersuchen muss und der andere ist mit dem Hubschrauber irgendwo unterwegs. Ja, genau. Und das soll dann, ja. Ja. Wir müssen jetzt eh erst mal den Krankenwagen besorgen und dann kommt wieder ein bisschen eine Warnruhe und dann kommt, glaube ich, das mit dem Krankenwagen. I'll be keeping my eye on you. Goodbye. Weißt du, man kriegt dann genug Geld, du, davon? Ja, wenn du die, die Hauptwissung dann machst, ja. So. So. Jetzt guckst du rein durch. Vier Zuschauer willkommen. Was ist denn bei Tsunami hier? Tsunami, geh ich auch mal hier rein. Aha. Tsunami. Oho. Ich bin jetzt ihr Haar Palinchen? Ja. Oh, Na 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 Nee. Hier. Guck mal. Lass dich. Ttu 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 ttu. Na, Tsunami, bist jetzt Krankenschwester geworden? Ne, Leichen bin ja Sanitöter. Tsunami und Sanitäter, Sonder. Jetzt geht's los. Nein, Sanitöter. Sanitäter, Sanitöter, Sanitöter, Sanilüter, Sanilüter. Da könnt ihr mal sehen, wie Tsunami vorne fährt, wie in den Rettungswagen. Warum klopft sie hier vorne? Ich glaube, das ist gleich dran bei ihr. Achtung Tsunami, da kommt jemand zu dir. Oh, der Krankenwagen hüpft. Was ist das denn? Was ist das denn? Hast du gesehen? Der Krankenwagen hüpft. Das gibt's manchmal Momente, der Spack geht ja auch so an. Ist nicht lustig, kommt ein Klopf an. Das ist für ein Klopf anzurücken, ja. Bitte, bitte. Das war richtig krass lustig aus der Krankenwagen und dann klopft sie. Hallo, Schatzki. Hallo, Klopfti. Ja, hallo. Ja, hallo. Wie können die Dach dann rutschen? Ja. Ja, da ist jemand drinne, hm? Das macht ihr doch. Das ist… Tsunami soll's den Krankenwagenhallen nach Hause bringen. Nein, doch! Ich hab nur einen Sonntagsfahrer aus dem Weg geräumt! Wir fahren ja so dicht aneinander, da geht es nicht mehr. Wie los ja auch, ne? So ein kleines Auto gegen so ein Entzöllschen so. Entzöllschen. Schatz, sollst du den auch noch mal? Weiß ich nicht. Den Entzöllschen? Wenn ich jetzt mit der andere Schatz da zusammenkriege, dann mach ich jetzt mal Feierabend so. Okay. Man kämpft weiter, Entzöllschen. Was macht ihr hier jetzt? Weiß ich nicht, was... Thorsten fährt nicht ich. Ab ins Wasser! Ja. Wir haben schon einen Angelegen. Oh. Das war Krippin-Bahn, da war Bok. Das war Krippin. Ich weiß nicht, ob sie ihn in der Hochzeit kriegt, aber vielleicht schon, oder? Ja! Ach, Bianca, kriegst du den Wagen schön hoch? Hallo! Brauchst Hilfe, Tsunami? Hä? Ach du Hilfe brauchst, fahr ich. Nö. Wollt nur vor dem Sonntagsfahrer flüchten. Ach so. Nimmst du schon das Schild da hinten mit? Wie viel? 5000 haben sie bekommen. So wenig, oder? Das ist nur nix. Das ist nur die Aufrüstungsmission. Direkt die Mission wird, kriegst du mehr. Okay, Rang erhöht, okay. Was hast du auch seinen Rang erhöht? Äh, ne. Krass. Wollen wir mal vielleicht noch eine machen kann? Ist lustig, ne? Wie ein Fahrstuhl, ey. Schönen. Es gibt drei Wege Ausrüstung geschaffen, indem wir aussehen. Immer eben schnell die Konkurrenz brauchen. Okay. Wenn ich weiß, wo sie sich denn mal befindet hier. Äh, Armin Kuhl 1624. Morgen, guck mal. Live-Jumpf lassen zu schauen. Wie geht's hier? Wo befinden sich die Scheiße? Da ist es dann runter und dann können wir das da machen. Okay, dieses, äh, Deluxe ist das jetzt, ne? Ja. Ja, ich muss immer erst gucken, was ist... Ah, es geht immer nur so runter, Stück für Stück, ne? Ich hab mir gedacht, man muss aber von da, von links nach rechts rüber, oder so. Oh, wenn man das nicht kennt. Dann muss man doch her, muss ruhig vor. Ah, da ist noch müde. Now taking out his security team? Well, he's making that sacrifice for the greater good. Technically his security goons are making the sacrifice, but, you know, anywho, they're bad people, so. These cars are Deluxos, and there's four of them. Goldring doors, solid steel body panels, Hey, ich will die, ich will die Konkurrenzfrags machen. Oh. Hallo? Hallo? Entschuldigung! Was darfst du eigentlich nicht stehen? Ist Mario was mit dir? Ja, was? Ja, komm. Ja, komm. Oh. Oh, jetzt wird mir die Konkurrenzfrag gar nicht mehr angezeigt. Oh. Oh. Schon wieder Geld durch die Latte gegangen. Ach, warte. Vielleicht kriegst du hier Geld. Schon das zweite Mal, als mir das Geld durch die Latte gegangen ist. So, ich lese gleich. Kann ich euch helfen, falls ihr Hilfe braucht? Schreibt armincool1624. Ähm. Zu Zeit nicht, danke dir. Umzeit nicht, aber Dankeschön. So. Katis, könnt ihr jetzt mal aufhören hier? Oh, Kilometer. Ja. Ja, komm ich auch schaffen mit der Hand die zu fahren. Dann müssen wir jetzt die verankehrenden Sachen scannen, Schatz, oder wie? Wie gibt die zu North Rockford Drive? Ja, da stehen die ja, da stehen ja die Deluxe Road. Genau. Und wir müssen die zur Basis bringen. Ach ja, stimmt ja, die schwingen im Auto. Oh, Linchen. Schluss jetzt. Also, dann müssen wir auf jeden Fall auch wieder Schießereien machen, glaube ich. Oh ja. Ja, ohne Ding geht's gerade. Die Katzen können sich hier echt nicht benennen, ne? Paulinchen, hör auf rein zu beißen. Was an? Los jetzt. Ja, bei Tridi. Ja. Du weißt, bei Tridi immer rein, ey. Ich glaube es hakt. Ja, die haben dich gern. Ja, ja, das wüsste ich aber. Das war die Geschwister. Das war keine Geschwisterliebe, sowas. Wollte ich nicht haben? Doch. Reinbeißen? Doch. Habeißt du auch eher wohl immer rein? Ja. Ich weiß über meine Schwester auch immer rein. Ih, begeistert wohl auch reinbeißen. Oh, jetzt geht das. Tsunami. Ist doch nur ne Wahl. Wir wollen ja nicht wissen, wo du reinbeißen tust, ne? Wenn da, wenn da kein Kauchomi drin ist, ne? Wenn da, wenn da kein Kauchomi drin ist, ne? Ey, ich geht es nicht so gut, dass ich da nicht reinbeiße, ja? Jetzt geht's los. War da auch ein Kauchomi drin? Dafür bist du ja zu fein für. Mhm... Bitte? G máximo. Oh ne... Das ist anstrengend, was Armin hat. Das war ich, das ist ja schon klar, ne? Dass ich fahr. Haha, schreibt Armin, ok? Wieso? Ja, mach weiter. Das ist anstrengend, was Armin hat, ne? Kann ich jemand anders fahren? Nein. Ja. Oh Mann. Rechts. Hallo. Hallo, ja. Ähm, Nanani? Ja. Links. Wie ist das ja schon klar? Low health. Ja. Nicht so viel von Tsunami ankommen. Ich kann nicht so viel. Das ist anstrengend. Ey, der hat den geilen Vorbilder sind. Lass nicht. Oh Mann. Weg doch. Oh, hast du den gehört? Oh Mann. Der hat geschrien. Immer schön ruhig, weiter freuen. Na, Nanani. Wie kannst du den auch beim Nudeln stören, ne? Hallo. Du schuldmier nötig. back up. Wir haben einen Knoten drauf, bei mir kommt nicht mehr. Du musst wissen. Dann will ich den auch nicht mehr. Tief durchatmen, okay? Ja, alles okay, Armin. Dann will ich ihn auch nicht mehr haben. Bei mir ist das schon normal. Ein Lachflash. Das kennen schon viele Zuschauer. Halt! Halt! Wir bleiben jetzt einfach hier stehen. Hoppala. Kannst du mich auch mal runterlassen, du Arschloch. Runterlassen? Ja, eine TV-Outdoor, nicht gerade. Genau, wo die mich schon runtergelassen. Oh, ne. Hast du schon mal gehabt, mein Schatz? Die Missione auch noch nicht. Doch, doch. Ich glaube, meine Bar ist auch schon fast fertig. So. Oh, ne. Komm nicht hier rein. warte bis bubse klopft die gerade geöffnet hat ok? ja, ist gerade in arbeit hier brüllt noch einer rum, die da achtet achso, das muss auch noch so, mal gucken, was der jetzt uns hier erwartet die müssen alle mitgenommen werden oder was? ja, stehle den deluxe welchen musst du jetzt stehlen? alle ach, alle eben in den grünen ok ja, eben in den grünen oha jetzt geht's los wir treten da so schnackmäßig weißen da so schnackmäßig aufgerufen mit den klängen kann man nicht sehen genau, vor allem von mir muss jetzt den bus lang fahren ja, bei mir auch klar wir netten da einen baum mit echt? was war sonst? ansteckend, machst du ja auch immer warum hab ich überhaupt gefragt? ah, jetzt muss man schon die karre umlacken, ne? ja aha aha naja, mit so einer schwulen Farbe, die ich mein Auto habe, würde ich auch nicht rumfahren oh man, äh, ich müsse auch mal bisschen Geld fahren, für den Casino DLC, ok egal welche Farbe jetzt einfach, oder wie? ja ja ok ja markierung oh, ich hab meinen in Gold Bombenrot Gold, Gold, Gold aber das, ja hier machen wir Creme Weiß, das sieht doch gut aus so, jetzt habe ich das hm hm wie alt hast du dance gemacht, Tsunami? pink da irgendwo hochgescrollt und draufgeklebt, du fähig ja wo bin ich? geh'n aber gut ab, die Dinger, du du fährst so schnell nope weil ich, weil ich dich gar nicht einholt das geht nicht ab auf die Autobahn hm ja ab auf die Autobahn weißt du Nami? ab auf die Autobahn hm ab auf die Autobahn naja nach können wir die andere Mission auch dann machen, ne? ja wenn ich mein Auto abgeliefert, dann bin ich hier mit dem S.N. Ja. Dann bin ich hier drinnen. Also bin ich hier drinnen. Das ist ja gut. Wieso Armin, meinst du, dass das Casino DLC kommt jetzt raus, oder wie? Die sagten ja eh mal mit dem, sag mal, irgendwie geben, sag mal, war das DLC. Was ich grad geschrieben hab. Äh, geschrieben, warte. Am 11. oder am 18. Juli. Okay. Ah. Ah, da bin ich mal gespannt, wie das sein soll. Oder wie es ist. Der hat da geschrieben, dass er auch ein bisschen Geld fahren muss für dieses Casino DLC eben halt. Da hab ich ihn gefragt. Ja. Ah, da sind schon alle da, ne? Also ich. Ich hab noch einen Kilometer hab ich noch. Ich denke, mehr am 18. Weil es immer noch kein, warte, Trailer zu dem Casino DLC gibt, okay. Weil ich weiß gar nicht, wann das rauskommt. Deswegen hab ich morgen gefragt. Vielleicht ja Glück. Vielleicht ist er, vielleicht ist es ein bisschen später. Ja. 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 Das ist ein Tsunami. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, der Preis ist heiß. Wer weiß, wer weiß, Tsunami ist heiß. Hä, Daniel. Äh, Daniel. Er ist ne Heizung auf zwei Beinen. Wieso, glüht das schon oder was? Nein, aber jedes Mal, wenn ich mich an den Kuscheln will, glüht da wie ne Heizung. Achso. Soll ich mir so auch machen. Darum brauch ich ja gar keine Decke mehr. Ich hab ne Heizung auf zwei Beinen. Ja, guck mal. Siehst du, du hast ne Heizung für umsonst. So. Ich bin auch schon mal. So. Ich bin jetzt eben schnell was essen. Ja. Ich bin dann gleich wieder da. Ja. Alles noch. Bin gleich da. Wir hatten seinen MK2 da am Mittenweg gepackt. Ich nicht, ich hab gar keinen MK2. weil ich da hab. Ich hab auch keinen, also wie gesagt. Oh. Da-dum. Ich bin grad gegen einen MK2 gegen gefahren, der sich da mit im Weg gestellt hat. Ich weiß noch nicht, wie das denn gehört. Also mir finde ich, hab sowieso noch so'n Ding gar nicht. Ich hab da einen leisesten Verdacht und der ist gerade vor mir nach oben gefahren. Nicht wahr, Herr. Und du? Nein, kann nicht sein. Das hat er auch bekommen jetzt. Das riecht eindeutig, der riecht eindeutig nach dir. So, dann raps wir den nächsten bisschen ummachen. Ja, mach ich gleich. wer habe ich bis zum level höhere kommen also würde jetzt sogar gern mitmachen schreibt armin ich will kurz was war meinem club das muss ich ihm auch geklaut weil sich in diesem gott verlangen kabuff mal was finde hier aber stehen auch so wird jetzt gerne mitmachen ja ich weiß nicht viel jetzt hier so mitmachen können weil sie noch mission kommt die noch okay ich habe ich gerade gesehen also war so wohl auch mission ich bin auch leider mäßig tinkse was steht bei dir Äh, begib dich, ah, kein Kamelein, begib dich irgendwie zu denken, äh, Armin, Abo und Like ist da. Ja, dankeschön, Armin. Danke für den Like und für ein Abo. Was war denn hier los, mein Schatz? Begib dich nach Fortz-Zummit-Klobe. Ja, hab ich auch. Ja, hab ich mir auch, ja. So, mein Schatz. Was ist denn heute bei mir los? So viele sind hier. Ich nicht, bei mir ist Ruhe. Echt? Ja, bei mir schreibt sie so gut wie Kaio. Wow. Hm? Ja, es kommt auch noch bei dir. Das kommt noch alles. So, mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Wenn die jetzt fertig ist, mein Schatz, kommt danach eine neue Mission oder wie ist das denn? Ja. Okay, und nach der Abschluss-Mission? Dann kriegen wir auch nicht Geld. Dann kriegen wir auch nicht Geld, okay. Dann gibt's dann weitere Missionen wieder. Also, die Basis kann man unendlich Missionen machen, so. Nee. So. Oh, oh, Spackmann. Tsunami. Hä? Ja? Rotes Gummiboot. Ja, so einen Zöllschen hole ich mir auch bald. Wenn ich nur eine Sprung dafür hab. Oh, was ich mir jetzt hier denn machen wollte? Oh, da auch noch was. Oh, da auch noch was. Da fett zum Namen hier. Okay. Was müssen wir jetzt hier machen nochmal? Äh, Brick, was betritt den? Hä? Ja. Ja. Oha. Hol. Warte ich jetzt. Was? Hol lieber instruge pick. Okay. Was ist das schon? Oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Der, ähm, Armin hat da was geschrieben. Hol lieber instru-Bit-Pick-Pick-Pick-Pick-Pick-Pick. War ins Obergeschoss. Oh man. Ganz oben war es jetzt richtig, ne? Ist das ganz oben? Ne, ne? Doch, doch, doch. Das glaub ich ganz oben. Leider musst du auch gleich abschießen, doch ich pass auf. Er macht das damit gleich auch. Hohoho. Ja. Dann wollen wir auch mit dem Fahrstuhl wohl auch fahren. Boah, Schatz, ey. Hä? Ich glaub mit dem Fahrstuhl war besser noch, oder? Ja, wäre besser gewesen. Ja, aber ein bisschen Sport hier. He he he. Warte, ob wir sind doch schon da? Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht da. Ich hatte den Fahrstuhl genommen. Warte. Ja, wir sind noch raus. Jetzt fachst du das oder was? Uh oh. Jetzt blöd geballert. Jetzt wucht geballert. Scheiße, 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 scheiße. Oh man. Scheiße. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, sterb. Sterb. Man kann auch einen Aufzug, ja, ich weiß, benutzen. Was? Ja, wir haben ein bisschen Sport gemacht, wie gesagt, Armin. Der schnellste Weg nach unten. Spiel die Apola. Was ist das denn nochmal? Der Heli. Dann willst du mich eine, äh, nach dir machen? Ja, Armin kannst du schnell machen. Aber Armin macht schon. Ja. Mh. Mh. Das ist ja auch schon Alvin. Der Ausdruck ist links, ja, ich weiß, Armin, aber das ist auch nicht einfach so, ne? Oha, 10, Oha, Klemme da. Nein, kein LOL. Ach ja, erst mal was trinken, ne? Tsunami. 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 Wie gesagt, Armin, die Tsunami ist auch live. Dabei bräuchte ich jetzt einen Link, wenn er mich den irgendwie reinschicken könnte. Auf jeden Fall heißt sie, Nami Cullen. Oder ja, so ausgesprochen. Nein, Cullen. Da ist ne Katze! Wie ne Katze? Nein, in den Kommentaren! Da ist ne Katze! Miau! Da ist ne Katze, Katze, Katze! Miau! Was ist da witzig? Wieso, was ist da witzig? Ja, dass wir da ein bisschen Tsunami erraren. Tsunami hier. Oh, das ist das. Oh, das macht ein Bild. Die Karte hat mir aufgeschafft, das ist es mir nicht refreshing. Ah, das ist mir nicht richtig conscient. Oh, das ist mir wichtig. Ja, wenn du bei ihm mal reinschauen willst, musst du nur eingeben bei Youtube, Nami Kallen. Wie ist das ausgesprochen bei dir, Nami? Ja. Ich verstehe, ihr redet nur die Welt. Hä? Nein. What? Er hat nur gesch... er weiß nicht. Armin hat geschrieben, ihr... ich verstehe, ihr redet nur die Welt. Keine Ahnung. Aha. Also für Rätselsprachen bin ich echt nicht dafür geidet jetzt. Ne, du bist auf Tsunami. So richtig. Das sagt schon alles. Ja, du bist Tsunami. Ich bin die Nanani. Na? Ich fliege nur mit einem Einhorn, der sogar... okay? Posten kann, okay? Ja, wir erinnern uns hier gegenseitig, Armin. Wir müssen lachen hier. Hier ist immer lustig. Toti, kann es sein, dass wir den Hupen so unbaut wie ich nicht passt? Ja. Er mag das gerne hupen. Besonders an deiner. Wie ist lustig, dass das kommt. Sechs Zuschauer, willkommen an unsere Livestream und viel Spaß anzuschauen. Und ihr könnt gerne was im Chat reinschreiben. Hashtag, wenn er aktiv hier ist, ne? Und wenn ihr mal zu der Tsunami rüber gehen wollt, ja, könnt ihr mal auch rüber schauen. Da müssen wir den Link einfügen, ne? Weißt du, was das bekloppte am Pringet ist, Nanani? Was denn? Die Dosis muss schnell leer. Äh, außer unserem PSN habe ich hier nicht drin, ne, Armin. Ich habe nur, ähm... Aber es geht hier auch nicht. Ich habe jetzt nur bei PC habe ich das alles drin, ne? Mit Lenkrad, Alter und alles. Aber das habe ich nicht jetzt drin, in meinem PSN-Namen. Nein, nein, nee, du bist verwerf. Warum? Weil du gesagt hast, du hast alles drinne. Oh, nee. Ah, Tsunami wieder hier. Alter, du wirst echt nicht, dass das alles in dir reinpasst. Ja, kannst mal sehen. Pass alles. Irgendwie fahr ich am Ende in so einem Schrott zusammen. Wer ist denn hier wieder ausgestiegen, hier? Immer der, der Fracht. Ja. Ein Glückwunsch im Hopf. Oh, toll. Bianca ist gestehrt. Stehst du jetzt, oder was? Oder der Muslime? Bianca ist gestehrt. Schüttel die Cops ab. Wir schütteln sie ab. Schüttel, schüttel, schüttel. Oha. Das ist mal was, ne? Der Wartner Klop sie gerade zu essen macht, ne? Ein dickes Steak. Ja. Ich mach ja irgendwas mit Puffy rastig, ne? Ja. Ich hab mir jedenfalls Puffy's Wagen unter den Haken gesessen, damit er nicht irritiert ist. Oder die Nadel. Ja, da hast du aber viel Platz, ne? Ey, du sollst ja an mehrere Hupen hupen, ne? Am Auto und an echte Hupen, wa? Sonami. Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Die Tsunami ist da. Bla, bla, bla. Der Tsunami? Der Tsunami ist da. Da, 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 da. Genau, wie wir das auch. Wer sich umdreht und lacht, hat den Buckel. Wat für'n Ding? Buckel. Sieben Zuschauer willkommen, die hat auch außerhalb gestellt. Wie der Tsunami auch Buckel, wenn sie sauer ist. Buckel? Sieht aus wie ne Katze, oder was? Ne. Der Notre Dame. Der Buckelmann. Das heißt der Glöckner von Notre Dame, du. Ja, das heißt Tsunami, Notre Dame. Kann man überhaupt mitmachen, fragt Armin. Heimba herein, hereinspaziert, du. Kann man schon, aber ich weiß nicht, ob wir viel bei der Mission mitmachen können. Nee, Tsunami, wir wollen dich damit beihaben. Ich bin extra live gegangen, auch wegen dir. Mitspielen, meinte ich. Ja, das wissen wir, Armin. Aber du kannst versuchen gerne reinzukommen. Aber wir wissen nicht, wie viele in dieser Mission mitmachen können. Wir sind schon vier Leute. Und ich weiß nicht, ob das nur mit vier Leuten geht, ob das mit fünf Leuten geht, oder etc. Du meinst jetzt hier Tsunami. Ich weiß nicht, ob das nur mit vier Leuten geht, ob das mit fünf Leuten geht, oder etc. Tsunami, du bleibst jetzt hier. Ich habe extra wegen dir den Schirm auch angeschmissen, ne. Also komm. Angeschmissen? Ja. Ja. Mit der Kurbel. Hallo, das wird doch teuer. Später, schreibt er. Naja, wie gesagt, ich werde jetzt, äh, später irgendwann, ne. Ich werde noch ein bisschen jetzt machen. Jetzt mache ich noch was, Armin, aber später irgendwann nicht mehr. Weil ich nicht so lange, äh, zocken kann. Hm. Ich kann nur rocken. Ich werde meine Füßen spielen, oder wie. So, wir mal gucken hier in die nächste Mission. Du kannst jetzt gerne versuchen mit einzutreten, und versuchen, ob du spielen kannst. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute hier mitspielen können bei dieser Mission. Erstmal ne, äh, FA schicken, ne. Ja, oder erstmal, genau, erstmal schickst uns alle ne FA. Sagst du dir jetzt, wie du heißt. Ich nehm nur Leute an, die ich kenne. So. Out. Basta. Ja. Ja, aber Tsunami, was soll man machen, bei dir, bei dir, welche schreiben? Das wirst du erleben, als YouTuberin. Ja. Ja. Tsunami, wie heißt du auf der PS, äh, Tsunami, wie heißt du da? Das spielst du nur mit. Äh, leck mich, könnt mich mal, äh, auf Wiedersehen. Tsunami, aus. Sitzplatz. Oh Mann. So, gleich mal gucken. Jetzt ist ja hier schon alles erledigt, oder was? Oh Mann ey, wir wissen doch alle, dass du ein Kerl bist. Dann jetzt? Jetzt ist alles erledigt und jetzt? Nein, ist nicht alles erledigt. Wir sagen rüber. Kürzlich ganz nach oben, einen rüber. Also die meinst, warte. Töten, äh, Töter Kurier, oder wie der sagt. Das habe ich jetzt ja, Töter, genau, habe ich jetzt ja. Ja. Gut. Lachen. Ich habe jetzt schon angefangen. Es loutet, es lo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Oh, was ist mit Klopps? Oh, was ist mit Klopps? Ich war mit auf der Autobahn. Tritt bei. Jetzt machen wir Kloppsi. Na gut. Einladung bestätigen. Jetzt trotzdem einfach auf Spielen gehen, ja ne? Ja. vorbereitung toter kurier ja das lassen wir das ist das jetzt mit der leiche ja er ist ja cool aus bei mir die kleidung sanitäter der wollte mit mir so nah wieder musst du erhältst mir über die wäden ja was heißen darf er musste rüberkommen da musst du musst du mit torti über sprechen muss euch abschneiden beschaffungsteam das weiß ich nicht ich habe es nicht gemacht ich habe über neue der sanitäter darum wusste ich jetzt der beschaffungsteam ist der 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 akula fliegt okay ja das ist so machen wir zusammen wirst du jetzt weiß ich wieder der verschaffung team vogel das haben wieder hoch ich muss jetzt das mit dem sanitäter machen wir haben mit der leichen untersucht das zeigt mir aber den seminär war es noch nicht gemacht ist so nah wie weiß dass ein kerl hier schreibt erst schreibt er schreibt er wie geht es dir wir haben schon kranken waren hier muss sagen die wird kopfübel ist das jetzt nicht so und dann ist es dann bei dir zu essen habe ich kraft dich ich will mein auto ich will sie nicht mal dass fort wie eine frau es war auch wieder bezüglich Ah, ich bekenn das, ich glaub du. Warum, ich fühlte mich gut? Du hast mir meinen Geld geklaut. Gerichtsmischi, ne? Ja, wir müssen jetzt gleich die Leiden untersuchen. Okay, jetzt. Achtung, es wird auch nicht geballert. Ja. Ja, wenn wir das gefunden haben, was wir untersuchen mussten, müssten wir wieder aus dem Gebäude wieder rausfliegen. Ja. Und wir müssen uns dann in der Akkula abholen. In der Akkula. Oh, okay. Ich glaub's gar nicht bei dir hat er reingeschrieben. Ne, ne? Hat er bei dir gar nicht, okay. Er hat's gar nicht mit, sondern dir rein zu schreiben. Ja, Klotz hat hier reingeschrieben. Er fühlt sich zu schade. Ach, Quatsch. Klotz, schreib mal bei deiner Frau da rein und es weint sie noch. Was hat er vorbeibringen? Lagen wir mit Sbester. Schreib mal Coca Cola rein, weil das ist ja noch nichts. Flute! Hallo! Hallo! Hallo mein Baby! Ich hab gar nicht bei dir rein geschrieben. Hallo mein Baby! Echt nicht? Ich bin gerade mit Sbester. Ne, ich bin gerade mit Sbester. Okay. Dann gibst du noch Brun, Daniel. Ich bin wunderschön, was du gerade nackt bist. Ja, dann gibst du noch, weil hier Daniel steht. Wirklich jetzt. Hier steht Daniel hat Chemie. Ja, ich bin nicht schade. Ja, aber Daniel heißt ja bei, aber Daniel heißt ja bei, bei, äh, bei YouTube, äh, glaub ich, ja. Daniel, rüber. Ja, er heißt Daniel, rüber. Ich so, ja. Daniel, rüber. Ich so, ja. Daniel, rüber. Hu, 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 hu. Ja, wir haben eine andere geschickt, der warst ja nicht da, aber du kannst gleich mit machen. Uns, ja. Sieh, kannst antreten. Die, was macht ihr jetzt mal in den Krankenwagen? Die erste muss ja unten oder wie? Die, die Leichen. Die Leichen. Wir müssen Leichen untersuchen und eine bestimmte Sache finden und wenn wir das gefunden haben, muss Porti uns mit den Akula abholen. Akula. Schauze. Ja, Akula mit dem Heli, ja. Ja, Akula, Akula. Ich denke, die Cola sonst wollen. Nicht Akula heißt das Ding nicht. Akula. Ja. Was? Von mir ist er Akula und Basta. Äh. Cola. Cola. Denkt euch, ob die Cola ein Schiefe macht. Also Daniel, ne? Der andere Daun ist hier. Uns geht soweit ganz gut, wie gesagt. Ah, Daniel hat doch nicht reingeschrieben, ne? Nein, nein. Ist er doch nicht. Aber es steht wirklich jetzt drin, Daniel. Wie geht es dir? Da gibt es einen Zwillingsbruder von Klotz. Ja, seid immer ein genäherer Zwillingsbruder. Unser Daniel ist eine gute und der andere Daniel, der geschrieben hat, ist die böse. Oh, oh, oh. Ja, nach dieser Mission müssen wir noch mal ne Latte machen. Ja. Ja. Wieso willst du denn schon wieder eine Nudeln? Hast du das noch nicht? Hallo, ich hab heute morgen noch keine Latte gehabt. Hallo, du hast dir wahrscheinlich eine genudelt Klotz. Wie? Ich hab's teilen, willst du noch ne Latte? Weiß nicht. Ich muss jetzt noch mal ne Latte noch teilen, oder was? Ja, die kann man ja teilen zu zweit. Waren Männlein, Fraulein. Ja genau, ich schraub das Ding jetzt auch ab. Ja, wir haben beide wovon. Nee. Die Frau hat weiß Susanne und der Kerl ist befriedigt. Nee, du kannst das bei Torti machen, ich mach das an anderen. Nee, abgelehnt. Hallo, Nanami gehört dir, ja? Du hast Torsten kürzt dort. Ach, mir schon wieder. Das kannst du dir nicht kürzen. Du weißt schon, dass du dich jetzt mal anhören kannst. Das wär kein Ende kriegen. Das gibt's kein Ende. Oh, der Coca-Cola kommt jetzt an. Du bist so lange. Oh, nee. Oh, nee. Ich schraub das bei Torten ja an der Cola steht. Ah, wer will. Lehen wir gleich was auf. Die fliegt mit der Essenz. Was ist das jetzt? Wir müssen eh wieder am Regen reichen, ne? Rauchst du oder was? Wer fliegt denn überhaupt? Ich fliege. Aber ich muss auf den Hustkörper warten, bis das gelandet ist. Und da fliegt irgendwo ein Shalababu. Jetzt wirst du ganz cool reinlaufen. Kein Verdacht schöpfen. Okay. Ja. Und die Cola kriegen. Du darfst keine Waffe ziehen, ne? Ich laufe zuerst. Okay, you're in. Ah. Ich will reinlaufen. Einfach mir nach. Laufen darf man dann auch nicht, ne? Oder? Ich laufe am besten normal. Ganz normal laufen. Also dann wird's stoppt. Okay. Ist das normal, dass einer grünen und blauen Anzug anhat hier? Ah. Da noch's blau. Jetzt müssen wir die Leichen untersuchen. Okay. Aber keine Nudeln, Nathalie. Ja, nur unter Nudeln. Handlung! Du bist doch nur neidisch, weil sie das machen kann, du ne... Oh, das sieht ja komisch aus. Und jetzt? Ich bin jetzt unterbrochen. Hä? Ich bin jetzt unterbrochen. Sie geschlagen. Oh. Nochmal. Ja. Nochmal. Ja, ich schaue ja zu. Achso, schaust du. Dann müssen wir noch mal starten. Neustart. Warum müssen wir abgeschmiert mit dem He-Lei? Nee, ich muss den He-Lei abholen und die Soldaten sind halt beim He-Lei. Loaded. It's loaded. Mission, wir gehen gleich noch mal von vorne. Genau. Der Thorsten hat er gestirbt. Ich bin gestirbt. Aber das passiert immer, ne? Was? Du bist doch nur neidisch, weil er das kann und du nicht. Toll, ich mach mir jetzt eine Latte. Hartz, ich kann dir meinen, wo im Hals bin. Ja, morgen. Ja, süße. Dann hau ich dir ne links und rechts und ne Waffel. Und du kannst sehen, dass du ne links und rechts eine Waffe ne mit dem Batteriekasten. Ja, wieso? Du kannst auch mal sagen, du hast eine mit der Fleischpeitsche gekriegt. Ja, du hast ne Handabdrucken gesehen. Was hast du da vor? Äh, beides ist gut. Ja, eigentlich. Oh, Paulin, das ist ja schrotten. Hallo, Paulin. Oh, meine Couchen steht da auch schon. Sehr schön. Du musst ja mal von vorne starten jetzt, ja, ne? Oder doch? Ja, ich muss ja auch jetzt mal eine Einladung haben. Ja. Oder mal einladen, oder was? Wuppi! Ich bin ja bei euch nicht mehr drin. Ich bin doch rausgezogen. Ja. Ja, das ist ja noch eine Einladung. Wie gesagt, ich muss ja noch mal neu starten, wenn. Oh, jetzt haben wir hier komplett auch eine Lobby, oder wie? Ah! Oh, mein Bubi! So, gehen wir gleich weiter, liebe Zuschauer. Jetzt bin ich glücklich. Warte, fährst du ja hier hin in der Karne. Bist du ganz krank, oder was? Willst du, dass du mal langkommst? Bubi! Ich glaube, der ist Hopps. Ja, der ist Hopps. Hallo! Hallo! Geht gleich weiter hoch. Geht gleich weiter hoch. So, dann lass mal fahren hier. Ja, wohin? Zu der Basis. Wieder. Oh ja, ich muss jetzt mal eine Einladung schaffen. Habe ich die nicht in meiner Mäse? Nee, noch nicht. Ich muss jetzt mal eine Markierung ersetzen. Warte. Warte. Ich hab schon Markierung gesetzt. Hast du Markierung gesetzt? Ja. Ich bin ja nur beinand. Ich bin ja nur beinand. Aber du weißt ja mehr. Ja, Klops muss noch Dings an, ne? Was muss hier noch? Ja. Du hast auch schon Anlagen geladet. Warte, muss ich ja noch. Ja, mach ich gleich noch. Klops muss noch anladen. Hallo? Ich bin ja auch noch anladen. Ja, hier sind wir angekommen. Ja. Oh, Elika, die Fahrer. Ich mach das doch nicht so schwer. Dankeschön. Bitte. Ciao. So jetzt gehts weiter. Ich bin ja aggrabe. Möger, machen wirs gleich nochmal zusammen. Ja. Tsunami. Glaubst du's schon? Naja, laut deinen kleinen süßen Bibi-Bauch zu Urteil bis zum vierten. Echt, Nanani, du hast auch noch den ingesenten Kaffee, den Keruma? Ja. Ja, nur Keruma hab ich, aber ich will mir den Zürcher holen, ne? Ja, ich hab meinen Keruben. Halt auf, dann muss ich mir den erzürchen. Ich will auch den erzürchen! Und? Ich freu dich. Daniel! Na, meine, so schön, kann ich nicht mehr bremsen, wie Natalie auf einmal im Leben schleifen darf. Lass, meine Nanani nur! Die Frau aber so lebt, wie der so fährt im Leben. Seh, hallo, sie fährt immer im Bössstum! Jetzt geht das los. Ja. Du, 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 du. Was? Ja. 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 Na, ich geh schon mal raus, das ist was muss ich sagen. Nein. Die Hilfe ist, die Hilfe ist vorbei. Hallo? Ja, er geht mir auch schon von ihnen die ganze Zeit aufm Sack. Oha. Und Thorsten hat das gerade bei Nama nicht gemacht. Ihr glaubt, dessen konnte er auch nicht fliegen. Entweder man hält seine Hand an den Huben, oder man hält seine Hand an den Controller an. Ja, ich weiß, Thorsten kann der Ding nie auf alles konzentrieren, ne? Der Molten-Tarfen-Tarfen-Tarfen-Tarfen. Entweder hängt er an den Huben seiner Beutel oder an den Controller. Tsunami. Es riecht nicht aus dem Team. Entschuldigung, Tsunami. Weil du so viele Chips gegessen hast. Pringles. Müsst du nur gerne die von Pringles, Bianca? Ja. Wegen Geschmack. Die originalen Gerogen. Keine Dings-Tarfen-Tarfen-Tarfen. Die hab ich schonmal probiert. Okay. Meinst du, die Schiffs wecken wie normalen? Also nur vom besten, ne? Tsunami. Oh, Schatz. Die musst du ein Video von Mama schicken, wo die auf dem Schiff war. Entschuldigung, Moment. Kann man mal gucken. Du musst dir unbedingt Evan angucken. Du musst dir unbedingt Evan angucken. Oh, ne. Also du wusstest schon die ganze Zeit, dass er sich nicht mitnehmen kann, ne? Aber der hat sich echt auf neun Level getrieben. Wird mal das noch nicht mehr so viel zu tun. Vielleicht bin ich noch überall. Oh, ja. Jetzt hab ich noch kurz Zeit. Hallo, YouTube. Hallo, YouTube. Tschüss, Tsunami. Abwärts! Heiß? Ja? Heiß? Das Eis ist heiß. Das Eis ist heiß. Oh, ich kann mir das den ganzen Abend angucken. Oh Gott. Ich kann mir... Ich kann mir das den ganzen Abend angucken. So, bin gleich unten. Komm, du laufst doch jetzt mal hier Tante. Ich sag ja, ich wusste ja, dass Ewa manchmal bekloppt ist, ne? Weil das dann manchmal so, dass er jetzt so bekloppt ist. Warte, man wartet oben da, mein Schatz. Was? Ich hab ja wieder mit Wagen hier reingefahren, ne? Und die haben sie jetzt oben hoch. Da steht, äh, oben in der Börse wahrscheinlich. Ja, steht oben jetzt. Ich war ja gleich mit raus. Komm wieder, wenn ich da rausgehe. Okay. Na klar kommt er mit da mit raus. Das ist ja. Das ist ja. So, bereit machen. Das geht endlich weiter. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Ich hab ihn schon in der Hand den Controller. So, das wollen wir wieder starten. Oh Mann, ey. Sag noch einmal ja, ne? Und ich verhaulich. Jo, 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 jo. Soll ich mal schwer machen sonst? Ne, 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 ne. Okay, normal lassen wir was. Voll, normal. Klappe. Oh ja. So. Ich hab mir das angenommen. Gut. Tritt bei und dann machen wir. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Jo, jo. Ah, ich hab das hier, das ist gut. Ähm. Hello, was gut ist oder schlecht ist? Äääääää.... Tsunami rüber da. Gott sei dank. Oh, bereit. Oh, na, na, hier sind wir… jetzt sind wir im Partner-Look. Ja. Scheiße. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Ich wusste nicht, dass man auch die Klamotten so ändern konnte. Das weiß jetzt ver Yok. Oh,よ. Dafür hat man doch die Kleiderschränke da, die blauen Spinte, da kommen die ganzen Kleider rein, ne? War das nicht so? Ich glaube ja. Die Bikinis und so? Wir müssen jetzt helfen ein Auto zum Militärbaden oder wie? Ein Auto ist schon da, oben. So, na, na, nee. Wir müssen uns erstmal dahin fahren. Jetzt befummeln wir wieder ein paar Weichen. Ich hab ja den Menschen nicht mehr gefangen. So, wo geht's weiter? Vor und vorne, ja? Okay, you're in your teams. Team 1 goes into the coroner's office to recover the data. Team 2 goes after the dead agent's transport chopper. An agency-corridor was murdered on the streets in the center. This is totally a setup, but there's some... Hupi, wenn du mich anschaust, kann ich da nicht richtig lenken. Ich fahre, ich bin Beifahrer. Ich fahre gar nicht. Ich glaube, du bist Beifahrer. Deswegen muss ich die Hupi wieder setzen hier. Ich fahre, ich hab's eilig. Ja, wir auch. Achtung! Was hast du denn? Wir kamen doch! Da war gerade vielleicht ein LKW-Sonami, wie wir jetzt auch. Und der war ein bisschen dicht. Hä? Wir müssen, glaube ich, auch in den Tower laufen, Thorsten, oder? Ach dann? Wir müssen jetzt mal da oben hin zum Gebirge. Einfach mal den Hubschrauber holen. Ja? Ich dachte, wir werden raus. Da müssen wir dann, äh, zu den Zaun hin schliegen. Wie hab denn? Ich hebe ab. Ja? 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 So kann ich mein Geld hier immer einzahlen. Ich dachte, wir müssen zum Militärbasis. Wir müssen zum Gebirge hoch oder was? Hoch in den Bergen, hoch in den Bergen. Ich weiß ja, von den blauen Bergen kommt man hier. Du besonders. Von den Klopfen blauen Bergen kommt man hier. Und die Nanani sollt einbiegen. Jetzt geht das los. Und die Nanani ist das kleinste Tier. Von den blauen Tsunami-Bergen kommen wir. Der Thorsten trinkt zwei Bier. Der Thorsten trinkt den ganzen Fass, wenn er sich dann anlehnen muss. Ja. Und der Daniel, der trinkt einen Weinbrand. Der hat einen Brand. Oh, Tsunami. Der hält doch kein Wein mehr. Vielleicht trinkt er auch Whisky, weißt du doch nicht. Nee, bei Whisky gehe ich nicht rein. Nee? Nee. Nur Vodka oder was? Wodka. Äh. Was ist Weinbrand? Auch nicht? Weinbrand. Auch lecker. Hab doch gesagt Nanani, der hat einen Brand. Vielleicht drin ist er gerade so einheimlich so klein. Was trinkt ihr denn überhaupt so? Auch so Weinbrand und sowas? Ja, klar. Wir trinken, werden Weinbrand, auch Whisky trinken wir. Dann kann man gerne Bakari. Dann geht's vorbei. Ein paar Cocktails. Genau, Cocktails trink ich ganz gerne. Ja, die sind auch lecker, ne? Ja, Calc-Virinha, ähm, Swimming Pool kannst du trinken. Ja, kann ich gleich da rum hier machen. Ah, das schmeckt. Tsunami trinkt auch immer schon gern Swimming Pool. Swimming Pool. Swimming Pool? Ja, kennst du? Ja, Swimming Pool? Ach, wann? Nee, die Swimming Pool, die draußen stehen. Dann kannst du lange saufen. Hier hat doch irgendeiner vom Pool geredet. Swimming Pool ist ein Cocktail-Tsunami. Das nennt sich Swimming Pool. So. Ja. So, da ist er hier. Wie ein Calc-Virinha, ne? Mit Rohrzucker und Limette. So, der landet da oben durch. Ich dachte, du wirst ein Pool. Nee, ich nicht. Vielleicht die Männer. Naja, die kriegen sowas nicht. Was? Du hast auch Orang war. Wie gesagt, die kriegt kein Pool. Die müssen sich erst verdienen. Ach so. Ah, zum Gericht in Medizin hier. So, jetzt noch mal gucken. Ich weiß, ganz... Ich weiß, was hat unser Nachwuchsbeck, ne? Ich weiß, ganz... Was denn? Steig in den Krankenwagen? Steig in den Krankenwagen. Wie ist das denn jetzt wieder? Ja. Weiß ich nicht. Ach, da hinten bleibt er ganz stehen. Ich dachte, hier eben muss. Ja, Mann, ich hätte das... Wollen wir doch auch in den Hisching gehen. Ach so, ich hätte ihn die Markierung nicht. Ich bin nicht in die gelbe Markierung gefahren, deswegen habe ich ihn angefangen. Ach so. Wie ist das hier los? Wir können doch wirklich aussteigen. Können wir los? Ballern oder wie? Äh, still gehen. Ja. So. Ach, das sieht aus, ne? Ich laufe hier gerade. Da können wir laufen. Okay. Und jetzt? Und jetzt machen wir einfach? Einfach Männer. Okay. Lebe ich ins Büro des Kriegsmediziner, ist okay. Oh ne, du Fitter. Herr Snickersmann, ja. Stecker an? Juuuup. So, ich bin zwei Kette hier schon, ne? Oh, das war aber aus der Haare über mir. So, hier die kommt. Oh, ich glaube ich muss nur einen höher. Ne, hier gehts ja gar nicht mehr hoch. Stiehl den Informationen, ach so. Ach, das auch noch. Können wir wieder landen. Warte. Hier rein vielleicht? Ja, komm. Ah, hier. Hä? Musst du eine gleich noch in eine reingehauen haben. Oh, mit nummerin. Hola. Oder fahrst du jetzt? Hm. Wie war das? So, jetzt. Hier, ne? Ja. Sag ich jetzt nicht, wir sind nochmal ganz, wir sind ganz nach unten. So, wir sind unterwegs. Hä? Hä? Wo war das? Ich weiß das nicht, Bianca. Da müssen auch hier sein. Warte mal. Ja. Ja. Wir kommen jetzt da zu, zu Gericht, Gerichtmedizin hin. Ja. Ja, aber wir sind auch nicht ganz fertig. Irgendwie findet Biancas hier grad nicht. Gib dich zum Büro des Gerichtmediziners. Fahrstuhl geht auch nicht. Was? Ja, ich muss da. Nimm nur mal die Treppen laufen. Ja, aber er muss es ja da oben sein, Bianca. Was damit? Ah! Gebunden? Da bin ich denn nicht. Komm, geh hoch da, Madame. Ich hab glatt diese Tür vergessen. Ich hab Glück gehabt. Oh. Du geh separates mit dem. Ich bin nicht beim HUD. it wird er. Ich kann mich nicht ab Napoleon. Sie sind zuge각t. Ich bin nicht beim HUD-Ford. Ich bin froh, ich bin mir in der Zwischens-Ford. Ich bin nur wirkliche Fan-Ford-Allge. Ich bin mir doch nicht. Oh, ne, ne, toll. Wieder von vorne, oder was? Ne, an den hast du noch. Okay. Ah, alter Mann, ey, du scheiße Typ, ey. Soll ich hier aussteigen, oder? Ne, wir müssen nur warten, bis die Links rauskommen. Oh, geh rein, der Mensch, verdammt, ey. Oh, Mann. Stimmt. Ja, nochmal. Ja, ich hab ja nicht genug Panzer und sowas. Dann kauf gleich welche, Bianca, wenn wir das nochmal machen, jetzt. Nochmal, ich will es fertig kriegen. Was für den Herr Snickers, Mann? Also kann ich jetzt gerade nicht abhören. Ah, das war mein C, mein, 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 mein zweiter Dingsbums hat geknackt. Ist das hier die Leichen untersucht, Bianca, oder was? Ja, untersucht für die Leichen. Hier sind doch die Leichen, Bianca. Nein, wir haben schon durch. Okay. 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 Mit mir der ganzen Augen. Oh Gott, okay. Achtung, jetzt kommen die wieder, ne? Pass gut auf, jetzt. Ja. Ich hab die Waffe schon rausgeholt, dass wir mit nach oben laufen. Wollt, ich muss meine gleich auch noch rausfangen. Hat zwar nicht so gut, äh... Oh, Mensch, Madame, lauf doch mal die Treiber jetzt da hoch, ey. Oh, was war das denn? Wieso? Hast du eine Habbombe geschmissen, glaubst du? Nö, Granatenwerfer. Interestiert, ja. Oh, ich hab das Ding hier. Die zwei Sons, die müssen wegschießen, ne? Oh, 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 oh. Wo ist eine andere da, ey? Ich muss mich hier dann ja auch noch umschließen, Thorsten. Ähm, ich glaub schon, wenn ich den Boden gleich antanke, ja. Oh, Mann, geh doch mal rein, da noch. Okay. Der Hubschrauber ist, ach so. Oh. Achtung. Scheiße. Lang, nicht lang, wenn wir die Leute aufhalten. Ja. Ich versuchte schnell mitzulaufen. Geh jetzt irgendwas vor dir? Ja. Ja. Oh, oh. Geh mal lieber. Oh, das ist ja schon echt... Oh, der Edi steht auf der Straße, ne? Ja, alles okay! Wir müssen erstmal... Boah, schnell erstmal hinterher. Kann man warten? Ja? Dann muss man ne Energie wieder haben. Okay. Komm, hier eine Treppe weiter. Okay. Siehste? Das meinte ich nämlich. Ja, machen wir nochmal. Hä? Boobst du glaubst? Ja, wahrscheinlich ist er aus dem Netz wieder rausgeflogen. Oh. Ja, versuchen wir gleich nochmal, würde ich sagen, oder? Ja. Gucken wir mal, was mit Klopfi sonst ist. Guck mal, was mit Klopfi sonst ist. Siehste? Habe ich doch gesagt. Ja, Leichenleiter waren ruhig ein, sonst. Ich bin ja, ich glaube, ich bin ja noch bei euch drin, oder nicht? Ja? Ja. 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 Dann mach ich mit uns Thorsten zusammen. Ah, Bubi! Wo ist mein Bubi? Toll ey, ich meine ja angedankt. Dann machen wir das eben halt so. Ne, ich muss erstmal beieinander und Thorsten hier beitreten. Soll ich auch wieder einladen? Ja. Wie das überhaupt jetzt so kam, mal gucken. Ist bei dir jetzt angekommen, Klops? Äh, ja, ich hab gerade leider im Bildschirm. Kommt raus und wir sitzen wieder mal. So. Wie viel ist sonst bei dir uns da drinnen? Wenn du in die Mission machst, dann kannst du in die Sofa eine Einladung schicken. Dann kommt ja da automatisch mit rein. Achso. Ah ja, stimmt ja. Schicken wir gleich eine Einladung. Ein Problem ist jetzt so, sonst eben halt. Aber glaube ich am besten hinter dir denn, mein Schatz, ne? Weil ich ja nicht so bin. Ich hab nicht so gut erwacht, wie du jetzt? Dann kann ich eigentlich auch mal machen. Ah, Mamma mia. Nein, wir sind noch. Ich bin noch mal. Mama, Mama, Mama. Ich muss noch einladung sein haben. Mhm. Kriegen wir schon hin, Bianca. Aber jetzt doch. Aber jetzt, Sir. Aber jetzt, Sir. Aber jetzt, Sir. Aber jetzt doch. Hast du denn schon einen anderen Club links angeladet? Ähm, nein, das wollte ich ja gleich machen. Das ist... Das habe ich jetzt ja gemacht, extra. Ich frau, ob er schon was gekriegt hat. Ich habe doch alles damit gemeint. Mama. C.O. Jo, habe ich. Gut. Puppi. Puppi. Hast du gesehen schon, Tsunami? Bei uns, äh, in der GTA-Crew hat, äh, Snacks-Diggers-Mama was hat gesagt. Und kannst du grad nicht abhören. Ich sehe grad ja. Okay, was ist da? Da hat Herr Snickersmann eine Sprachnachricht gelassen. Ich weiß nicht, was er jetzt gesagt hat. Weil ich wollte von abhören, aber... Ich habe die, äh, Lautstärke ja weggemacht. Weil ich ja grad Bianca hier zuschaue auf ihren Livestream. Oh. Und ich riesige. Oder? Ich weiß nicht, wir sind hier los. Weil ich ja nochmal nicht versuche... Ja, wir sind hier driftiv. Ruhige ich bis zum nächsten Mal wieder. Aber wir schauen reden. Wir versuchen den Räumen nach oben. Ja, das ging obedience. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wo bist du? Bianca! Wo bist du? Du schlumpfine Ey, ist der hinten! Ja, ich war schon mal auf eine Einladung voneinander Ja Ja Muss schon mir kommen Bianca-lein Ging allein Bianca-lein Ist ein Schwein In die große Welt hinein Oh, nee Bianca Bianca, brauchst du die mit den Erzen? Bianca-lein Ging allein In die große Welt hinein Ist ein Schwein Aha Bianca Und es geht wieder auf die Basis Und es geht wieder auf die Basis Denn da gibt's nur Basis Denn da gibt's nur Basis Bianca-Bianca Bianca 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 ging allein In die große Welt hinein ist ein Schwein. In den blauen Bergen kommen wir. Bianca, kriegt viel Bier. Hm? Hm? Das wird ja hörig, ne, bei Bier. Das ist so gerade los hier. Hä? Oh Mann, du scheiß Figur. Geh doch mal da lang, ey. Bist du bescheuert, oder was? Gubi? Puppi? Ne, Puppi ist nicht da. Bianca, das ist dein Kerl, der nennt ja nie Puppi, jetzt ist'n an. Da wird's Puppe, komm mal her. Komm, Puppe, komm. Mille Wurst. Puppi? Mille Wurst habe ich hier noch nicht, warte, ich kann mal gucken. Ja, du hast ne Wurst. Siehst in der Hose eines Mannes. Ja, ich schnau mich. Der Nachname heißt Johannes. Hahahaha. Ahaha. Gott, nicht. Es geht das hier los. Und wenn ihr geholnet, er weiß, er kann es. Wo sind wir bloß gelandet? also ich nicht auch schwer machen wir haben die also eingeladen worden die 62 leute tausend ich stecke noch spielen warum eklig spiel ich will doch nur muss wir sind schon zu sehen ja wir beide jetzt schon und zu nahm ist drüben bereit bin bereit bin bereit mein schatz dritte gut aus so dass ich mal ein bisschen abhören so nah wie sollte ich mal abhören ob alles gut ist du hast würde ich habe keinen Wir können das mal bei Tsunami Brüste-Chiff machen. Ohohoho. Carmen Brenner, morgens mal eine Live-Firma in der Zuschauer. Wie geht's dir? Ey, Morrison, du musst nach deiner, nach deiner Chiffen, Mutti. Oh, Armin schreibt wieder los, okay. Tschüss, Tsunami. Joa, aber der fahr nicht ganz an den Haley ran, der lasst ein bisschen Abstand. Okay. Wir kriegen uns jetzt hin, Mann, Schatz, oder? Joa, zusammen sind wir stark. Ach, Remo, wegen der Invasion, sonst gehörts mir. Das ist doch klar, dass sowas haben, wovon wir anders vermissen. Abgelegen. Was machst du dich eigentlich damit ein? Wurde zwei Männer, ich hab nur eine Frau. Bruder Stempel, abgelegen. Ohohoho. Du brauchst dich gar nicht mehr mit ein zu müssen, Klopfer, du hast zwei Männer, ich hab nur eine. Die eine ist die eine, oder keine. Die eine hat gebraucht. Siehst du, du verstehst mich. Entweder Nanani oder keine. Armin, ganz bestimmt seid ihr zusammen stark, aber es gibt Ar... was? Arten. Okay, Armin. Hallo. Schatz, was machst du da? Eine bessere Farbe hast du nicht gefunden, ne? Blue. Äh, wieso? Eine komische Farbe. Weißt du, das war Blue. 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 Blue, blue, blue. Blub, 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 blub. Ey Tsunami, was hältst du von, wenn du bum bum Eis isst? Kennst du das noch? Ja. Das ist dann mit den Kaugummistängeln, oder nicht? Ja, genau. Daniel! Was geht jetzt, Daniel? Das Stängel. Wo du das Blaue abreißen musst und dann hast du das Kaugummi, ne? Genau, wo du das Blaue abreißen musst und dann hast du ein Kaugummi. Abreißen auch nach oben. Ja klar, wo du Stängel... Wo Stängel nur abreißen. Ja, du musst von den Kaugummistängeln das Blaue abreißen und dann hast du das Kaugummi draußen. Aber mir reicht es aber nicht haben, ne? Also das tut weh. Ich kenn das nicht, haha. Das leckeres Eis. Allein bei der Vorstellung, das tut dir jetzt schon weh. Bei Tsunami reißen wir auch was ab. Sie merkt das noch nicht. Das tut dir schon mal allein bei der Vorstellung wieder weh. Dann können wir dir auch was abreißen, Tsunami. Nein, Scherz. Nee, das tut mir so weh. Ahhhh. Der Ball hat was Klopft bei dir abreißt. Ahhhh. Ahhhh. Das möchte dir noch niemandem einen schlimmsten Fall wünschen. Aber das Eis isst du gerne, ne, Klopft, oder? Oder hast du es mal gegessen? Ja. Ist gut, ne? Ich bin bum bum eins. Sag. Mit den Stängel. Können wir uns das mal wiederholen? Ein Stängel? Ja. Bum bum eins, jetzt wie gerne. Wenn wir das bum bum ab. Ahhhh. Mit ne Stängel ja auch mal. Du kannst auch Kaktuseis essen, ne? Das kribbelt dann im Mund. Also knistert so immer nicht. Das mag ich ja am liebsten. Auch ja am liebsten, ne? Wenn das so richtig priggelt. Ja, wie Ahoi Brause. Ohhhh. Priggelchen, ne? Warte, wenn du es unten rein hältst. Mein Zart. Du kannst das Ding ja an deinen Dödel halten, ne? Den prigg jetzt schon unten. Oh ne, kann sie gleich reinstecken, oder was? Alicami. Alicami. Wieso Tsunami ist das denn? Hat sie gesagt. Ne, den Kaktuseis kannst du hinten reinstecken. Da hast du beides. Ein Kaktus und ein Snickers. Oh ne... Du tust noch nie bei Kacken. Oh, ne. Was denn, der ist auf Kacktuseis, weil man Kacken tut. Also wenn du bei den beiden Eis bestellst, mein Schatz, ne? Ich glaube, das wird nix. Dann heißt es doch Kacken, darum heißt es ja Kacktus. Du tust Kacken. Oder Tutti Frutti. Ja, Tutti Frutti bei Tsunami in der Hose. Ne, bei Ollenburg eher. Ollenburg? Hier, hier rein. Ja, war da. Genau, nochmal ein bisschen mehr rechts. Genau, hier müssen wir auch auf den Heli da kommen. Also können wir den Punkt bitte. So ganz gelässig gehen, ne? Genau, hier warten. Hier muss kommt gleich der Heli. Ja, da hinten ist er. Sissi. Okay. Und der landet gleich eben von uns. Muss erstmal ein bisschen abwarten, wo er hin fliegt. Okay, you're in. The bodies are in cold storage. Make your way over there and find that out. Das ist ein Traum dabei. Das ist ein Traum dabei. Ja? Ja. Und jetzt haben wir dann... Wir müssen hier dann zuschicken. Ja, da müssen wir auch hin gehen. Oh, jetzt müssen wir da rein. Und dann müssen wir da rein. Wir sind jetzt total warm, weil ich mitlachen müsste. Ja. Das war gut. Ah, guck mal hier nicht. Ist der Name... Ist der Name, der Team? Hä? Ah, nun müssen wir da hinflossen, wo du vorhin war. Okay. So. 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 So, was... Was sagt denn die gleiche Tsunami? Hm. Du bist eigentlich rechts rum. Oh, ne. Hast du schon eine Waffe, Frau Cyber? Ja, rechts rum? Ne, hier links. Ja, links auch links. Ja, links auch links. Ja. Ich bin mit Tsunami hier rumgelaufen. Das ist ruhig. Ja. Ich bin mit Tsunami hier rumgelaufen. Das ist ruhig. Ja. Oh. Wir müssen laufen, glaub ich jetzt. Und zwar, und zwar, ich muss ja laufen. Und zwar, und zwar, ich muss ja laufen. Das Snickers-Mann ist am sterben. Schatz, willst du lieber vorlaufen gleich? Warte. Hier geht das ja noch. Aber jetzt hier oben hoch, da musst du schon eine Waffe dir holen. Halt ich mir auch jetzt schon. Hier rein. Wir müssen dann ruhig rennen. Wir müssen dann nur Atten holen, ne? Ja, hier beginnt das gleich, Schatz. Achtung, Waffe holen. Oh. Ah. Das mit Laptop, das musst du da machen, Schatz. Oh. 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 Da sind Schwächer. Oh. 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 Ich krieg das hin, ey. Ich hab das auch nie gemacht. noch mal neustart wie machen wir dann noch mal neustart er 1 2 2 2 und du musst mal nur ich habe ja andere wachen dazu noch ein bisschen hinter mir jetzt mal jetzt im besten doch ganz schön schwer ja wenn es nicht dass man haben wir es auch irgendwie geschafft gleich muss jetzt nicht mehr hin war richtig ich muss aber immer besser als vorgemannschaft und auch noch mal mit dem geduchte Oh, nicht. Ich verstehe. Ich glaube hier kommt noch einer. Noch zwei. Scheiße. Komm doch her. Vogel. Oh die sind hier unten. Ne ne die sind hier. Pass auf. Okay. Gehst du rein? Machst du Laptop oder was? Ich mach Laptop. Okay. Ob du hier irgendwie schissen. Oh. Ich denkst hast du einen gesammelt ne? Mhm. Genau. Oh oh Gott. Ja. Oh Gott. Du? Mhm. Ich hab mir gerade die Kamera anziehen. Oh ehrlich. Warte. Ja. Ich brauchst nichts essen. Ja. Ja. Geht oder? Ja dann. Ich muss nichts essen. Okay. Geht vorlaufen. Geht auf der Strafe. Auf der Strafe. Ja. Ja. Da wo sie so mitlaufen sind. Ja. Ach dass der Achtung er lebt wieder. Ja wer lebt? Wer lebt? Scheiße scheiße. stirb doch mal du vorgeler ist in das metall Warte, 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 musst du das nächste, komm hier rüber? Ja, warte, 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 warte. Also, liebe Terrasi, die Mission ist nicht immer so einfach, ne? Ja, das ist aber ganz schön viel, was jetzt nicht Nerven kostet, aber das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass ich da reinlaufen kann und zu helfen. Woran sieht man, dass... Ja, die Karz und ich muss, du musst in den Helikopter bleiben. Woran sieht man, dass man so viel Snacks essen muss, Schatz? Achtung! Unten, unten links. Okay. Wenn der rote Beide, wenn der rote Beide gut anfängt zu blinken, dann musst du denn auch so schnell in die Becken kommen und Snacks essen suchen. Okay. Okay, kommen wir jetzt mit? Gut. Aber ist ja gut, dass Beide mit dem Zeitgeber. Warte, 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 warte. Ja. wo kommt jetzt ja ja ich laufe schon ich laufe schon so kommt jetzt raus ja auch schreibt doch einer Ja Madame. Ja. Hohoho. Und weg. Sehr schön. Doch, heute hat er recht gut. Oh, der schwitzt den Händel hier. Hast du die Reifen eigentlich klappen? Mhm. Die sind drin. Oh, okay. Ja, deswegen ist es gut, wenn man ein bisschen abschreiten tut. Ja, ich mein ja, das will ich auch hinter dir geben, weil ich hab das bisschen bessere Waffen, oder? Ja. Na, ich glaub sie geht bei dir auch noch? Oder hast du auch schon schwitzt die Hände? Oh, okay. Ja, er muss doch nur Helikopter. Helikopter. Die fliegt ja noch nicht mal. Oh, Bianca fliegt? Ja. Bitte, bitte schlepp nicht die Cops. Schüttel die Cops ab, ja. Du bist bewusst vorbeikommen. Ich will meine Daten, okay? Clifford needs data. Feed me, Evon. Die sind schon weg, jetzt gerade sehe ich eben hier. Futter ist unterwegs, okay. Danke, Papa, sind die Gedanken von allen berechnet. Das frag ich, okay. Beeilung, Leute. Bitte. Langsam, lang. Geh gut. Also auch nicht so einfach mehr immer zu fliegen. Ja, gut. Das war's für mich. Ja, gut. Ja, gut. Das war's für mich. Das war's für mich. Tadaa, haben wir es auch geschafft. Ah, sehr schön. 26.000. Läuft. Die nächste trotzdem machen wir es zur Pause, wollt ihr haben. So. Ich hol mir jetzt zur Feier des Tages einen Becher Kaffee. Okay. Ich hatte auch einen gern zu machen, ich krieg einen. Mit Milch und ein bisschen Zucker gerne, danke. Für mich auch, danke, nur mit Milch, danke. Die schlους wir selber ein, jetzt. Nö, nö, nö. Oh, nö. Da hat er seine Nudel. Aber wo die erste Kaffee, wenn du Geld überwiesen hast? Hi, hoi, hoi, hoi. Zu spät, ich bin bereits in der Küche. Was holst du dir noch ein Stück? Ja, ich hab' ja auch eh noch. Ich mach's den Bildschirm. ich würde nur so weit nicht schon ganz schön ganz klein muss davon ja ich weiß auch mein geld jetzt erst mal ja ich überweise auch gleich muss erstmal kaffee so wohl kann mir überweisen schon ja manchmal machen wir selber man ja auch gut ja er ist schon bei mir ich habe endlich eine mülle voll ich habe mir wahrscheinlich immer noch nicht mehr so schaffe ich nicht ja ich habe das gemacht wenn ich so viel von es ist mir doch schlecht davon aber ich brauche immer noch bisschen ja aber ich möchte ein ganz kleines stück essen warte ich hole mir kurz was ich begleite der zuschauer ich brauche immer noch ich brauche immer noch inzwischen juna tausend vier tausend dollar brauche ich noch mit ich brauche immer noch hey let's do the work so wieder ja und ich habe noch nicht mal meine 6.000 das kommt noch bianca eine million 25 4000 dollar brauche ich noch dann habe ich 600.000 voll und kann mir endlich meine verfixte boden kaufen da macht einer seine fracht guck mal ob er 600.000 das angebot steht immer noch so aber ich geh jetzt erstmal verknüpfen aber erst mal radio erst mal ausmachen hier ich habe meine karre den gab es kostenlos in meinem paket das angebot ist bis mittwoch genau um 9.59 ok ok also auf den donnerstag ja was ist da für ein angebot ich habe das angebot bis donnerstag ja ja haben wir doch eine andere torte wie dann amazon ja Ja, gucken, ob man den Zöllchen mal holen kann, wenn ich den vier jetzt rum zusammen hab. Ich hab extra meinen Kuruma verkauft, damit ich noch ein bisschen Geld hab. Und dann hab ich mir den Zöllchen geholfen. Ja. Auf dem Fall ist er ja eh am meisten. Aber meinst du lohnt sich, dass man den Kuruma verkauft, oder wie? Ich hab dann auch viel Geld für gekickt. Stimmt, vielleicht kann man ja echte, ne? Weil ich feier ja eh am meisten in den Search. Da bin ich von Kuruma gar nichts hin. Ja. Äh, ob alle Sachen, die man kaufen bei Amazon losgibt, erst 40% Rabatt, ja. Hallo mein Schatz und mein Livetream. Ja, hallo. Hallo, wir schaffen zusammen. Ja. Ja, ich bin überlegen, ob mein Kuruma echt verkauft oder so. Ich weiß ja nicht. Hier, Thorsten, alles klar. Ich bin Pinky. Ja, Nami, pass auf. Wenn ich den verkaufen tue, ne? Dann hol ich ja doch den in Zöllchen. In Zöllchen, komm jetzt mal so in Pink wieder. Ja, der ist gut, der kommt so gut von Höcke. Ich bin überlegen, ob ich den verhöge oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich danach nur noch mit den Zöllchen rumfahre, mit denen kaum. Aber ich, früher hab ich auch immer gerne mit den Zöllchen lieber gefahren, ne? Ich muss mal sagen, weil mit den kann ich immer besser mit Jungen machen, wenn der schon gepanzert hat und dann fließt. Ja. Und schätze, du hast gar keinen Kuruma, ne? Oder doch? Ne. Ja, verkaufe ich mal nachher. Mal gucken. Ich meine, mit den Kuruma kann doch keine Hauptbomben aus dem Pink, das schmeißen. Mit den Zöllchen in der Ruhe. Auch gucken, das war Kuruma, das gepanzert. Wehe ich nicht, mit den Zöllchen, das gepanzert. Ja. Das ist eine komische Logik. Nee. So, ich mach gleich die nächste Mission, wenn ich dann da bin. Ja. Nein, der kommt mit dem Zöllchen ja auch in Pink, weißt du doch. Ich bin sowieso Pink. Ja, das ist gut, das wollte ich nur wissen. Ich bin auch Pink Lady, ich bin auch Pink Fan, wie ihr alle wisst. Dann kommt sowieso in Pink. Ja, warum? Ja, warum hab ich ja gesagt? Und ich Pinky haben. Dann muss ich den nachher mal verhökern hier, das Auto hier. Auto, darf heute fahren, ab wo? Nein, ab nachher bist du verkauft. Das hört sich an, ne? Tschüss Auto. Ja. Du dämliches Miststück, verzieh' dich. Ich hab ne, ich hab ne neue Frau gefunden. Wem willst du denn hin? Danke. Das Auto ist... Hast du meine Nanani angegriffen? Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt darfst du es anhören. Ja. Die Tür ist Schrott. Du hast meine Nanani angegriffen. Hallo. Weggepustet. Die Waffe hast du nicht, Thorsten? Ne, hab ich nicht. Du hast meine Nanani angegriffen! Das ist unverzeihlich! Geht gar nicht, ne Tsunami? Ja, also echt, ey. So. Nächste Mission, ne? Ja. Habt ihr noch alle Kraft? Ich fahre nicht. Kommst, Ballfahrer. Oh. So. Daniel! Ja, was? Ich glaub, da hat er quit. Daniel! Gut, lauf... Ich fahr doch gar nicht. Scharfangriff. Okay. Machen wir das jetzt genau. Dann kommt das andere wieder. Ich hab das gesehen! So, jetzt müssen wir aufpassen. Dann geht die Mission los. Also, von dir lassen wir gar nichts sagen. Sorry, kann ich so gut stehen. Habt ihr Einhaltung bekommen? Habt ihr denn bekommen? Ich ja! Wie's da hinten aussieht, weiß ich nicht. Und ist mir auch egal. Oh, der Nightbot ist auch mal aufgebracht. Ja. Ach, die Mission. Wieso? Kann man das überhaupt... Da glaubst, kannst du sein Auto fliegen jetzt auch. Oh, ja. Stimmt, die Mission. Oh, die kenn ich nicht. Was muss man da machen? Nö, ich auch nicht. Und die andere Hoftraube abschießen. Also, den, 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 den... Also, ich weiß nicht, wie diese... Schade, bei den Linksmissionen, okay? Ich kenne nur das mit den Sanitätern. Die, an, an die anderen Missionen kenne ich alle nicht. Und einer muss auch in das Flugzeug hin reinfliegen und ihm die Sachen beworben. Ja, kein Start, ne? Okay, ja, Entschuldigung. Also, ja, also, ja, ich kenne die, sie müsste auch nicht. Ich kenne die aber auch nicht, Swami. Kennst du nicht? Ich kenne nur die mit den Sanitätern und die Luxus-Clown mehr nicht. Ja. Diese Mission habe ich auch keinen mehr, gar nicht im Sinn. Aber irgendwie müssen wir hier nicht abschießen. Das ist ja sehr schick, dass ich gerne wüsste, wie die Kacke funktioniert. Ja, da wird ja beschrieben, was man machen muss. Da mach ich das. Zieh das an. Schön mit Tarnung hier. Mit Tarnung. Ich habe diese schon über 300 Mal gespielt. Ganz... Okay, bestimmt. Mehr als das. Okay, Armin. Also, du weißt, dass man da so viel machen muss, oder wie? Ich habe die noch nicht gespielt. Ich hätte schon 300 Mal gespielt. Oh, weia. Ja. Wirst du jetzt alle zusammen fahren, oder wie ist das jetzt? So kommen wir besser. Ja. Wie geht dich zu einem Deluxehof? Ja, ich auch. Oder sind verschiedene Autos. Ich weiß es nicht mehr. Eigentlich nicht, ne? Ich will mit Tsunami fahren. Da kommt Tsunami, fangen wir den. Ich glaube, musst du markieren oder? Äh, markieren? Das hier sind, ach so, Massendaten. Aber ich glaube, die Mission wird nach und nach auch immer schwerer, ne? So, Weltuntergangs-Mission habe ich auch schon mitgemacht. Wo du die olle kommende Atom-Ratete da. Ja. Die ist schwer. Ich habe die einzige Mission nur gemacht mit dem Sanitäter und dem Luxus-Clone. Danach habe ich das nicht mehr gemacht. Und dann geht es nachher noch eine Mission in der Kanalisation. Jetzt nur die Deluxe abholen. Dann müsst ihr die Fahrzeuge hacken, die Darsen haben, das für Clifford ist und da dem Boot dann Flugzeug stellen. Okay? Macht diese Geschichte okay. Hat Armin hier gerade geschrieben, ja. Ja, habe ich schon gelesen. Aha. 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 Tsunami. Schaste schon. Tsunami. 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 Und dann brauchen wir es wiederholen. Wie eben, ja. Tsunami. 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 Ja, genau. Auf dort ist er noch am Fahren. Ich kann ihm in der Schockenliste rumgucken. Hast du noch eine Markierung gesetzt? Hast du noch eine Markierung gesetzt? Habe ich doch. Hast du nicht? Für mich war das weniger als 13 Minuten, okay? Also ich habe hier eine Markierung, habe ich hier, wenn Bianca fährt. Eine lila ne? Ja. Ich habe hier auch eine Markierung. Also eine schwache Markierung hier. Moin Rainer, ADAC. Willkommen mal Liveteam, ob wir es draußen zuschauen. Wie gehts hier? Jetzt. Rainer. Auch nicht schlecht. ADAC. Der reine ADAC. Der reine ADAC. Deluxe, Deluxe, Deluxe. Pianko. Wie gehts? Wie gehts gut? Wie gehts dir? Ja, mir gehts heute auch ganz gut. Dankeschön, Rainer. Das ist super, dass es dir auch gut geht. An deinen schönen Samstagabend, ne? Den anderen gehts auch hier gut. Der Tsunami gehts dir auch gut, ja? Hm. Sie kennt die Mission nicht, deswegen gehts dir nicht so gut. Ach, die Tsunami, die tüdelt immer ein wenig. Die hat Tüdelwasser getrunken. Hallo, ich bin ein geborener Pessimist, ja? Ich sehe immer alles schwarz und negativ. Tüdelwasser. 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 Ja. Ja. Ja, Carmen. Dann sag ich guten Hunger, ne? Bei Pesto. Pesto, Pesto. Bianca möchte auch gern ein bisschen Pesto abhaben. Ist die schon auch. Bestimmt dann so mit Basilikum, ne? Tsunami. Tüdel-Basilikum. Basilikum ist Kräuter und das ist gesund. Achso. Das ist zu gesund. Das ist zu gesund für Tsunami. Du würdest doch nicht ernsthaft sagen, dass du kein Basilikum hast. Das ist Knickelfutter. Sag mal, Klotz, was hast du denn für ne Freundin? Die ist ja ganz schön klüsch. Oh, ne. Oh, nu. Nu, sagt er. Gewohnheitsschaffe, wa? Oh, ja. Gewohnheitsschaffe. Kannst du auch schneller? Was mit schneller, Rainer? Hier müssen wir immer. Wahrscheinlich ich mit dem Auto. So. Wir fahren so, wie wir fahren können. Und, ja. Und, ja. Oder... Na, na, nee. Ich kann auch gar nicht fahren. Der kann eher fahren, wenn er meint, er kann schneller. Ganz einfach. Tadam. Hä, wie fährt man auch noch mal die Dinger rein, überhaupt? Da kommt noch gar nicht. Da kommt noch gar nicht. Kommt noch nicht. Ne. Also erstmal müssen wir die Dinger hacken. Müssen wir jetzt hier. Achso. Digga, gib mal Gas. Hä? Rainer? Halt die Backen da. Kannst du bei dir mitfahren, oder was? Wir sind am Laufen, Rainer. Da. Da. Oh, hinter dir Nanani. Achso, da oben. Nanani, geh auf. Ja, da. Sorry, sorry, sorry. Ah, jetzt hab ich's, ja. Oh. Gut. Oh, Entschuldigung. A bis C, D. Nanani. Ich nehm C. Achso, müssen wir wieder, warte. Ich nehm D. Ich nehm D. Wenn ich nehm C, dann nehm ich jetzt A. Ich nehm, ich nehm C. Dann nehm ich jetzt A. Ich nehm, ich nehm C. Dann nehm ich jetzt A. So, und was muss man jetzt nochmal machen? 4SWs Wecken. 4SWs Wecken. 4SWs Wecken. 5SWs 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 Wecken. Was denn? Daher hat gesagt, wir müssen die LKWs wecken. PSA, ok. Versuch an der Seite des LKWs zu fahren, um nicht abgeschossen zu werden. Ah, super. Ich glaube Armin hat das schon alles schon durch, ne? Ja. Oh, scheiße. Genau, um neben dem LKW herfahren. PSA. Was soll ich jetzt machen? Oh, scheiße. Ja, ich war... Wo ist mein verdammtes D? Wo ist der verdammte D denn jetzt? Warte, ich hab jetzt hier A. Oh, Mann. Oh, ich hab... Die reiht beide um das Heike Abzug. Hä, ich hab ja... Toll, es kommt davon, weil einer jetzt hier beim LKW ist und nicht jetzt, weil sie nie mehr wo D ist. Soll ich uns helfen? Warte, wir haben halt schon gleich für dich. Verschaffe um den. Hä? Zerstöre das Ziel. Ja, wie soll ich das denn zerstören, ey? Das war geil. Einfach abschießen, du hast ihn eingebaut und dann kriegst du ja ein paar Freunde. Hast du das Ding jetzt schon gehackt, Biddy? Nein, ich krieg das hier grad nicht hin. Oh, was muss ich doch mal? Warte, dann lass mich. Oh, ich krieg das hier nicht hin. Ich bin ja auch wieder auf dem Kopf. Ich krieg das hier überhaupt nicht hin. Das sage ich, sowas krieg ich leider nicht hin. Ich parl hier gerade gar nichts mehr. Aber das Ding ist, was wir schon direkt hier. Hä, ich gefehle. Zwei, nalt, vier... Dann müssen wir, glaube ich, abfliegen. Kommen wir dran, kannst du sein. So. Was jetzt müssen wir jetzt machen? Hä? Da haben wir, wer will nochmal? Ach so. Ok, warte. Wecker, so sind wir dann vier neue. Gut. Slami absprechen, warte. So, wer nimmt jetzt was? Ich nehme jetzt D. Gut, dann... D. Dann nehme ich jetzt A wieder. Ich hoffe, dass ich diesmal beim D ankomme. Irgendwann im nächsten Jahrhundertmal. Warte, jetzt nochmal. 3 Zuschauer gekommen. Oh, Nari, entscheide dich jetzt mal, wo ich hinfahren soll. Äh, da müsst ihr... X drücken. Drücken, ok. Ach so, hier nach oben kommt noch jemand hin. Nein, jetzt alle zu. Ja, aber du nimmst auch D, ne? Ich nehme jetzt A. Ja. Gut, dann C. Ich nehme B. Warte. Ja, ich nehme C. Ich nehme jetzt A. Habe ich jetzt. Ja. Das kannst du nur sehen, warte. Wenn du schon so klein bist. Die sind alle im Wasser und deswegen können wir gleich über das Wasser fliegen. Oh ja, ich bin da. Einmal mit Profis arbeiten, schreibt Rainer. Ja, wir sind keine Profis, keiner ist hier. Perfekt. Der soll mal die Backen halten da jetzt und sonst komm ich gleich durchs Telefon. Alles gut. Hast du das Telefon? Okay. Oh, Mann, ich kriege aufs Klappes Backen. Wie sagt Rainer, ne? Keiner. Bin eh selber eins. Ich ste- Ich stopte gleich irgendwas durchs Maul, dann hält er für ewig Kacki Backen. Oh, ein Un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un. Gucke, um zu schweben ein. Wie soll ich denn jetzt schweben hier ein? Wie hab ich denn gedrückt? 3x3x drin. Aaaaah! Schult. Aaaaah! Alter, wie stecken wir denn hoch? So, wo sind wir denn jetzt? Überm Wasser oder was? Wie steigt man denn höher? Ich weiß nicht, wie das auch... Wie du auch fliegt mit dem Auto? Äh, wie du auch fliegt mit dem Flugzeug? Wo ist die denn jetzt schon wieder? Au, scheiße. Hä? Oh Gott! Was ist das denn hier, ey? Doch. Oh, ich kann mit dem Auto hier absolut nicht umgehen, ne? Nee, ich... Ich bin auch nicht perfekt hier einfach... Oh nein... Oh nein... Was muss ich... Wir Männer machen das schon. Hä? Wie muss ich denn so was... Oh, ich bin grad am hacken. Ups! Kassos? Ja, der kann abgeschossen. Das ist wirklich das Ziel. Ja. Ja, und wie schießt man? Ja. Hab ich schon. Part 2 is in the system. Das ist das Ziel. Ja. Das ist nicht immer grad einfach so, ne, Rainer? Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Einfach den Knübel. So, hier we have it. The final source is in the system. Ja. 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 Einfach über Wasser weiter. Steigt das Auto auch mal höher oder bleibt es untersteckt? Also... Bei einem Flughafen wird das dann weitergemacht und dann können wir das auch vollfliegen. Ja. Das kann alles automatisch gehen. Wie schießen die überhaupt? Echt nicht. Oh. Ich kann ganz hinten, Bianca. Ne, wie ihr schießt? Achso. Auf L1. Und mit CL kannst du aussuchen, Raketenwehrfahrer oder Maschinengewehr. Das gehen wir alle schon hin, Bianca. Ja, dieses Auto hab ich noch nie geflogen, beziehungsweise so genutzt. Daher weißt du es ja nicht. Ja, ich hab's auch noch nie gehabt, siehste. Aber wir kriegen das schon hin. Trotzdem, Bianca. Folge zweimal, vier... Ich bin jetzt höher. Dreck. Was? Dreck. Dann kannst du Raketen schießen. Rainer, Frau am Steuerungeheuer. Nee, nee. Ich krieg das Auto nicht höher. Oh, Mann, ey. Ich krieg das Auto nicht höher. Ja, denkst du, ich? Ja, ich krieg das Auto nicht höher. Ja, ich krieg das Auto nicht höher. Ich krieg das Auto nicht höher. Ja, ich bin beim Flughafen, Schatz. Das geht nicht höher. Das ist mir so egal. Egal, 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 weil. Okay, Armin, ja. Bis dann, ne? Bis dann jetzt zum dritten Mal das Auto bei mir nicht höher will. Bei mir aber auch nicht, ne? Das ist ja echt... Oh, nein, nee. So, ich warte hier aber nicht höher hin. Ach, mal rede ich hier, wo Schlese ist. Was? Kübeln nach hinten ziehen. Versuche mal, dieses blöde Auto mal zu lenken. Oh, was kattlich. Dann weiß man, dass so blöde Flügel nicht in den Händen gehen. Wahnsinn, wir haben irgendwo ein Abwasserkanal. Ich kann nicht so sagen, wie ich da rauskommen soll. Dieses Auto mehr ist der letzte Müll. Ich weiß eigentlich wie man so'n Schrottdinge fahren kann. Ey, den wolltest du nur erst haben, weißt du noch? Ja, wusste ich, dass es so'n Schrotthauchen ist? Verdammt. Das ist ja nur bei der Mission. Weil sonst, wenn du den so hast... Sonst, das Ding ist reiht für die Mülltonne. Ach, Tsunami. Das Teil, sowas von der macht mit einem klopfen Bläden, ne? Ach, Kacke. Du sagst, ich fahr jetzt. Du hast keinen Bock, den ganzen Schrott hinzufügen. Den kannst du auch sehr fahren. Den kannst du auch echt noch mal durch, dass du fahren kannst. Hab ich auch gemacht. Die Mühe mach ich. Die Quälerei mach ich. Ich will auch ein Stück weg. Das Auto ist nicht... Du kannst kein Auto fahren. Wenn du meinst, Rainer... Er soll die Bakken halten und in ein Hotel gehen, dann hat er mehr Beschäftigung als bei uns bei YouTube zu nerven. Alles wird's gut, Rainer. Wie gesagt, kein Mensch ist perfekt. Dieses dumme Kind soll die Bakken halten. Fliegen kann ich grad nicht so. Soll die Schnauze halten? Danke, die Tür ist da. Sami, alles ist gut. Dann soll dieses dumme Kind anschaffen gehen, anstatt uns zu nerven. Mein Gott, wenn die das... Wenn die das... Wenn die das nicht... Wenn die das nicht... Wenn die das nicht passt wie wir fahren, dann soll er dich wegklicken und fällt. Du hast hier heute auch Plattmusik. Meine Fresse. Solche... Solche dummen... Ja, aber Tsunami sowas hast du leider... Kannst du öfters leider haben da jetzt so. Keine Ahnung vom Leben, aber warum kommen wir hier nicht? Hol... Hol, wir dorden alles. So... Was kommt jetzt? tenth Hammerbind. Na ja, jetzt müssen wir da hin, ne? Mit der Schlügel vielleicht. Ja. Und jetzt gehen wir gleich Fliegen. Aha. Ich helfe mir doch mal wieder. Auf dem Ding Fliegen. Ja, wir müssen mich nur beschützen. Jo, ich will zum Beispiel. Ja. Huffle. Soll ich eine Zonne hochschreiben, und jetzt wird sie Fliegen gelistet. Um echt zu beschwägen. Habe ich doch schon. Ja, und dann kannst du fliege. Auf dem Arm. Oh, was? In die F? Oh, ich kann gerade... Hä, wie kann man denn hochziehen jetzt? Oh, wo ist denn der Flieger? Ach da. Wir wollen jetzt so im gelben Bereich bleiben, oder was? Oh, hier ist das der... Ja, im gelben Bereich nicht mehr lange. Oh, Scheiße. Komm. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Vielleicht muss man da hinkommen. Äh, Rainer, wieso werde ich die ganze Zeit... Ich bin ein Zuschauer. Ja, alles gut, Rainer. Dann soll er mit seinen Korintern vorsichtig sein. Und ihn ein auf, ein auf hier. Angeber machen, er könnte... Er weiß alles, er kann alles. Oh, okay. Wie hast du solche bessere Sächer? Zwei geschlagen, okay. ja wir wollen wir noch mal ein gelux wurde was ja machen wir noch mal sonst noch mal ein stück hier liegen ach noch mal die autos fahren oder was wir jetzt machen hier ja bei schießen bin ich da nicht so gut am flugzeug zu bleiben versuche ich ja die ganze zeit schon ich muss nur lernen wenn man das ding höher kriegt irgendwie weil so sie so Ich hoffe, ich habe ihn geholfen. Ich hoffe, ich habe ihn geholfen. Das Auto kann ich trotzdem ruhig drehen, um die Leute abzuknallen oder was, kann ich trotzdem. Ich bin kein, was Rainer, ich bin kein besserer Wisser, ich lass mich nicht beleidigen. Ja, aber jetzt ist alles gut, Rainer, komm. Ich antworte auf solche hier alberne Menschen, das ist mir die Zeiten, der... Dann ist alles gut, jetzt, komm. So, drei Zuschauer willkommen, gucken, wo jetzt da hier gleich... Guck mal, ob ich die Hubschrauber an mir sehen kann. Hä? Wie das denn? Nochmal X drücken, ne, wenn du die Reifen aus Versehen ausgefahren hast, du darfst in der Luft rein X drücken. Aber wenn man in der Luft X drücken, dann ist Wasser. Äh, ich glaub, ich glaub, dass Daniel am hacken ist, ne, weil ich bin noch nicht ganz, ganz dran am Flugzeug. Ich war erst dran, aber bin irgendwie dann weg. Versuch jetzt gerade wieder hinzufliegen. Das ist echt schwer, die Mission, ne? Da oben sind die okay. Glaubst du? Ja. Glaub, ja, ne? Ja, ich bin hier gerade in Arbeit. Ich versuch jetzt gerade, muss mal da oben hinkommen. Die Hubschrauber, die jetzt hier sind, was ist mit denen jetzt, die rand lang fliegen? Ablösung, ablösung. Ablösung, ablösung. Oh, alles ist schön. Naja. Aber ich bin halt fertig mit der Hacken, das dauern noch mal ganz kurz im Moment. 94% da bin ich. Hä? 97%, 98%, 99%, sehr gut. Okay, we've got the download. Dataset complete. Now blast that plane out of the sky and let's all forget. Oh, jetzt das Flugzeug von Elmo, dann kommt ihr weg. Ja, he he. Ja, ich geh, Bruder. Warum muss ich jetzt hin? No, ja. Wir haben schon. Was hast du gerade gelesen? Ja, Rainer, wie gesagt, ist alles gut, ne? Wir wollen ja hier jetzt ein bisschen Spaß haben. Ich weiß auch, ob ich das machen will. Genau. Ja, komm, wir entschuldigen jetzt einfach und dann ist auch alles okay, ja? Ja, komm, wir entschuldigen jetzt einfach und dann ist auch alles okay, ja? wenn wir jetzt ein bisschen Spaß haben. Er entschuldigt für die Kommentare oder die Wörter, die geschrieben hat und du oder wir allgemein entschuldigen uns für das, was jetzt hier ist. Und dann soll alles tuti frohdi sein. Ja, genau. Wir müssen ja dann mal die Mission nehmen. Dann gehen wir euch. Arsch mal die Flügel rein. So. Wir werden wieder anfahren. Und wo müssen wir hier hin? Ich weiß nicht. Hey, wo? Ich bin auch noch gar nicht da drauf. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen in der 7. Rade. Ja, ich glaube, wir müssen in der 7. Rade. Entschuldigung. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier. Tiefgarage und dann, glaube ich, oben auf dem Dach. Ja, ich guck mal. Ja. Ich muss da erstmal rein. Wir sind da. Und du hättest auch hoch fliegen können, wenn man oben auf dem Dach ist. Also sowieso. Scheiße. Ja, die Kackfliegen geht mir auf die Nerven. Oh, scheiße. Nee. Ich krieg das nicht. Ich mach den Wagen kaputt. Äh, Rainer. Entschuldigung. Ja, alles okay, Rainer. Wie gesagt, wir schuldigt einfach alle. Und dann ist das Dach auch gegessen. Und dann, ähm. Na ja, haben wir Spaß. Ich muss sagen, glaube ich bin noch mit üben. Ich krieg das nicht mehr. So. Alter. Ja. Es hört. Ja. Mehr Ding schaff ich nicht, ne? Okay, okay. Ich hab schon so... Was muss ich denn jetzt dann machen? Ja? Abgeschlossen. Sehr schön. Tsunami, wir haben's geschafft. Tsunami, lächeln, lachen. Tsunami. Ja, Begeisterung hier, Mensch. So. Machen wir gleich nächste Mission. Tsunami, bist du Level jetzt schon höher gekommen und hast mehr Kohle gekriegt oder irgendwas. Ich find dieses Auto ja auch nicht schlecht, wa? So schlecht ist das gar nicht gerade. Joa. Ne, die Mission sind schon gut, so ist es nicht. Aber ich finde ihn immer mal sauschwer, ne? Wenn man das nicht so gut hinkriegt. Aber das... Ist eigentlich auch gut. Ja, aber kostet auch seine Dollar das da, ne? Ja. Und der muss so, ja. Der muss ja sowieso wieder mobile Kommandozentrale haben und den da aufrüsten zu können. Ja. Die mobile Kommandozentrale hab ich nicht. Also das Fahrzeug auch nicht. Gibt's aber ein Angebot, ne? Die mobile. Ja. Ja, aber du musst ja auch wieder einen Bunker besitzen oder irgendwas. Hab ich auch nicht. Ach, hast du auch nicht? Hast du auch? Nee. Bunker und Hangar hab ich gar nicht. Basis hab ich auch nicht. Ich hab nur Nachtclub. Ja, und mein Apartment und Motorradclub. Mehr hab ich nicht. Ach, ist okay. Boah, ich hab schon alles. Ich hab jetzt Nachtclub, Bunker, Basis, dann Koks, was zum Spiele ist. Gras. Ein Hangar hast du aber auch noch nicht, ja? Doch. Math-Plantage hab ich auch schon. Büro hab ich. Ich hab so gut wie fast alles. Bis auf das, was du jetzt hast. Dieses, ähm, Gigabyte-Ding, so wie's heißt irgendwie. Ach so, Terabyte, ja. Ja, genau. Das hab ich jetzt noch nicht. Aber sonst hab ich alles. Oh, alles tut es gut. Haben wir zusammen oder was? Ja, alles gut. Tsunami, ne? Tsunami will... Ich warte auf die... Entschuldigung. Ja, hat sie grad schon gemacht, ähm, Rainer. Sie hat grad geschrieben, sorry. Na? Wieder Ware verteidigen. Wir müssen Ware verteidigen. Ja. Tsunami. Tsunami einsteigen. Die Figur will ja nicht. Meine Ware wieder oder was? Ja. Oh. Ne, wir haben wirklich glaubt. Ich hab jetzt, ähm, Büro hab ich schon. Ich hab den, die Basis jetzt. Ich hab Bunker. Ich hab Koks, Gras, Neff, wie das heißt. Den Hänger hab ich. Ja. Ich hab jetzt 7, 8, hab ich jetzt alles fast. Ja, die Nami Kallen hat sich entschuldigt. Das ist, äh, das ist die hier, ähm, bei der Playstation ist. Genau. Die grad, ne? Sich dafür entschuldigt. Seine. Oh, was will denn dieses Mikro mal hier? Audio übertragen. Mensch. Alles tut dir froh, die jetzt hier. Ja, weiter los. Tsunami. Glaub's. Ich glaub, den hol ich mir dann auch. Schatz, machen wir's dann noch zusammen? Ja. Dass wir den dann verkaufen von mir, den Ding, hier, Kuruma. Verabschieben wir uns von denen. Ja. Ja, auch jetzt. Verabschieben wir uns. Müssen wir uns jetzt alle anziehen und dann verabschieben wir uns von denen. Ja. Ist richtig. Soll ich's auf den Friedhof bringen, oder was? Dann machen wir Autowerkstatt, äh, Autowerkstatt. Tsunami. So, guck mal Tsunami, es gibt dir jetzt was. Warte. Warte mal nicht. Doch, ich hab Tsunami was bei ihrem Schat gescheckt, ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Glaubst, was machen wir denn da? Der will ein bisschen überall bumsen. Okay. Okay. Mein Schatz, der nimmt alles gerne mit, wusstest du das noch nicht? Das macht Klops immer gerne. Ich dachte, der ist ausgerutscht. Ja, alles gut, Rainer, wie gesagt. Ja, Rainer, alles gut. Die Gerne immer sind da. Hallo. Halli, Halli. Halli, 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 Halli. Halli, 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 Halli. Wie viele Biancas würdest du kriegen? Halben. Guck, das ist auch meines, hier siehste? oh, schalte. oh, wir müssen ballern. ja, super. oh, schalte. eh, einer ist noch da. sterb, ey. tsunami, so wären wir keine Freunde. still den polizeitransporter alles gut alles gut alles gut alles guuuuut. ich bin gar nicht nix. oh, hallo? ich hab keinen Schuss. er ist mir vor den Flossen gelaufen. Ich stehe hier im Polizeitransporter, wo ist denn der? Irgendwo ganz weit in der Wallerhütte Ne, da vorne glaube ich, das ist da noch hoch Ja, meine ich doch, dass der Wallerhütte ist Machst du eine Motierung? Das ist da noch genau drauf zu Ja Entschuldigung, ihr seid schon die ganze in der Nähe Ja Das war das rote Paket da, oder? Ach da, ach da, ach da Glaube ich Und dein Spieler kam auch noch an der Nähe Ja Ich glaube, in der Mitte geht Ich hab mir jetzt den Wild Oster Gut, das muss wahr Wo willst du denn drauf? Nicht, 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 nicht zerstören Ähm, Nanani? Ja Was hat sich hinten raufgesetzt? Was machst du denn hinten? Was machst du da hinten? Ja, was machst du da hinten? Ich weiß nicht, die wollten hinten mal frisch aufschnappen, keine Ahnung Oh man Oh man Ja, ich hab einiges glaub's Ja, also man kann gucken, ob man beim Koks das machen kann, man kann beim Westamplage habe ich da irgendwie, ich hab Graspantage, ich hab Bunker, ich hab den Hänger, ich hab Büro, ich hab die Basis jetzt Ich hab den Hänger Oh man, mein Schatz Also Nanani, du bist echt versorgt Nein, wieso? Weil du versorgt bist Achtung Ey Bei dem klopst du uns ja mit, aber er fährt weiter Hast du noch nicht was benötigen, uns mal eben an zur Heilung mitzunehmen Na sorry, Mutter ist wieder her, ich hab hier unten Warte Er kommt doch jetzt Danke Jaka Wolltest du gerade die Tür zu machen? Also ich enthalte mich dazu Wollen wir gleich mal gucken, ob wir da was machen oder wollt ihr zweiter beim bei der Basis machen jetzt? Ich glaub's Äh, oh scheiße Wie alt seid ihr? Äh, Rainer, ich bin 27 Noch ganz ganz bisschen und ich hab die 600.000 Ja, siehste Ich brauch jetzt noch 1000 Dollar Ja Ja, ist doch gut, komm, wenn wir jetzt noch ein bisschen was machen wollen Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt Ja, beim Koks mal gucken wollen Bei der Gras Beim Mehrfahren-Plantage Oder sowas Ne, wir machen jetzt bei dir jetzt bei der Basis Ja Oder ist jetzt, war das jetzt die Abschlussmission gewesen bei dir? Ne, ich glaub ich hab noch eine, glaube ich Müssen wir mal hinfahren, bitte Ne, das war glaube ich die Vorbereitung Ja Da stand doch die Vorbereitung und auch so So Ja, dann geht's jetzt wahrscheinlich an die Hauptmission Gut Wie alt seid ihr beiden? Klopps, wie alt bist du? 33 Und schon haben die zwei Euro Kann nicht wahr, dann habe ich so wie ich 27 Von nahm, ihr hast doch schon mal auch mitgekriegt Ich bin genau so alt wie du, ist doch nicht toll? Ja Wir könnten die Geschwister sein, du Wir sind Geschwister, hallo So, ich spiel jetzt hier mal kurz Alice 19 hier und frage den Trainer Ja Ich bin 12 Okay Rainer Bist ja noch jung, ne? Ich würde auch nachher einen Zoll, dann kommt der schönen Ping Da freut sich schon auch wieder Achtung, das ist der Treckermann Ja Alles 19 Das ist der Treckermann Das ist der Treckermann Machst du Markierungen dann oder habt ihr schon Ich mach Ja Dann machen wir noch die nächste Mission von der Basis und dann können wir gucken ob wir denn irgendwas wie beim Koks dann was machen wollen, ne? Ob wir Ja genau, dann kam die Anfänger ja ein bisschen hier Grasstopper Kann sie erstmal rauchen Ja wieso, ich hab ich ja Sie können ja beim Koks, beim Grasstopper machen beim F-Plantage oder beim Bunker können wir wissen was machen vielleicht Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Kennst du das nicht? Ja geh auch Ja, Mann, ja, das Ja genau Weiß ich ja Mutter, der Mann mit dem Koks ist da Ja, Mann, ja, das weiß ich ja Ich hab kein Geld und du hast kein Geld Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt, siehste? Ja, nein, ich kann das Äh, cool, ich wäre auch gern zwölf Keine Arbeit länger Ferien Ich hab, was? Rainer, jetzt ist bitte wirklich gut, ne? Sie hat sich entschuldigt Und ich möchte nicht, dass du mir jetzt reinschreibst Ne, mit beleidigt oder so Weil dann musst du raus Weil da hab ich keinen Bock drauf Echt nicht, Rainer Mehr als entschuldigen können wir nicht Und ähm, ja Entweder du fällst jetzt ruhig Ja, also wer entschuldigen kann nämlich auch nicht Oder soll ich ihm durch den Telefon steigen Und auch mit ihr Knie ein Bett Quatsch, es ist gut Ja, man schreibt, klar ist jetzt auch gut Aber guck mal, was Rainer hat und schreib bitte Das geht auch wirklich jetzt nicht Ich hab mich entschuldigt mal Was soll ich ihm noch machen? Ich muss ihm Geld schenken, oder was? Alles gut, bis noch nicht So, wir machen gleich nächste Mission du kommst wie dich sa Seite will Lali die frage wer von uns hier hat wohl in den ohren da hast du das gehört was das haben wir rein das geht los so hallo du hast gefragt wer bohnen in ihr und ich habe nur die frage gleich beantwortet ja und er hat ja 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 klopft kann es mal eine nana in ruhe lassen die springt ja auch so raus kannst du jetzt mal eine nana in ruhe lassen muss man sich erzählen oder so ja mein schöner roter bunker eine rote basis mal nicht aber könntest du jetzt hier vorne ist necks von meinen schalter kannst du es jetzt hier nicht man muss ja etwas einstellen das wollte ich jetzt immer schon fragen dann kannst du doch hier kostenlos ich will auch wissen ob ihr es auch könnt ja also zunächst habe ich viel wasser die haben wir auch dann kommt das andere server farm das ist jetzt auch nach ja das haben abgeschlossen dann kommt das so kann man auch aufsteigen ja schon trainer nur weil fliegen will ne wurde mal ein bisschen fliegen wenn daniel aufhören würde man einander nicht stehe aus dem auto zu boxen den würde sie auch aufsteigen ich hab sie gar nicht aus dem auto zu boxen die frau war die frau war wieder zu fickerig und zu warten du kannst du kannst du kannst das auch mal stehen lassen bis die frau aussteigt her die frau war noch keine probleme die steigt immer mehr in der fahrt aus du bist so neig weil sie nur geil ist und du nicht soo tritt bei tritt bei es geht los es geht los jetzt gehts oh du scheiße das gibt gleich noch große schießerei hier ich kann das nicht ich wohl oh das ist nicht die mission wo man auch hacken muss ne ja ich kann das nicht ich geh raus tschüss dann tschüss ah wo brauchst du noch falsch der steuer streuner aber gerne mit peitsche die flucht der schleicher der rumtreiber was mach ich denn was ist denn not geil ich hab die flucht das ist ein mensch der gerne schnell aussteigt ja du hast du passt was hat ihr denn jetzt gemacht ich hab jetzt der streuner ich weiß nicht was man jetzt macht ich hab die flucht die jacke sieht geil auf du bist streuner ich hab das echt noch nicht gemacht warum ist der notgeil ja ich hab keine ahnung welche jacke da drüber stand mit notgeil na na ne welche jacke war nochmal notgeil oh ja wenn man das versteht du hast gesagt war es für notgeil was tsunami wir haben hier einen mindeligen zuschauer also ein bisschen zurückhalten er hat auch geschrien notgeil er hat gefragt was ein notgeil ich hab gesagt das ist ein mensch der schnell gerne aussteigen will genau und ich hab gefragt mit jacke du hast eine schnelle jacke anja steig in den akula ach der coca cola ist wieder da schnauze cola ist da und schon haben die zeigen wir jetzt alle hier ein oder wie geht das jetzt ja ne ja ja alle einstein der pilot hat den tarnmodus deaktiviert ok ja ich hab den tarnmodus aktiviert mach den tarnmodus nach das mach ich nicht ja schlaggedämpfte waffen also macht bitte keinen lärm ausgehörtschaft mach den lärm ich hab doch auch keine waffen geteilt schau schlug 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 so kann man es auch sehen ja das ich hab mich im hintergrund oha du 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 ey bei dir wird man ja flugkrank das ist so viel cola Aber die kotzen los, ne? Bist du schuld? Diese Mission, die hast du dich jetzt gerade angestellt. Ja, Rainer, danke für den Like, ne? Ja, da. Da haben wir auch dreimal vertackt worden. Ist ja nicht schlimm, dass du minderwertig bist, also minderjährig bist, ne? Komm her, heiße eigentlich auch. Nein. Zuschauen kann jeder. Genau. Ob jung oder alt. Ist scheißegal, hauptsache sie lassen einen Daumen hoch da. Auf Pfeilträger, oder jung? Wie gesagt, ein Däumchen ist ein Träumchen. SteiniPro, 829, moin. Komm, man, Livestream, wir schauen uns zuschauen, wie geht's hier? Kann ich mitzocken? Äh, ja, also erstmal wäre es ja besser, Nerv A zu schicken an uns allen, wenn. Und zweitens müssen wir gucken, ob du mitzocken kannst, weil ich weiß nicht, wie viele bei der Mission mitspielen können. Wenn jetzt wir schon... Vier. Vier, ne? Wir sind schon voll. Also wir sind leider schon voll, wenn es schon zu viert. Steini, bist du, äh, bist du von Marcel Martin, Steini? Ne, ne? Da hab ich auch bei Marcel Martin aber auch ein Steini gesehen. Okay. Ich habe sechs Wochen Ferien. Ja, das ist schön, Rainer. Das hatte ich mal, aber das ist schon länger her bei mir. Ja, das hat sich auch mal, leider. Ich wünsche, ich könnte, ich könnte als, äh, als meine Arbeitsurlaub auch sechs Wochen dranhängen. Hm. Genau, ich müsste zwei gedämpfte Waffen geben und zwei, drei, drei. Äh. Äh. Ja. Äh. Wollen wir die fünf Zuschauer? Habe ich denn jetzt so eine Waffe jetzt? Ja, ne? Ein Schaafschützengewehr zählt auch? Ach, ich war glaube ich, dass die Waffe ist. Warte, 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 da neben vorne. Ich war glaube ich, dass die Waffe ist, die ich jetzt hier habe, dass es die Schalldämpfe ist, ey. Also einfach hinterher kommen und dann, ich und Klops machen das schon. Okay, ja, aber ich habe die... Hey, ich komme mal hier runter. Ich glaube die haben wir schon mal zusammen gemacht, ne? Klops, war das nicht so? Hä, kommen wir hier nicht runter? Ja, das versuche ich ja gerade rauszufinden, Tsunami. Hier, 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 da ist das, da wo der gelbe Punkt ist. Ich muss ja nur eine Scheibe... Ich gehe mal eine rauchen, okay. Viel Spaß. Ich bin mich nicht raucher. Ich glaube, die kommt mir bekannt vor, was wir die mal gemacht haben können, früher. Hier, auf der Pläse 3 oder so. War einer, die Treppe? Ja, da war, da, mit, mit Klops war das. Ja, doch mit Klops, ja. Oder war das mit... Ja, doch mit Klops, ja. Hallo, ich versuche die Treppe mal runterzulaufen. Oh Gott! Tsunami! Ja, die ist runtergefallen. Ja, weil ihr keinen Klops sagt. Weil ihr da keinen Klops gemacht habt. Ja, aufpassen. Ruhig jetzt. Ah! Warte, äh, linksrum, ne? Ich gehe mal hier linksrum. Äh, aber Elektro... Zigarette, okay. 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 Ah, okay. Mit, glaube ich, mit denen geht das, glaube ich. Scheiße. Wieso? Keiner gehört. Gut. Hä? Also Herzmann wurde von Thorsten Naughty. Hä? Echt? Neustart. Ich glaube, ich habe gar keinen gesehen. Äh, XL Dark. Äh, Moldman Live-Team. Wir schauen, wie geht's hier. Ich habe auch eine. Okay, was denn? Ich muss so schießen, dass die anderen Leute das vom Augenwinkel her nicht sehen können. Irgendwie so haben wir das dann mal gemacht. Und dann ging das ja. Ja, dann halte ich mich. Ich glaube, Bianca, lass uns mal lieber dahinter in ammo verstecken sonst. Weil wir kriegen das nicht hin. Und dann bleiben wir mit dem Hubschrauber stehen oder so. Und die Jungs machen das sonst. Und drinnen geht's jetzt richtig los. Mit Schießerei. Ich weiß. Ich habe die ja auch wie ihr. Naja, alle habe ich die auch. So, warte jetzt alle einzeln runter. Toll. Klopps, du warst wieder voreilig, ne? Ja, voll egal. Und komm, geh runter da, Madame. Oh ja, und die hängen Kameras, genau. Die müssen wir glaube ich auch aufschalten. Ja, wo sind die denn? Ich sehe die ja nicht. Ja, die hängen nicht. Ja, die hängen nicht. So eine Kamera. Ja, ich weiß auch nicht, wo die sind. Der LKW-Fahrer, Steve. Bis wann zockt ihr GTA? Ja, das wissen wir nicht. Kann bis 10 sein, kann bis 11 sein, kann auch bis 12 sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir wurden schon mit deinem Text. Oh Mann, das ist doch scheiße. Nochmal. Ja, ihr müsst uns am oben oben bleiben oder so. Ja, dann bleibt jetzt oben, Bianca, komm. Nee, weil, ich habe ja... Ja, Bubsi Klops war das, aber es weißt du, ne? Diesmal war's Bubsi Klops. Ah! Ich hatte das falsche Gewehr. Ah. Wo du dir eine Brille kaufen? Gut. Also, Concentration. Wir beiden Damen bleiben oben am Hubschrauber und die beiden Männer machen das so. Und das müsst ihr jetzt hinkriegen. Ja. Dann lass die Torsten schießen. Aber wir müssen aber auch irgendwann reinkommen. Ja, wenn wir die draußen erledigt haben. Ja, du musst die draußen erledigen, Bianca. Und das gibst dir das Gewehr nicht hin, weil einmal sind da nicht die ganzen Menschen, die du umknallen musst, sondern sind auch leider noch diese scheiße Überwachungskamera. Und deswegen habe ich gedacht, es ist besser, wenn wir beide oben bleiben und die beiden Männer runtergehen. Die ganze Leute unten sind abknallen, sowie auch die Kameras abknallen. Und dann können wir nachkommen. Und dann können wir nachkommen. Aber ich sagte, eines drin ist es schon Hölle. Ich weiß nicht, ob du das echt hinkriegst, Bianca. Ich habe das einmal früher mitgemacht. Nee, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe nur einmal bei Daniel zugeschickt. Doch, aber ich habe das früher mal mit Daniel und mein Schatz bei Play-Dot 3 haben wir es gezockt. Das war richtig heftig drinnen. Also, ich warte, glaube ich, lieber da. Aber war das die Mission? Das war die, doch, doch, das war die Mission. Da haben wir die zu dritt gemacht, oder? Ja, aber die haben nur auf der 3. Mal gemacht, mein Schatz. Das weiß ich. Aber warum sind wir denn raus? Ja, weil wir über Neustart müssen noch. Das ist auch so. Zwei Mal wird so gemacht und das dritte Mal, wenn man da nicht schafft, wollen wir neu starten, wollen wir hinfahren zu meinem Bunker. Ja, das war eine Basis. Tsunami? 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 Näääääää? Tsunami? Waaat? Tsunami, warum hast du denn Selbstmord? Uppsala. Weißte Polen, ha? Ich habe überhaupt mal Geld abgegeben. Ich hatte mir gerade eine Mühe zusammengespart. Braucht ihr Hilfe? Ähm, ne, dankeschön, wir sind leider jetzt voll, wie gesagt. Aber nächstes Mal kannst du uns schon gerne bezorgen. Na dann, hier kann man auch was zu spänken. Dann bist du auch nicht immer voll. Ich bin immer cool. Bubi! Ja? Bin ich, ne? Ich komme nicht wieder runter. Ich hole mir gerade den Heli vom Dach. Ey, das ist Nanna! Ja, das ist... Wollt ihr mit Einstein klopfen, oder wollt ihr mit dem Hubschrauber fliegen? Äh, ich komme mit dem Heli. Okay. War ja klar, er fühlt sich für sein eigenes Ausdruck zu fallen. Nee, aber ich bin ja gerade hier oben. Mhm, mhm, mhm. Okay, mal gucken gleich mal hier. Ein Ding setzen. Wo ist denn jetzt hier die Basis? Ach, da ist die Basis. Okay. Das ist die Hupe, okay. Ja, es ist auch schon mal fünf Zuschauer. Willkommen auf mein Live-Team. Und viel Spaß beim Zuschauen. Auch außerhalb des Chats begrüße ich euch, ne? Äh, okay. Kann alle drei Akte auswendig. Deshalb... Ach so, okay. Wie gehen wir ab? Ich bieg ab. Nix hält mich am Boden. Oh. Außer... Ein Kerl namens Daniel. Wie klar. Alles blass und grau. Bei Tsunami. Nix hält sie am Boden. Denn sie ist ein Astronaut. Das wäre geil. Das wäre geil. Wenn ich ein Astronaut wäre. Ah, hier ist richtig, das ist cool. Warte, dann würde ich sofort meinen Job kündigen. Wer... Wer Astronaut? Ja. Ja. Was machst du mit Klopsy? Ah, der kann gerne anderen Job tun. Der wird um den Ubo-Tower. Ich bin Astronaut. Ich bin Astronaut. Was wär das? Hast du gesagt, mein Schatz? U-Boot-Taucher. Oh Gott, U-Boot-Taucher. Oh Gott, U-Boot-Taucher. Er mag ja gerne die Tauben. Weg da, Auto, Mensch. Hau an, das ist ein Urlaub. Lalalalala. Fingern Po, Mexiko. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Si muß Hayabuchi, Buchi, Buchi, Machen. Oh, den muss kämpfen. Ja. ja bitte fliegen sie nach links nach rechts nach rechts nach links nach links nach links rechts links 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 nach links hast du mal falsch hin zuorfen ja nach rechts machst du noch ein Pfeilescherm oder nicht 3,2,1 los die fliegen ab gleich sind sie gestorben ich hält Daniel am Boden ich höre den Hubschrauber hier er wirkt so blaß und grau bin so lange nicht geflogen wie ein Astronaut mann habe ich wieder her wegen ab schaffe kurve nicht aboden enrico richter mein live stream um zu schauen und einen wunderschönen samstag wünscht ihr ja auch siehst du da jemand fliegen pack mal hier rauf so hast du was getrunken nee wieso enrico man kann auch so spaß haben man muss nicht immer was trinken aber danke doch muss immer hackeblau sein lalulala schatz 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 noch einmal so blau mannys hallo 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 so aber gleich jetzt mal ein bisschen zu essen so einmal kurz snacks essen ich kaufe mir gar nichts was wir sonst kriegen meine 600.000 war nicht mehr vor ne pantherung habe ich euch noch an dann ablassen moin moin kommen live stream um zu schauen wie geht's dir jetzt sie gut so dieses service farm machen wir jetzt noch mal an oder was was machen wir jetzt ja ich meine gerade dieses service haben es jetzt noch mal machen oder was was du gemacht haben ja so service farm ja müssen wir machen noch nicht abgeschlossen ist noch kein häkeln dran danke ganz gut und die ja mit auch weit gut dankeschön einladung ist raus hallo hat er geschrieben ich hab dich gewarnt gehst mir da auf die auf die backen bin ja richtig ab tsunami habe ich doch gar nicht nö ich hab das doch gesehen also nur mit die schallwellen in mein links geschossen mhm klar mhm klar kunden vorbereitung okay aber wieder streuen nach so immer wird das so also wie gesagt wir beide bleiben oben bis die man das unhingen gekriegt haben na ja ist besser würde ich jetzt sagen weil die jetzt drin wenn ihr dritte reingehen sollten kannst kannst du ja mitgehen und möchte aber ich bleib lieber draußen ich warte lieber draußen ich weiß nur nicht ob ich hier in der schalldämpfer waffe doch die hast du am anfang hast du glaubt sie haben wir alle gleich wenn wir alle hochschrauber mit fliege und so weit wie wieder da sind hat jeder wenn angezeigt ich werde so eine dampfkacke da hat auf jeden fall ja kacke schalldämpfer also na na ne ich kenne keine waffe ja die dampfkacke heißt das ist ne neue waffe die hat das rausgebracht das ist neuer wie ist das wie ist das ist das Achso, er will nicht fliegen. Haben jetzt alle ihre Plätze gefunden. Ja, haben sie wohl. Wieso muss ich denn jetzt fliegen? Nur weil er Dükkatt? Tsunami fließt. Das heißt nicht. Quatsch. Ja, ich wollt nicht fliegen. Ich hab ihn nur auf Beifahrer gesetzt, weil ich dachte, da der fließt. Ja, nun guck auf der Beschreibung da oben, weil du da auf der Tarm-Modus einstellen musst. Wie macht man Tarm-Modus? Natürlich, wenn du aufgepasst hättest. Feuerkreuz nach rechts. Hallo. Sorry. Hallo. Nein, alles gut Tsunami, komm. Haben wir jetzt Tarm-Modus an oder nicht? Wir brauchen keinen Tarm-Modus, wir müssen nur zu der Basis setzen fliegen. Ja, du kannst auch was im Arm holen. Dann auf dem Dach der Regierungsbasis. Genau, weil du oben da landest auf dem Dach-Tsunami, dann bleiben wir auch da. Die Männer machen das erstmal draußen alles. Und dann, wenn die das so weit haben, kannst du auch mit reingehen. Aber ich warte dann. Nein. Weil ich weiß, wo wir es mal gemacht haben, das weiß ich wirklich, mit Klopfen mit dir mein Schatz drin ist, richtig viel los. Und wo red ich auch passend Tsunami. Ja, aber auf der Playstation 4, nicht auf der 3. Nein, auf der 3 auch. Auf der 3 haben wir es auch mal gemacht, bin ich der Meinung. Nein, weil auf der 3, da hattest du noch mal keine Basis nichts, da war doch schon eine Sache. Aber so ähnlich müssen wir damit trotzdem gemacht, bin ich der Meinung. Also, you guys find ja auch mal ein Dach. Also Nami kann nicht ganz gut sehen, at es gehelehmend. No, also. Achso. Didi-dı-di-di-di-di-di. Hopp hat's damit gleich geschafft. Über den Wasser... Dampf ablassen! Abo und Like ist am Start. Ja, Dankeschön! Dampf ablassen! Vielen, vielen Dank! Für den Namen, irgendwie voll cool, ne? Da weiß ich, wie der drauf kam, ey. Dampf ablassen. Jetzt hinst du, Mami? Ja, ne? Ja, ruf und triss ich ein bisschen, dann kriegst du's hin. Ist ja gut am Fliegen. Und mal vorsichtig. Okay, put her down! Carefully! You're gonna need that bird to get out of there! Ich muss sagen, es macht die Angersatzung schon ganz gut, ne? Ja. Ich meine, ich fliegen vielleicht immer nicht einfach. Ein Stück vor. Da geht schon. Ah, okay. So. Falls dein Team in Akula gestiegen ist. So. Genau, und das ist jetzt schon meine Schalldämpferwaffe, die ich hier habe anscheinend gewohnt. So. Also keine Waffe wechseln. Steig in Akula? Warum? Ich habe jetzt nur alle in der Main steigen kurz, weil ich bin schon vorausgestiegen. Ach so. Okay. Also alle in der Main steigen und wieder aufsteigen. Geht. Also alle in der Main steigen. Immer noch nicht. Knuse auch rein, ich glaub's. Geht jetzt? Nee. Steig in Akul! Steig nochmal. Jetzt steig nochmal! Mach's runter! Warte, wir dreh noch mal eine Runde! Zack, 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 zack! Oh Mann! Könnt ihr jetzt bitte landen? Ja, wir standen nicht ganz rauf, darum hat er das nicht. Ja, Entschuldigung, wer hat denn hier die Polizisten verlaufen? Alles tutti frutti! Opa! Kann ich jetzt aufsteigen? Jetzt? Weiter, ne weiter drauf. Steigen hin, na cooler. Warte bisschen. Oh, Leute! Doch, jetzt, 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 jetzt. Mann, komplizierter. Also langsam krieg ich die Krise. So, wie warten wir hier oben, ne? Schalldämpfer gewähren nicht. Wir warten hier oben dann. Bis die mir das hingekriegt haben jetzt. Und alles. Hast du nicht? Ich hab ihn ja. Kameras, müsst ihr mal gucken, weiß nicht. Du hast, du hast auch jetzt keine Waffe gewechselt, Thorsten, oder? Ja, ich hab, ich hab ja meine Waffe mit irgendeinem Schalter einfach oben drauf. So, ja, ich hör auf, ich hab mir die kleine Waffe gewechselt. So, ja, ich hör auf, ich hab mir die kleine Waffe gewechselt. Na? Was jetzt? Gut. Hey! Nimm dir die Treppen hoch. Wie gesagt, weil die Mission ist ganz schön nicht einfach. So, einer muss rechts oder links, ne? Klopps. Ich bin wieder, ich bin wieder oben. Klopps rechts. Hast du den Wachmann rechts? Hast du den Wachmann rechts? Die ist echt nicht einfach, die Mission, ey. Weil draußen nicht grad so auf Ritten viel ist. Ich bin rechts. Drei, zwei, eins, Schuss. Sehr schön. Gut, gute Timing. So. Ja. Ja, die sind immer nicht abgesprengend. Das ist immer das Gute, ne? Boah, jetzt zwei Wachleute. Okay. Ja, bei den einen musst du auch passen. Achtung. Und den anderen, der in den Rücken gekehrt hat. Ja, wie mein sie? Okay. Genau, jetzt kommt gleich wieder hin, mit den Kameran. Ja, gleich, kommt gleich. Geh in Deckung. Oha, Bianca. Ey! Hä, was hab ich denn jetzt hier, okay? Wieso bin ich denn jetzt unten? Ich weiß nicht, wie das passiert ist, Bianca. Ich hab nichts von gemacht. Ja, müsst ihr. Was muss ich jetzt machen denn jetzt? Äh. Warte, warte. Was stand da ihm? DJ Ollenburger. Du wolltest einen Sicherheitsmann animiert. Okay, dann hab ich eine Fehler gemacht. Was sagt? Oh! Wir müssen doch erst, glaub ich, die ganze Leute abknallen. Dann kannst du doch zum Auto, glaub ich, ran, ne? Wie muss ich, glaub ich, kommt mir wirklich bekannt vor. Au. 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 Tsunami hat so schmerzend. Aha. Wie hab ich hatte ich. So, beide Männer abwärts und wir bleiben rum. Abwärts. Ja, ihr kommt, ihr kommt gleich automatisch mit da unten zu. Ja? Wenn wir so weit sind, ja. Gut, wir bleiben hier, Tsunami. Ja, wenn, 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 wenn es um den Sicherheitsdienstzyken da geht, dann hier, jetzt ist das Automat. Ja. Ja, aber, aber bis ihr das da unten habt, können wir doch immer hier oben bleiben, ey. Ist doch besser. Hast du ihn? Warte. Es geht wieder los. Schalalala. Warte. Neue Runde, neues Glück. Das schaffen wir auch. Wir müssen uns dann vielleicht öfters wiederholen, aber das haben wir alles geschafft sonst. Mission. Ja, aber ich finde, je öfter man das macht und jede einzelne kleine Ferie wieder ausbügelt, umso besser weiß man, was kommt und wie man hier ein bisschen darauf geht. Ja. Das stimmt, ja. Oh, ich wollte auch gerade aufschießen. Kamera, lauf weg. Gott. Ich glaube, dass wir auch gleich, wenn die die unten abgeknallt haben, wo wohl alle dann unten sitzen, vor diese Kiste. Oh. Klops, rechts, links, rechts, links, rechts. Müssen wir die einfach abknallen. Äh, ich nehme wieder links. Dass die Wachmänner mal so reinhauen. Drei, zwei, eins, Schuss. Ja, klar. Sehr schön. Ich werde nicht mehr gleich wieder behutsam vorgehen. Keine Respekt vor den, vor die Armkinder. Was mit den Kameras eigentlich so? Die kommen uns gleich entgegen hier. Nein, nein, nein. So, und gleich kommt die Kamera. Was stand da, was stand da eben? Sicherheit. Wir gehen zum Hintereingang. Genau. Wir gehen zum Hintereingang. Und die Entdeckung steht jetzt hier. Ja, aber nach der Kamera, was stand da eben? Müsste ich da mal gucken. Schalte den Sicherheitsmann aus oder nicht? Doch, ich muss ja mal gucken. Wir haben gerade die Kamera gerade erst mal hier. Da kommen, da kommen ja zwei Leute anlaufen. Die beiden müssen wir... Hier, schalte den Sicherheitschef aus. Den Polizisten müssen wir aber auch schalten wo gleich. So. Durchsuche den Security nach Zugangscode. Okay. So. Vorsicht mit den Kameras, Leute. Warte, warte. Wir müssen irgendwas hier durchsuchen. Oh, oh, oh. Ja, ich geh wieder zurück. Durchsuche den Security nach dem Zugangscode. Da hab ich schon. Den Typen müsst ihr durchsuchen hier. Ja. Hm? Ja, hab ich. Ich hab ihn auch nicht hüten, leider. Durch den Portereingang. Geht seitlich. Ich will euch nicht seitlich gehen, ey. Oh, nee. Ich hab echt Schiss. Aufwachen. Kann ich jetzt hier lang gehen? Klops. Klops, komm mal zu mir. Hier sind nochmal zwei Weg. Ja. Warte. Rechts, links, links, rechts, links. Kann ich hier lang gehen? 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 Äh, ich nehm jetzt den. Den rechten? Ja. Drei, zwei, eins, Schuss. Woher muss er? Kann ich die Kamera aufpassen? Da oben? Ich seh die von hier auch schon, ja. Gut. Weiter. Oh oh. Eine Person kommt da glaube ich noch. Aufpassen. Imbus kommt da nochmal. Ja. Ich geh auch hier grad hinten hin. Waren wir denn hier links oder wollen wir in der Mitte durch hier? Ich weiß nicht. Begib dich zu einer. Links, links, links. Links, links ist auch noch irgendwas, ja. Gerade oben. Ja. Wir müssen wieder zurück gehen und dann in der Mitte dritten. Nochmal. Okay. Was ist das so schwierig? Nö, gehen wir ja nicht, ne. Wir versuchen unser Glück weiter. Ja. Wir haben über die Animation auch nicht gemacht. Und wir haben es geschafft. Ja. Oh. Aber eine Person haben wir auch nicht gemacht. Dann müssen wir am besten weiter außen rum, gleich bei den einen Typen da. Am besten, am besten zurück gehen. Und dann von hinten rum gehen. Gut. Ja, ja. Tsunami. Gut, Tsunami. Wir bleiben wieder oben und die Männer gehen wieder runter. Ja, wir können Kaffeekränze machen rum. Hallo. Gib dir das mal Kaffeekränzchen in dein Burschi. Kaffeekränze mit Küche oder Kuchen. Ah, na, 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 na. Was? Was? Da kommt Kaffeekränze in den Po. Haha. Oh. Oh. Oh, okay. Immer diese unappetierte Sachen. Ich hab'n wenn du ihn hast, ne. Na, 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 na. Hey. Mach' ihn? Hab' ihn. Was denn? Bist du, ihr seid auch nur solche Sachen gemacht. Willst du Kaffee in den Po, dann fliegst du nach Mexico. Na, na, nee! Dein Zuhause. Du bist also zuhause. Na, Sweetie? Nein, mein Zuhause ist die Psychiatrie. Achso. So, dann nehmen wir gleich wieder los von links. Ja. Na mein Tweety. So. Ich auch mein Tweety. Links, drei, zwei, eins, tschuss. Links greift geradeaus. Hier kommt die Kinder. Komm mal auf. Äh, diese... Okay. So, gleich kommen wieder zwei entgegen. Diese kleinen dünnroten Dinger, das sind bestimmt diese scheiß Kameras, ne? Scheiße. Äh, stimmt. So, gleich kommen wieder. Genau, nun kommt der Fläger mit den beiden Typen ab. Der Leiter der Sicherheitsabteilung. Achso. Geh in Deckung, ja. Na komm. Ah, jetzt hab ich das wieder, ja? Mit der Kamera. Ja, die beiden Typen kommen ab. Und die müssen wir beide gleichzeitig bei oben ziehen. Drei, zwei, eins. Nuss. Genau, ich warte erstmal. Geh, oha. Hier sind noch Kameras, Leute, ne? Denkt dran. Ja, darum dürfen wir nichts weiter vorlaufen. Ja, ich laufe gar nicht. Ich steh hinter hier. Wir bleiben immer hinter, immer hinter. Ja. So, ich muss vielleicht auch packen. Dann sind wir wieder links und rechts. Ja? Ich nehm wieder links, ne? Drei, zwei, eins. Schuss. Warte jetzt. Hier ist nochmal. Warte jetzt. Warte mal, eine Kamera irgendwo oben. Da oben. Ja, aber hier ist... Jetzt gehen wir nochmal zurück. Zurück, ja. Jetzt gehen wir zurück. Achja, hinten rum. Hinten ist noch eine Kamera. Denk, komm bitte. Geht gleich da dran vorbei. Ja. Ja, ich sag's euch das mal. Ich sag das mal. Komm schon, find die Seite. Du musst in die Serverfarm schnell kommen. Ich frag mich nur, wo die Kamera ist hier. Oh. Die ist hier irgendwo. Irgendwo ich gerade stehe. Irgendwo oben auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Weil auch im Tsunami. Oder hier? Ich glaub, du kannst ruhig mit, ne? Wo ist denn die Kamera? Ja, ich achte grad nur drauf, wo die Kamera ist. Da, wo Klopp steht. Da muss irgendwie Kamera sein. Ah, ist okay. Okay. Kann ich jetzt in Ruhe weitergehen, ne? Warte, warte. Oh. Wo müssen wir jetzt hin? Hier rein, Schatz. Warte, warte, warte. Hier, wo das Tor offen geht. Ja. Ah, da ist auch Thorsten grad drinnen. Vorsicht. Puh. Das wird schon ne ganze Aufblicke sein. Ja, warte, warte. Hier ist noch mehr. Pass auf. Okay. Da draußen ist auch noch jemand. Deswegen sag ich ja. Zwei Stück sind da noch Klops, wie gesagt. Das haben wir schon mal geschafft, ey. Puh. Kriegen wir schwitzige Hände irgendwie, ne? Da hinten sind noch zwei Sunami. Ich weiß nicht, ob die das Klops jetzt macht. Ich glaub schon. Oh, das ist echt ne. Hier, Durchatmung, ey. Da hinten steht noch einer. Das sehe ich von hier. Mach vorsichtig. Da hinten steht noch einer. Ja, Klops. Kopfschuss. Das war eigentlich uninteressant. War der eine? Ne, die müssen trotzdem. Die müssen alle weg, Klops. Alle. Ich weiß nicht, weil hier ist doch schon der Gable Punkt. So. Jetzt. Die ist ja weg. So, dann müssen wir jetzt mit dem Punkt. Glaub sie. Schweichausbrüche, ne? Glaub hier rein, ne? Ja. Jetzt geht's geballerlos, ne? Oh, oh. Jetzt geht's los. Aufpack. Ja. Jetzt geht's los. Mit der Hackerei oder? Oh. Faschlock noch, aha. Jetzt hol ich mir auch mal gleich erstmal ne andere Waffe anweschen. Ja. Pass auf sie, Nami. Jetzt geht's los. Genau. Pass auf. Bleib immer hinter hinten. Ach doch, das haben wir auch schon mal gespielt. Ja. Ja. Ich nehme C. Oh, ich weiß gar nicht, wie das hier hinkriegen soll. Äh. Ja. Nami. Du nimm C. Ich nehme C. C wie Caesar. Oh, was ist denn die scheiße Leute, ey? Hacke den Server. Ja, ich kann das nicht so gut, ey. Scheiße. Ich bin gerade auf dem Weg nach B. Bist du im Tsunami? Boah ey. Boah, wir knallen am besten die Blaumänner's hier ab, ey. Das ist das Beste, was wir können. Da hinten ist... Ah, okay. Okay. So. Ich bin noch auf dem Weg nach B. Aber da hinten ist ganz kurz. D, D, D. Oder kannst du das Tsunami? Ja, gerne. Äh. Oh, der ist ja schon weg. Oh. Wie sieht das mal so schön aus gut Glück, oder? Ja. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen, ne? Oh, warte. Was denn hier? Ah. Ich weiß nicht, ob ich das hinkrieg. Oh. Das ist ja eine von heute schon am Hecken, oder? Nee, ne? Nee, ich bin ja gerade am Versuchen, aber ich muss gar nicht mehr schießen. Oh. 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 Ja, ich drücke drei Ecken die Verbindung zu testen. Ja. Wege den Vorsor, okay. Also links müsst ihr den Kabel anschließen und dann müssen wir darüber ein Ding drüber anschließen. Wenn ihr alle Kabel angeschlossen seid, dann müsst ihr den müssen dann testen. Wenn ich... dann bin ich gerade... Oh. Bin gerade hier. Jawohl, Bami hat's geklappt. Nami, hast du geschafft oder soll ich machen? Oh. Äh. Oh. Oh. Oh nein. Und jetzt? Hast du geschafft? Ah, drücken und fliegen verbinden? Nee, schafft habe ich nicht. Scheiße. Oh, leider komm ich zu dir. Oh, irgendwie. Hä? Ich hab's geschafft. Und dann mach ich das hin. Okay. Oh man, ich dachte ich schaff das. Na, Nami, ist doch nicht so krank. Wieder lernt ich auch. Wie? Nein, klar. Oh. Oh, oh. Da hat jemand gerade geschossen oder wer war das? Ja ich bin ja gewaltig am schießen. Sie waren blau Männer hier. Okay Ich hab ihn schon in den Hohen geholfen Ich bin eigentlich nach vorne so nah, wie denn? Oh! 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 Super, ey! Hä? Hä? Das hat ihn jetzt gestorben. Ja, deswegen nochmal. Ja, schon, wir bleiben ganz oben am besten. Lass es die Männer machen. Das ist besser. Ja, oben kommen dann die Blommeners auch. Ja, aber ich meine jetzt, ich meine jetzt ganz draußen warten lieber am besten wohl. Der kommt dann automatisch mit rein, wenn wir reingehen. Ja, dann müssen wir eben, dann müssen wir halt oben warten, wo ich einer ledigst hab. Müssen wir gucken, was wir machen können. Achso, du meintest, dass sie denn da oben in den Tower bleibt, also in den Turm, ne? Ja, irgendwie so, dass man da sich verstecken kann, weil sonst... Äh... Ach Gott verleihend geht das hier weiter. Entschuldigung. So, ich geh wieder nach D, ne? Gut. Ja, ich redet auch wieder nach D, ne? Ich meine, hier oben bleiben, ob das nicht geht einfach. Bleiben wir jetzt hier oben, ne? Wir müssen zwar hier aufpassen. ah bleiben wir hier oben zu nahmen ist besser kannst du am besten immer ganz gut durch rennen ja stimmst du oben können wir aufschießen ne ja das ist besser dann verteidigen wir es so am besten wenn das bei euch beiden so ok ist ne ich will jetzt mal hier oben bleiben keiner von den beiden okay man kann man da und da schluss man kann man da und da schluss man kann man schluss Ja, das ist gut. Jo, jetzt habe ich es. Okay, Hacker ist fertig. Der schon. Alle Navi war auch schon fertig. Ich könnte ja, der war gut, ne? Jetzt können wir jetzt nach A. Nimm gegen Aura, nach Aura, nach Aura. Ich muss Aura zunächst, wenn wir gerade in Aura sind. Die sind Aura. Nimmst du Aura oder nimmst du B? Ich nehme B, ne? Oder nimmst du A? Er wollte euch A nehmen, hat er gesagt. Panzerung, äh... Ne? Ich muss ja mal einmal schwere Panzerung anlegen. Wie bist du jetzt? Ich bin jetzt Richtung B. Achso, ja, ich bin ja Richtung Aaaaaaarschloch. Äh, A. Arschloch. Moment, ich muss mich in Konzentration. Was? Wozu gesagt, Arschloch? Nimm jetzt, komm. T attribu bastante einfach. Auf NDR jetzt noch mal. Ndam??? So, du hast schon fertig? Nö, so schnell bin ich auch wieder nicht. Ich bin doch nicht mehr bei A angekommen. Keiner von denen. Hm. Ah, das kann Klopp sich ja beschützen unten, ne? Wenn die gleich raus geht. Geschafft. Ah, ich noch nicht. Bei mir dauern noch kurz. Ich werde mir nicht damit, wenn ich das bin. Also, ich bin da ein bisschen zu sehen. Ja, ich bin da ab, ich bin der einbogen. Das ist nach dem, also. Das ist der Moment, Leute. Ich bin der Bedeutung nicht in der Zeit. Ich bin der Bedeutung. Ich bin der Bedeutung nicht. Das ist das, wie ich da bin. Ja, ich bin der Bedeutung nicht. Was ist das? Was ist das? Ah, schön! Sie haben den Elf gesagt gerade... die kamera so in der rat nach anbieter ich kann ich kann diese egoistik über die treppe ja ich glaube es hat geschaut rein 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 ab in den fach holen ja schönes ding jetzt müssen wir ein bisschen draußen zusehen dass er wegkommt draußen geht es jetzt richtig los oh vielleicht hast du es schaffen ich bin pessimist und sag nein oh oh fernamisch das ist ist das ist das das ist das Ich auch. Ah? Nochmal? Ja. Wieso ist das denn passiert? Draußen. Wir sind abgeknallt worden. Ich hoffe, dass wir wieder einen scheiß Computer hacken müssen. Ne, müssen wir nicht. Wir sind jetzt draußen. Also. Wenn wir einen bestimmten Teil bestanden haben, dann fangen wir auch dort wieder an. Ey, ich halte mich im Hintergrund und jage die ganzen Heli. Doch. Ja, wir müssen rauslaufen, ne? Ich weiß es jetzt nicht, was kommt. Oh, man glaubt doch mal schneller hier. Also. Oh. 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 Oh, toll. Ich weiß gleich, wo es hier lang rausgeht, ey. Verlauf mich hier. Einfach geradeaus. Nein. Einfach geradeaus. Scheiße. Irgendwo muss ja die Treppe kommen. Oh. Muss er mich hier hin spawnen, oder was? Die Pissenecke. Oh, Mann. Ich gehe los einmal laufen. Oh, Mann. Oh, Mann. Halt, Mann. Oh. Oh, Mann. Ach, yes. Ja, bei den Gerangel konnte ich jetzt nichts sehen. schafft man das und den ganzen gerangel konnte ich nicht sehen wer jetzt wohl und kann auch gar nicht richtig auf die strenke steht nur geradeauslauf richtung gelben punkt mehr brauchen wir machen das weiß ich auch schatz nur auf der treppe da kommen die blödmänner von oben uns entgegen geschnall so wieso habe ich jetzt die blöde doppel-doppel-action da in Ordnung ja polin chum ja polin chum ja ja also ich halte mich im hintergrund und jage die ganzen helis die luft ich bewege mich erstmal vor wenn da ruhig ist ja verstecken wir uns kann man sich nicht verstecken ja 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 ich halte mich im hintergrund und auf die jungen schießen als dass ich da irgendwie wieder verbrauche ja ich halte mich besser im hintergrund und auf die jungen schießen als dass ich da irgendwie kürzlich da wo ist denn hier die steig an den akkuder ok ja wir haben das zu hoch jetzt ich hab mir die treppe nicht hoch So komm, wer kann jetzt fliegen von euch? Warte, warte. Ja, ich nicht. Ja. Warte, warte, ist er doch, oder? Ich bin da oben, ja. Ja, ich auch. Okay. Sind alle da? Ja, ich bin jetzt auch schon drin, oder? Ja, ja, so schön. Ja. Ja, gab es noch einsteigen, glaub ich, oder wer ist das da? Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Oh Mann, das war echt ganz schön, ne? Oh Mann, meine Hände, ey. Wir können stolz auf uns sein. Boah, ich glaube, wir müssen noch was trinken hier, ey. Ja, ich muss mir auch mal einen Becher voll holen. Wie kam da jetzt? Ja, ich glaube, du kannst ja einen Becher holen. Ja. Wir fliegen jetzt mal. Hallo, mein Paulinchen. Wie ist das denn los? Echt? Ja? Wir haben es geschafft. Guck mal Paulinchen an. Ja. Hallo, mein Paulinchen. Ja. Hallo, mein Paulinchen. 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 Ja. Halleluja. Ja. Ja. Halleluja. Ja. Ich hol mir jetzt einen Becher Kaffee als Danke für uns. Krieg ich auch einen von dir Tsunami? Entschuldige Kaffee. Ja, ich soll den Telefon schieben, ja. Ja, schieb mal durch da. Komm, Paulinchen. Aber ich glaube, da ist die Tasse nicht mehr heile. Soll ich uns anrufen versuchen, oder was? Ja, hab ich schon für die ganze Zeit besucht. Funktioniert nicht. Oh, okay. Cool, so wohl es wäre. Alles. So, das habe ich mal geschafft. Das ist sehr schön. Guck mal, was die nächste ist, die unsere ist. Oha. Thorsten, Bronze, Silber, Gold, Platin, okay. Was ist der Unterschied, wenn man Platin, Gold, Silber oder Bronze kriegt? Ich glaube, das Platin ist das Beste, glaube ich. Oh, okay. Ja? Ja? Was ist der Leutmann? Dann kannst du was essen. Und noch ein bisschen was drinne, oder nicht? Kati? Ja. Ein bisschen ist doch noch drinne, ne? Also, Hapi, Hapi. Ja? Hapi, Hapi? Ja? Willst du so herrchen gehen? Dann geh mal da her. Schätzi, bitte. Ja. Schnuffi. Schnuffi, schnuffi, hm? Ja? Alles gut. Schätzi, bitte. Guck mal da, Schätzi. Da ist auch herrchen, ja. Es loodet und loodet, es loodet. Hashtag aktiv. Schatz, Ballinchen ist da. Guck mal da. Hier. Da auf der Seite. Hallo Ballinchen. Ja? Komm hier. Leute! Leute? Leute? Ja? Wie los? Ich kann mein Büro kaufen. Ja, ist doch gut. Ich muss eben was geschäftliches unternehmen. Ich muss immer Büro kaufen. Nein! Oh! Oh. Jaaaaaaah! Ich weiß... Büro gekau. Und wo? Da, den gleichen, den Dany auch hat. Ich muss jetzt nur noch Geld sammeln für die Innenausstattung. steck doch mal ein da madame. also dass ich mir die innenausstattung leisten kann. ja. ich hab mir jetzt erst mal nur das gebäude gekauft. das ist doch gut. ich hab's erledigt. ja derjenige der im auto sitzt ist das nicht. das ist jemand anders. also der typ der jetzt im auto um uns herum fährt ist es nicht. das ist jemand anders der dauernd kriegt trotzdem eine rein und der den unterscheidt gerade drüber liegt. ich krieg trotzdem eine vor der simuliere schüsse. ach du. ach du. ach du. ach du. ach du. aber ey es ist doch gar nicht gewesen, weil es ist ja nicht mit diesem flugzeug da. naja jetzt kommt er leicht dahinter. aufbaut. naja der mit auto war's schon. da hab ich auch immer mitgenommen. und der andere der auf dem torrott, der macht das. das war der mit seinem bett. das war der mit seinem bett mobier, oder nicht? ja der war's auch. und der mit auto, der hat auch uns. also mich und klops. umgebracht. wunderschöner mimi. ja der in grün hallo ist ja trotzdem platt gefahren. okay mimi. ich auch mimi. ich auch mimi. ach komm ich denn jetzt drauf weg ist. ich hab den jetzt überhaupt dann bekommen so. ich weiß es nicht. ich war ja noch an den kaffee eingeschenken. ich glaub es sind 20.000 haben oder was? egal. ich komm mir mein büro kaufen. jetzt muss ich nur noch geld sammeln für die innausstattung. ich muss mir einfach meine kurze hose umziehen. aha. dann muss ich geld sammeln für ein speziallagerhaus, damit ich auto handeln machen kann. ach so, deine tatsache angezogen, ja. ja. so und jetzt gleich die andere mission. das ist dann die abschluss mission, oder was ist das vielleicht dann? glaub schon, ne? ja, die abschluss mission. wusstet ihr eigentlich, dass der computer ihr eigenleben führt und sich gegen ihr diesen typen darstellt? nee. der computer, der dauernd befehlt, der dauernd mitspricht, der gibt, der hat ein eigenleben führt, einen eigenen plan gegen lässt und seinen erschaffer. aha, okay. so hab ich das glaub ich bei den anderen, bei irgendeinem online spieler, wo ich mitgeholfen hab, da hab ich das gesehen, dass der, der computer, bei dem wir die ganze mission gestartet haben, äh, 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 einen hinterhaltigen, intriganten Plan führt, gegen seinen erschaffer und läster. okay. ja. 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 da bin ich nur zu überlegen, na, wie ich das mache, wenn ich nachher den zölten schon kaufe, ob ich den in diesen pink mache, was ich vorhin hatte. oh, dieses helle. pink. rosa da mache, weißt du, dieses helle. pink. pink. ja. so wie. zartes rosa. so ein zartes rosa. meinst du, so wie mein Auto, wie mein Kuruma noch aussieht, diese Farbe? pink. ha. ha. ja. der hat uns ständig, der hat uns ständig, der hat uns ständig attackiert. ja. da hat er ja gar gemeldet, sein heli. also ich hab ständig gemerkt, wie jemand von uns hier von hinten mit dem Lenk, äh, abgebombt hat, da. ich hab das auch gehört, dass ich ständig gestorben bin. ja, ich wollte mir ein Auto mit geschliffen, ey, von denen. was? hm. was bekommen? was? hm. der grinnische VIP hat die Sitzung verlassen? wer? hey. bum bum? ja. was bekommen? wer Sitzung jetzt verlassen? hä? was bekommen? keine Sitzung. so. ach so, ja. ja. da glaub ich auch mal mit rein, ich hab keinen bock immer draußen zu stehen. das gehen die Leute mir wieder auf die Milch, oder? kannst du jetzt Snacks auffüllen? oh ja. das will ich auch. was? Snacks auffüllen. was? ich hab genug, ich hab nicht keine. hast du aber, als Sekretärin kannst du ja auch kostenlos Snacks machen. ja, mach ich auch gerne mal, auf jeden Fall. die hat mich keine Snacks. das ist eine gute Entscheidung. schwere Panzerung hab ich gehabt. den letzten. hat sie erst Snickers kaufen. yay! wo ist die komische Tante gerade? das weiß ich nicht. ach hier. wo ist die Tante? da wo ich grad stehe. gut, da bin ich jetzt weg, dann habt ihr... äh... ich muss erst mal dahin kommen. zeig ich hab sie das bestimmt. gut rein muss, Bianca. ich hab die, ich hab so ne Basis schon lange nicht mehr betreten. darum muss ich erstmal mich wieder daran erinnern, wo alles ist. weil sie auch schon so rot aussieht, ne? ne, ich war, ich hatte schon mal eine Basis gehabt damals, aber ich weiß nicht mehr, wo sie alles befindet. hierher zu mir. ey! hey! ahhh! okay, Tüte runter, oha. der verkraftet mein Leben nicht. kann ja mal, Alter, mal richtig voller, voll machen. Thorsten klaut mir mein Geld bei Event. na na, die klaut mir die Chance, mir, mir fressen zu holen. das kann ich gleich noch machen, ich weiß jetzt, wie riss das hier. Daniel klaut mir die Chance, mir, wenn du den Kohl und zu kriegen. haaah. 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 Wer ist da im Sammeln? Zappeln! Ach, das ist gesabbeln, das ist babbeln! Finde ich! Der ist ja nacht! Ah! Natürlich! Natürlich! Es ist jetzt! Es ist jetzt! Die Welt ist klar, die Daten ist klar! Es ist jetzt jetzt! Die ganze Departement ist dabei, mit Fleisch und Salad zu spüren, damit ihre Basis kann permanent geschlossen werden! Wir beide sitzen da ziemlich freizügig! Ja! Dann darf ich auch schön hinter euch sitzen zu gucken! Nein, nein! Das meine ich ja nicht! Ich und Nanani sitzen da breitbeinig! Ja, aber ich und Nanani sitzen da breitbeinig! Ich weiß ja nicht! Oh, was ist das? Obwohl wir einen Rock anhaben! So! Ich gehe jetzt erstmal meine Süßigkeiten kaufen mit Voreinander! Nehmen wir die Chance, Klaus! Ja, dann mach das! Ich weiß nicht, was ich jetzt verkopp, aber er loadet nur noch! Die Mission zu spielen, setze deinen Fortschritt für die Herausforderung der Loyalität zurück, bist du sicher, dass du fortfahren willst! Wo ist denn die Tante? Wollen wir das jetzt machen oder nicht? Ja! Als auf ja! Äh! Ich will in diesem Gottverdammten Laden die Süßigkeiten haufen nicht! Wo bist du denn überhaupt ganz reiß? Du bist ja ganz verkehrt! Tsunami, wo bist du denn am reißen? Hallo, ich will die Süßigkeiten hauen! Ja, ich bin vor dir hergelaufen, aber du bist in eine andere Richtung gelaufen! Machen wir danach Tsunami, komm! Der muss auch folgen! Tsunami, das machen wir gleich! Ich hasse die Basis! Nein, und jetzt ist Schluss! Doch, ein Meckerchen und zieh dir deine Ohren lang! Bis zum Fußboden! Cool! Ein Meckerchen! IAA! Hast du auch angenommen? Hast du noch deinen Livestream oder noch nicht? Nicht mehr! Nö, ich habe aufgehört nach vier Stunden! Achso, ja, das reicht ja auch! Ohne was zu sagen! Das musst du sagen, musst du sagen, musst du ja noch lernen, ne? Bist du nicht mit drin, ne? Ich bin mit drin! Ne, ich mein, du, Schatz! Kann halt, bin ich ein Ladebildschirm! Schatz hat auch verlassen, hä? Hä? Ich auch! Hä? Hä? Meine Freunde, so! Warte mal, es fängt ein! Und klopfen! Moin! Haben wir ja auch aufgehört, ich mit mir bauen! Ja nun, habe ich, nun geht's von mir! Hä? Da bin ich! So, jetzt tritt er bar! Ich muss nur noch auf... Weiß, du hast auch ein Handy öffnen, ne? Und nennen! Ja, namigfalls! Eingeladen! Ah, tritt bar! Okay, warte! So! Spielen! Alle da! Fertig! Nicht lange schnacken! Kopf und Nacken! Die Daten! Hä? Die Datenleck! Die Datenleck! Die Datenleck! Ja! Was muss ich jetzt machen? Oder mach jetzt hier das? Äh... Diese ist der Bildschirm für das Rollbefall-Finale. Hier kannst du... Okay! Kann ich jetzt hier starten? Aber was ist jetzt hier los schon wieder? Bereits! Ich bin bereits! Ja! Tsunami nicht bereit? Ich bin jetzt bei mir nicht! Ich kann nichts machen! Drücken wir auf das X! Ja, aber ich krieg hier grad ne Ein... Aber ich krieg hier grad ne Einblendung! Also ne Einführung! Ich krieg hier auch erst ne Einführung! Weil wir haben das ja nicht! Den Basis nicht! Deswegen kriegen wir erst ne Einblendung! Ich bin umkommst du da! Okay, jetzt! Starten, ne? Ne! Warte, warte! Oh! Ab jetzt! Aber die haben jetzt bereit! Ja, ist auch gut! So! Bereit! So! 650.000 Belohnung kriegen wir dann, wenn wir das geschafft haben! Oh Gott, wir das schaffen hoffentlich, ey! Ja! Bisschen Concentration, dann ist gut! So! Ihr müsst starten, ne? Also na na! Ihr müsst das ja glaube ich starten! Na na! Ihr müsst starten! Ich hab schon gestartet! Aber weiter steht in 1,42! Wir kann nicht machen! Achso! Dann müssen wir bestimmt noch warten, oder? Oder guck! Du versuchst mal mit meinem Schatz! Ich kann wirklich nicht! Bitte du weiter! In 1,60! Das muss auch bereit sein! Bupi! Jetzt erwarten wir's mal! Ist das normal? Müssen wir warten, Marc! Dann drehen wir nen Kaffee! Ja, das kann sein, weil wir die andere Mission ja gerade erst fertig waren! Also jetzt immer mal zu warten! Wollt ihr niemand schaue? Ich kann gerade nicht so lange... Oh je! Kämpft euch, Düschen! Star weiter! Abändern! Verlassen! Die Opel! Profilen sehen! Übersicht! Überwachung! Karte zum umsehen! Und navigazieren! Da links! Da links! Da links steht nun weiter! Dann kannst du auch schon noch einstellen! Da meine ich ja gerade! Weiß nicht, was das ist! Du hast auch ne Basis, Mann Schatz! Du hast auch ne Basis, ne? Ich will nach Hause gehen! Ich bin nach Hause! 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 Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... So komm, Steilermanns! 1, 2, 2 Minuten noch! Warte mal gucken, wie viel Akku mein Telefon überhaupt hat! Begebt euch zur IAA Basis und dringt dort ein! Kämpft euch durch die Gegner! Findet, dass die IAA-Service gehackt werden! Treff euch mit dem... IAA? Ja, mir egal! Wir freuen uns auf den Agenten-Schein! Jetzt geht's! Siehste? Oh, das sind wir hier! Mit Gefecht! Das machen... Lassen oder was? Ich finde ihn das auch für geil! Ich muss ja mal mitstecken, hier! Iiii! 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 Ich hab mir was sagen können! Nö, ich hab dir da! Aber das wolltest ihr nicht! So! Er ist bereit, oder bereit! 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 Nein! Tablet soll's ja ruhig haben! Ich soll ja eh mit Blüten! Siehste, also beschwer dich nicht! Hast du dein Handy auch klar! Achtung! Wird hochgefahren! Wie bist du da? Iiii! Der kommt hoch! Oh, Mann! Das hab ich nicht gesagt! Doch! Du hast gesagt hochfahren! Toast, aber wohl ich nicht, oder? Du hast auch gesagt Achtung, jetzt wird hochgefahren! Ja, der kommt hoch, pass auf! Oh, Mann! Du hast gesagt Achtung, jetzt wird hochgefahren! Gib dich! Du hast gesagt Achtung, jetzt wird hochgefahren! Faustami, komm mal mit meinem Auto hier! Du brauchst ein bisschen zu IAAA! IAAA! Ich auch! Wir fahren damit! So, komm, einsteigen jetzt! Okay! Was glaubst du dir da? Ja, ich weiß nicht! Das ist das erste Auto! Ich bin noch mal verstanden! Was glaubst du dir an der Cover hier? Oh! Mann, komm mal raus! Nein, wunderschön, wunderschön, wunderschön! Das letzte Mal fährst du mit dem Kuruma! Da kommt der Entschuldigung, Bianca! Der Pink Lady! WAAA! Also du genießt! Ich will aber hoffen auf meinem Controller noch so lange durch, der ist! Bianca, genießt es noch! Im Schüssel mit dem Kabel hier an! Auch in derselben Farbe, ja! Hat's doch kein Kabel, oder was? Ja, hab' ich! Ne, der hat ja kein Handy! Wenn ich jetzt Controller wechsel, dann fliegt der auf der Sitzung! Ich hab' da grad eine Klaufe abgebildet! Wie viel hat der andere denn? Hier, das ist oben im Volk! Aber ich kann das jetzt nicht wechseln! Ne! Ich muss noch raus! Sag ja, ist immer besser schön mit Kabel anschließen, ne? Klops macht auch keine Kabelage! Ich weiß, das ist auch neffig! Ne, ich mach's auch nicht so gerne! Aber ich mein, wird man keinen... Ja! Also mein Controller ist jetzt voll, also... Der hat auch paar Balken, ja, aber... Es reicht noch dicke, bis die Mission vorbei ist! Na klar, aber ich mein, manchmal ist Kabel da doch doof! Aber ich mein, du hast es dafür gut, wenn das Kabel drinnen steckt, in den... Ne? Dann kannst du genug aufladen! Und... Kriegt der Controller genug Saft? Und dann kannst du auch nicht spielen! Oh, das ist wieder ne Vorstellung, ne? Das hier ist Kopf genug! Kriegt er genug Saft! Ja, kriegt er genug Saft! Hallo, der Controller braucht genug Saft und Flüssigkeit! Na, na, nicht! Ja? Ja? Tsunami? Mousy? Wo wollt ihr Lady? Da musst du Nanali sagen, die lenkt mich ab mit den Kugels, perversen Wörter hier! Okay, konzentrieren jetzt! Machen wir gerne Quatsch! Ja, genau! Lass deinen Saft da, wo's ist! Das ist der Saft bleibt bei mir, keine Sorge! Oh, die Pfeffer! Ja, ja! Ne, jetzt musst du es auch schießen, ne? Jetzt wird er doch schießen, ne? Oh, ne, jetzt wird er doch schießen, ne? Ich hab wieder in die Kamera gesehen. Oh, ich find's da. Nee, nicht schon wieder hier. Oh. Ach, wir müssen jetzt hier baller, 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 baller. Was soll ich denn jetzt schon wieder hier drin, du? Wundballern. Du musst aber uns langsam vorarbeiten, ne? Immer entdecken gehen irgendwo. Ja, du und Herr Düka läuft mir ja ständig vor die Füße. Ja, ich muss da eben weg mit dir. Ja, aber wenn ich grad am Schießen bin, dann kann's doch nicht mit euch vor die Füße laufen. Okay. Langsam, warte, hier ist noch jemand, glaub ich. Ich denke da an RETS stehen auch welche, ne? Manchmal. Ja, deswegen geh ich ja vorsichtig. Also, die Säcke stehen immer auf der anderen Seite drauf, ne? Äh, PS4. Ja, PS4. Ich kann leider den Namen nicht aussprechen, sorry. Aber wir kommen immer einen Livestream. Mein Name ist ein bisschen schwierig. Oh, wieso stellt meine Figur sich jetzt so hin, dass es blöd aus ist? Meine Figur macht auch nicht das, was ich will, ne? Wohin Name ist gestippt. Zunahme ist gestippt. Nochmal. Ich hab dem Namen jetzt richtig ausgesprochen, ne? Oder? Ja, wenn nicht, dann ist das nicht schlimm. Ja, weil ich mich in Deckung begeben will. Meine Figur dreht sich an der Wand, wo gar keine Deckung ist. Hallo. Am besten gehen die Männer wieder vor. Wir halten uns hin an den Männern, Tsunami. Ja, solange da, wenn ich dauernd vor die Füße läuft. Ja, das musst du ihnen erklären. Ja, ich kann ja wohl, ich achte ja wohl schlecht drauf, wo du dann lang bist. Ja, Schatz, aber als ich gerade geschossen habe, bist du mir dauernd vor die Füße gelaufen. So konnte ich nicht. So, Ziel. Gut, dann machen wir es jetzt so. Beiden Männer nach vorne. You speak... Was? Russi, ja, ne. Oh. No speak Rosier. Das ist German, Schatz. So, lass erstmal die beiden vorlaufen. Wir laufen hinterher. In halben Zünderangrund. Wer wird jetzt hier stehen? Ah, du bist auch scheitere Warnung. Entschuldigung zu machen, ich wollte ja nicht mehr vorlaufen. Wollt ihr nicht mehr vorlaufen? Ja, alles gut, Schütti. Ja, alles gut, Schütti. Wollt ihr muss sich gleich konzentrieren, ne? Schatzi. Okay. Okay. Ich glaub hinter den Dingern sind noch welche, glaub ich, hier. Also dieses... Jetzt vor... Oh. Die Waffen eigentlich ganz gut, die ihr da habt, so. Ja. 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 Ja, alles gut. Ah, Schatzi. Mann, Schwiedeli, ey. Was ist denn? Das hat mich gekratzt. Ich war erschrocken. Oh. Ich war erschrocken. Schatzi mensch. Ja, das tut weh, mein Schatz. Willst du auch welche haben? Holst du dir so? So war auch Schatz, oder was? Nee. Achso. Ja, ich kann mir nur für die andere Sache holen. Oh, langsam vor allem. So, jetzt vorsichtig. Ich hab ihn nicht gesehen, wie er das ist. Er ist nicht so. 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 Kann man rüber laufen? Ok, da wird's noch rüber. Oh, warum stellen sie nicht die Vogel da ist? Oh, die hier rein. Die hier rein nicht. Ok, ihr nehmt die erste Doppeltür, ok? Können wir jetzt rein zu nehmen oder nicht lieber? Die erste Doppeltür? Welche? Diese hier? Oh, sterb doch mal, Junge. Oh, hier ist das hier echt. Der kann ja Kuchen erbnen. Ach, die? Wir haben hier jetzt? War ich die erste Doppeltür? Ja, können wir müssen. Ja, hier. Zeig mir doch hier an. Warte, müssen wir hier runter. Ja, aber wie? Weiß ich nicht. Hier. Warte, wohin? Ach, da runter? Ja. Ok. Ok. Ok, ich bleib hier. Warte, 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 warte. Ich bleib hier in der Ecke. Ja klar. Ja klar. Holt euch auch mal Snacks oder was? Oh. Achtung, dann komm mal bitte hier. Warte erstmal, ey. Ich will die alles in Ordnung, Schatz. Boah. Boah, wir stehen da genau in der Ecke. Nochmal. Ja, deswegen mein ich erwarte. Boah. 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 Ach man, ja auch! Was ist das hier? Scheiße, ich hab's zu. Na hallo, stell doch nie mal in verkehrten Ecke. Da riechern. Was ist das? Hä? Ich hab keine Ahnung, da stand ja keiner mehr. Aber irgendjemand hat geklopft. Gestirbt. Nochmal. So, können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Oh Mann. Dass man auch nicht von beiden Seiten laufen kann, ne? Von links und von rechts war. Die Wege. Aber wie eben war gut, dass ihr beide da nicht an der Ecke standet und dann die beide geschossen und dann Stück für Stück weiter vorne gelaufen. Ja, aber das Problem ist... Ja, aber das Problem ist, wenn ich schieße, läuft mir immer einer vor die Füße. Das war ja Vera. Halt dich erstmal zurück. Wollen wir nicht rein? Ne, wir wollen nicht rein. Der ist nur hinter dir. Mach jetzt grad nix. Immer das gleiche mit Duke. Immer vor die Füße laufen. Ja, ich stehe hier doch nur an der Ecke. Ich liest nicht hierher, wo ich bin. Ach so, dass das Rollenbücher vorne hoch ist. Ja, da waren wir nicht rein. Guck mal, ich hab auch noch mehr. Guck mal, ich hab auch noch von wild. Ja, ich hab auch noch vielleicht mal eine Dichtung. Achtung, los. Oh ne, die schon wieder. Hä? Irgendjemand schießt verständlich. Ja, aber ich weiß ja... Die stehen da hinter dem Dosen. Kommt gut nach. Ja, hinter... Oh ne, ich geh jetzt hier hin. Da schießt mal keiner hin. Schatz, ich mach das die ganze Zeit dahin schießen. Mehr als das kann ich nicht. Alles ok, Bianca. Oh, hier drunter dann ist. Oh, ich find's nicht. Oh, vorrecken war. Ok, ich glaub, Achtung, vorne. Ok. 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 Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Ja. Oh, ha. Oh, 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 oh. Was ist jetzt? Oh, oh. Ok. Ok. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen aber... Ok, habt ihr euch jetzt schon gleich abgesprochen wegen unten jetzt, wie ihr es machen wollt? Warte, 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 ich muss erst mal kurz nichts lassen. Ja. Wenn es unten grün oder blau leuchtet, ist es noch ein guter Bereich, oder was? Mhm. Ok. Kann ich vorne laufen, oder ist da noch was? Boah. Hä? Glaubst du? Gesterbt. Nochmal, wirst du es haben. So, wir schaffen das. Muss ich Handy erstmal eben abklemmen. Die andere Mission haben wir auch geschafft. Ja. Meine Mama. Was hat sie gesagt? Meine Mama hat sie gesagt. Schütti. Schütti. Oh, die Schatzchen. Oh, ok. Alle Pardinchen. Aber sie kann gerade nicht schützen. Ja. Wie hier? Ja. Was hat sie? Ist alles in Ordnung. Brauch ich ihn gerade nicht. Muss ich konzentrieren. Ne? Zuerst noch aufs Kunde. Schütti. Warum muss ich jetzt den Kabellage anschließen oder jetzt? Schütti. 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 Ja. Die Leute stehen aber auch immer wieder auf, ne? Ja. Ja. Ja, doch. Schütti. Ich bin doch hier nicht so lang. Ja, sonst stehe ich auch immer wieder auf. Ja, war auch nicht so ganz einfach in die Mission, ne? So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich mein Ding zu meinem Strobel gemacht. Na, wie falsch ist gestorben? Ja, da ist drinne gefallen. Paulinchen. Okay. Auch die Ribauke, ne? Die Ribauke hier. Ja. Oh, oh. Das war immer ein bisschen, ne? Bis wir hier lang gehen können. Ja. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin jetzt hier unten weil die Sachen komplett in der anderenPH Cloud. Oh, klatsch. Ich bin hier unten in der Walle heiß oder? Ja, Pony, ich fang grad nicht, mein Schatz. Schnuffi, schnuffi, schnuffi. Achso, ich kann nur leicht wieder hochlaufen. Na, können wir jetzt überlaufen oder nicht? Ich warte lieber noch. Nein, mach die kalt. Stirb doch mal, du Vogel, da ist... Ja, ich bin schon... Ja, wo hast du mal die jetzt abzupacken? Oh, Klopp. Entschuldigung. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. So. Was? Pass auf, links, ne? Klops. Gut. Ja, ich bin einfach gerade aus und fliegen jetzt nicht. Was haben wir? Ich geh jetzt hier in die Ecke rein. Oh, das ist wieder aufstehen, ne? Ich stehe auch nicht mehr. Oh, ne, ich glaube hier oben erstmal. Oh. So, die beiden haben wir. Ich weiß jetzt nur nicht, wieviel da haben wir jetzt noch kommen, dann geht das nicht. Doch, die kommen so langsam, musst du die aufpassen, Achtung. Ne. Ja. Nochmal. Ich muss einfach stehen bleiben am besten, Klops. Ich muss am besten stehen bleiben und warten bis die kommen. Die kommen ja gar nicht von selber, da muss ich auch schon hinlaufen. Und es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und wir machen das zum dritten, vierten Mal. Ach klar, das schaffen wir. Guck mal, die ganze Mission, genau, wir haben die ganze Mission auch schon geschafft, ne? Die spielen ja auch alle. Ja. Ich glaube, wenn sie sich dauernd aufregt, wird's auch nicht besser. Meinig ja, ist ja auch so. Wir schaffen das schon. Auch wenn's vielleicht drei, viermal dauert oder fünfmal dauert. Und dann das erst klappt. Wollte ich aufregen, kommt man auch nicht voran. Wenn sie keinen Super-Talenten irgendwie so, die beim ersten Mal das nicht schaffen. Ich finde keine talentierte Schüße auch. Und dann würde ich ja nicht realistisch machen. Aber wir sehen uns auch wieder auf die Schüße und die Schüße auch nicht einfach. Hat uns. Ach, wo die? Oh, ich hab dich nicht am Schluss. Poli-chan! Komm mal was, wer ist? Ich weiß nicht, aus Zement oder sowas. Ja, Poli-chan! Was ist denn los? Ich mach doch Scheiße, wenn ich mich drehe, dann mach die Kamera nach oben hin. Was ist denn, Poli-chan? Weißt du Hunger? Mach! Mach, 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 mach! Ist echt was, mein Schatz, ne? Brauchst du so ein bisschen was drin, ne? Ich muss wieder Fuß hoch, ne, Poli-chan? Mach doch nicht mal so einen riesen Bogen, wenn du dich drehen tust, die blöde Kuh. Die blöde Kuh will bestimmt sich gerne mal drehen, sie mag das so gerne. Aber immer so eine riesen Kurve. Ich weiß nicht warum, ich muss doch eine Figur fragen. So, Konzentration? Ja, mach ich. Ich bin hinten. Ich warte erstmal. Komm mal, sterb doch mal, Alives. Verdammt, und schüren ich hier nochmal. Oha, klopf wieder. Mit so einem Riesend. Wir müssen auch noch abschießen, glaub ich, ne? War das nicht so? Der Rote? Achso, der Rote ist schon, okay. Gut, jetzt längs bleiben, hast du ja gesagt, ne? Ich muss jetzt erstmal Snacks aufbauen, lass mich mal ein bisschen. Okay, so dann, okay. Ich bleib hier hinten jetzt. Okay. Gut, also absprechen jetzt. Wir müssen uns dann ganz aufteilen. Gut, also ich will jetzt hier oben in der Ecke bleiben, wenn's okay ist. Hier. Hör aus, wo wir zustehen. Wir müssen uns aufteilen. Ich stehe jetzt hier oben. Ich stehe jetzt hier oben. Ich guck mir ja nichts holen. Machen wir gleich. Ich geh nochmal zurück. Ja, ich geh noch mal zurück. Guck mir ja nichts holen. Machen wir gleich. So, warte. So, können wir jetzt auch schon rauslaufen, hier? Warte, da haben wir so, Mann. Ich würde dann auch schon kümmern. Noch ein, noch ein, noch ein haben wir. Noch ein. Okay, jetzt. Äh, Zalegui. Oh, ich kann das gar nicht. German Chat. Wir bekommen einen Livestream. Aber P-Shots aufzuschauen. Oh, nee. Kann ich leider nicht, sorry. Hallo, ich Zalegui. Ja. Hallo. Aber German Chat. Ich kann leider die Sprache nicht. Wie geht das dir? Ja, ja, mir geht's. Achso, nein. Warte. Oh. Oh, fahr ich. Ich geh sehr viel los. Vor allem wie eine Deckung, ey. Hier Zuschauer bekommen. Noch um diese Uhrzeit. I'm from Spanien. Ja. No speak Spaniel. Wie sagt man das German, ne? Sagt man das nur, oder wie sagt man das? Euch. Ich kann da auch nirgendwo in Deckung gehen. Alles ist belemmer. Nochmal. Ja. Oh Mann. Ja. Klops und Dings gestorben. Klops, ich muss gucken, dass du und Bianca euch aufteilt. Ich stand grad zusammen. Machen wir ja. Ja, du schaust grad mit Bianca zusammen. Hab ich grad gesehen. Ja, ja, Klopsi. Ja, Neustart. Auch ein neues. Ja. Klopsi. Bianca startet grad rechts. Und dann standst du auch da. Und dann ging's bumm und dann ging's nochmal bumm. Ja. Äh, Slim Cream. Hey. Moin, guck mal. Livetream. Musst du dir doch dann zuschauen. Wie geht's dir? Slim Cream. Aber wir sind nicht mehr zum Anfang da. Nein, Gott sei Dank doch. Oh je, mit Dika ist heut nix anzufangen. Doch. Doch, Bianca. Du musst noch seine Dürer wieder anpacken. So, ich komm echt hier zum Schluss gleich hin. So, ob man den ganzen Müll von vorne hier wieder kriegt, ja. Ja, schön mal. Ich stell mich jetzt hier in Bianca, ne? Dann hast du Platz. Auf deiner Seite. Entschuldigung, Bianca. Jetzt kannst du. Jetzt hast du die rechte Seite von mir frei, wenn ich da hinstellen willst, ne? Verstehst du? So macht man das. So, jetzt warte ich wieder, bis da was frei ist. Einer noch, oder wie? Da rein, er hinter der Mauer wahrscheinlich... Okay, Achtung Dika! Oh jetzt. Wir müssen... Hier drauf zur Einsatzzentrale. Ich mach doch nicht immer so'n riesig Bogen, du blöde Kuhl! Also alle hoch, Leute. Du hast neun Follower, ok? Ja? Alle hoch? Ja? Manchmal würde ich meine Figur, ne, links und rechts quer durch den Raum steuern, damit es erstmal begreiften, ständig diese blöden Bombs machen. Oh, da? Sag ich aber. Da. Was? Setze eine Waffenkamera, wie soll ich das? Hä? Ja, müssen alle machen. Alle? Ich auch. Ich auch. Wie mache ich das denn jetzt? Warum sie? So, ich kreuz und dann auf X und dann geht los hier. Alle abschießen. Was schießt ihr denn ab hier? Alle, ich weiß. Ja, ich kann mal raus. Das ist ein Söldner hier. Der weiß nicht, aber ich meine, wie wir sich abschießen. R2. X zurück oben vorm Computer. Okay. Dann kommt die S2 durch. Jetzt hab ich, ja. Ach. Ach. Hier so was los. Sony, ja? Schalte die... Was? Bedrohungsanlage. Schalte die fliegenden Gegner aus. Was jetzt? Du bist dran, ne? Oh, ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ja, bist dran. Oh, wir haben mal Zeit. Mann, 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 Mann. Schatz! Ich hab wieder gute Laune, sonst dreh ich dir den Hype auf. Genau, gute Laune, Mann, glaubst. Glaubst du, trinken wir mal einen Schluck Kaffee? Ja, Mann, ja. Ein Schluck Kaffee. Was ist die komische Tante? Aber das wird so viel Versuche brauchen. Ja, aber bis wieder. Am Ende haben wir das so geschafft. Nanani, ja? Wieso sitze ich als einziges auf den Tisch? Oh. Weiß ich nicht. Weil du wieder eine Extra-Nahrung aufst. Ja, sag das nicht mir, sag das mal ne blöde Kuh von Figur. Die ist ja so hütendähnlich. Aber die Panzerung, ich muss mir gleich erstmal wieder zum Einkaufsladen Panzer und Waffenladen holen. Die sind immer wieder in die Frischmühle einsetzen. Ja. Ja. Dann machen wir gleich die fertig sind. Holt Klopft sich, äh, Waffen. Bianca hat mir jetzt schon mal zu meiner Barsis. Dann holt sie da ein paar Snacks. Und wenn Klopft soweit ist, dann machen wir noch ein bisschen, oder? Die Snacks kam hier auch einfach Einkaufsladen drauf. Kann mal mitmachen. Oh. Weil ich hier erstmal ein Waffenladen und mach jetzt... Äh, Slim, wir sind schon vorher wie gesagt, aber danke trotzdem. Vielleicht beim nächsten Mal sonst. Ja, zu lange machen wir den auch nicht mehr. Ja, wir machen ein halbes Jahr durch. Boah, ja. Dann haben wir aber auch so eine Kohle. Dann können wir uns alles leicht, aus Woksa. Dann werden wir die Voraus Oh, schicke Laute. Oh, du Arsch. Ich dachte uns das wird. So müssen wir sie trocken. Sind wir die Verhalten. Wir sind hier in der Suche. Ah, du Arsch. Du Arsch. Ich hab ja auch gedacht, aber nein. Wir starten. Erste Attacke, die Daten... ...Trophorie hab ich... ...Trophorie hab ich allen, okay? Bonus erhalten. Erstes Mal, okay. ...Gesamtverdienst, Geld, okay. Oha. Ich brauch Panzerung, Snacks... ...und das war's. Ja. Dass man eben wieder sein Inventar komplett wieder voll hat. Wenn wir solche Missionen machen, dann müssen wir mal gucken, dass wir immer gut Panzerungen haben. Dass wir jemanden abschüllen kann. Ich glaub, du hast schon dein Lagerhaus gekauft, ja, ne? Was denn? Dein Lagerhaus, hast du das? Ne, hab ich noch gar nicht. Hast du noch nicht gekauft? Ja. 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 Ja, Puppe! Auszeichnung 800 MP... 800... ja, RP hab ich bekommen. Hm. Hm. Jetzt hat sie doch... ...hab ich nur gedreht. ...und... ...und... ...1.023.000. Schön für dich! Und du, wie viel hast du jetzt? 169 Tonnen. Die ist auch gleich im Waffenladen. Hier vorne. Ach, hier... Hier geradeaus, ja? Ja. Dann müssen wir hier einfach einmal rein, dass wir eben... ...Kanzerungen das haben, dann muss ich das Sex brauchen. ...kitzenderung! Das ist das auch Netze noch nicht im Kanzer herum. Wollen! н Boss Sie Da kannst du dich auflösen und dann kann Klopp sich anmelden. Ja. Oh, die Mini haben keinen Aufweichschlag. Wollen wir die Mission nicht mehr machen, die andere Mission nicht mehr anders? Wir haben doch jetzt die Endmission gemacht. Achso. Die erste Stufe von der ganzen Mission. Okay. Wo kann ich hier bitte Snacks kaufen, hä? Das kann sie hier gar nicht. Nee. Ich hab doch gesagt, ich muss dir mal Panzer umkaufen. So, man muss auch gleich auflösen. Sie tut Panzer umkaufen, ich geh zum Einfaufslag. Warte, wir... Sorry. Komm, wir fahren zusammen. Ich bin ja auch schon fertig, wollte ich mal den Panzer umfangen. Ich bin das nicht, das weißt du, Tsunami, ne? So, Tsunami. So, Tsunami. So, Tsunami. So, Tsunami. Ich will einfach eine Aufeinde entkommen. Was ist denn das hier für komische Typen, meinst? Ne, lass, 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 keine Bomben mehr. Macht doch gar nichts. Naja, bei dir war es noch nie die. Ja, bei dir war es dann auch nie. Ja, das war ja Tsunami, nicht ich. Ja, warum? Hat sie einen abgeschossen, frag mich nicht. Frag Tsunami. Ich brauch das Geld. Tsunami hat den einen abgeschossen da. Hat sie abgemeldet, oder? Ich hab mich abgemeldet, ja. Ich glaub, das kann sie anmelden. Schon lange. Oh ja, ich kann ja hinschauen, ich will was kriegen. Das war Tsunami. Ich glaub, du musst das mal jetzt hier... Und? Ja, ich muss aber erstmal zu meinen Linken. Aber das H4 Lagerhaus kannst du wieder nicht machen, wenn da so viele Online-Spieler drin sind. Das kannst du mal machen, wenn du ne Sitzung komplett alleine hast. Weil die jagen dir immer deine Ware dann hoch, oder? Ja, wir sind doch nur 17... Insgesamt sind wir ja nur 17 Leute hier drin. Ich muss auch über meine Knie auf mich. Ich will die Schwerterdühe und die Schwerterdühe. Aber das war ich nicht alleine auf mich laufen möchte. Oh, okay. Ich will die Sim весeln. Ich will die Sitzung der Bedeutung messen. Und ich werde mich nicht unter uns nehmen. ja du musst du die heißen die katten für die ich habe geld gebraucht also so die habe ich keine millionen also brauche ich jeden kröte die ich kriegen kann der eine hat das hier verlassen und ich will auch verlassen manchmal gucken wir noch bevor wir beenden gegen den tölsch und so ich habe jetzt schon das geld habt denn wenn ich auch den dings verkauf mein corona ja ich geld aussprechen können wir gut ich finde das 87.000 13 83 sein soll jetzt mein corona noch dazu verkaufe und gleich bei dir noch ein bisschen mission mache muss ich es bestimmt hinkriegen 400 aufbaut sagtest du jetzt steht hier auf jeden fall als geld ja ich denke mal 87.000 auf dem steht hier 8 7 13 83 jetzt hier wenn ich die 40 darauf packe die ich nachher habe zu beweisen und wenn auch bei dir mission mache bisher mein corona verkaufe müsste ich noch nicht kriegen sie ich möchte ich mal testen also jetzt gerade 171 glaube man 70.000 383 oder so jetzt musst du klopfen fragen der wollte nicht ich klopfen wo wir werden sondern büro dauert ja den links kann ich mir eh noch nicht reisen lagerhaus hat bei klage haus noch nicht wie viel teuer ist das denn der kostet glaube ich knapp an zwei mille der große große aber so ein kleiner reihtoch oder such dir doch den günstigsten lagerhaus aus denn es geht schatz ja und dann weitest du stück für stück auf ja dann muss ich ja eh dann bisschen erstmal zum bürogebäude aus kann ich das gar nicht gucken ja ich würde ja den billigsten nehmen ja habe ich auch gemacht nur mein ganzen ich habe auch wenn ich dieses wo ich dies koch und ich graf alles gut habe wirklich bianke habe ich mir das günstige mehr rausgesucht erst mal ja weil ich muss euch ja den fahrzeug lagerhaus haben um den autohandel zu machen zu können darum suche ich euch ja den günstigsten rauf ja klar das war so ein zeichen oder ja ja das war ja auch das schaffen wir trotzdem auch kann autohandel war ja auch wenn wenn so gut wie fast keiner da ist weil dann lohnt sich das mehr habe ich so ich bin jetzt die mitarbeiterin klops 122 so wie ich auch nah wie ist 63 das ist schon mal gut und torti ist von 21 jaja hallo alles hat erarbeitet wie hat klopfen also dazu enthalte ich mich dazu enthalte ich mich ohne mein anwalt sage ich nichts und und weil mein anwalt genau der ist der dich gerade beleidigt hat sage ich erst recht nichts muss aber so klingeln bei ihnen nein ich kann alle mit einnahmen ja hat ein saufen bianke ja toll das habe ich vorhin gemacht und gemacht bei ihm was kam raus ein glas und dann da hat er mich wieder raus geschmissen auch hier noch so war dann ein büro ok anna linu stehen auch nicht gepackt warum ich besaufen habe ich habe das radium geld auf dem tür stehen hallo benutzen so dann schauen wir mal fahrzeug Was macht die denn da? Der kostet schon mal 2 Mille. Der kostet auch 2 Mille. Der kostet auch 2 Mille. Der auch. 1 zu 9. Was ist das denn hier? Was? Gehirnkammer? Hier trägt man schon da gerade drauf. Ja stimmt. Ich weiß nicht ob du es schon weiß, ne? Aber ich bin blau. Ach so. Ach, ein Gin ist das hier. Man kann hier einen Gin trinken. Wie sieht ein Klopps Schreibtisch aus? Das kann ich auch nicht angehen Klopps. Brauchst du nicht auf oder wie? Hallo, das ganze Geld kann er mir geben. Kann ich auch mal wechseln und du kriegst mal den Gin und nicht trinken wir das? Ne. Kann auch keins kaufen. Das günstigste Lagerhaus ist 1.635. Wie schaust du? Äh, ich hab jetzt... 1.223 Mille. Na ja, reicht. 1.232 Mille. Ach, Bianca trinkt trotzdem noch weiter. Kann trotzdem noch mal ein Konzept was gucken. Was hab ich denn noch? Also... Vielleicht alles zum kranken muss, Bianca. Äh... Warum? Wenn du Fahrzeug Lagerhaus hast, dann ist... Ich kann auch noch mal gehen, das geht gar nicht. Ihr Schatz, wie viel hattest du auch noch für das Fahrzeug Lagerhaus und mal gekriegt für die Luxusautos? Äh... Also für die Oberklassen je 100.000, wenn nichts dazwischen kommt. Ja, und die Mittelklassen? So, glaube ich, 63.000 war das. Und das ist ja gutes Geld. Ja. Du, halt, dein Lagerhaus ist so. Also, Opa, du tun nicht so doof, mach doch mal, ich schmeiß doch noch mal den Computer. Wenn das so gerade Ding ist. Puppi! Was ist denn hier? Spezialfrag, was hast du denn? Schau, wir können doch hier rangehen, denn das Radio, ne? Kannst du Radio Musik aussuchen. Da vorne. Hier. Da vorne, kannst du auch so machen. Um dich hinzusetzen. Setz dich, Madame. Aufstehen. Oh. Oder hinsetzen. Jetzt sitzen wir erstmal alle hier ne Runde? Okay. Wo bist du denn, mein Schatz? Ich bin hier unten. Ja, die sitzen jetzt alle hier. Hallo? Nein, die braucht doch Klops. Vorstellungsgespräch bei Klops, oder was? Ich hab keine Ahnung. Engel. Glocken. Ah, nein. Ja, ich hab mir mal vor, was wir machen können, dass du auch ein bisschen Geld kriegst. Da kannst du nicht ihn machen. Nach Club irgendwas. Ich bin hier draußen. Hey, Tsunami! Die Sitzung ist unbeendet. Und für seine Schöne bekommen, oder Pauline? Hey, frag mal Klopzi. Hä, was? Wir saßen doch alle oben auf der Couch. Und deswegen sagte gerade Thorsten, wegen Festeinstellung, sag ich, fragt er gerade, ob wir alles haben. So, VIT-Aufträge, was hab ich hier denn noch? Tsunami! Komm doch zu uns! Spedition? Hast du das schon mal gemacht? Spedition Thorsten? Nee. Nee, ich auch noch nicht. Das sind die CIO Aufträge. Hier gibt's verschiedene Sachen. Erdhunter, Spedition... Spedition... Ich glaube, machen wir Spedition, wir können das auch machen. Ja. Oh, also Wegemarkierung haben wir schon mal. Gut. Spedition muss, glaube ich, mit LKW fahren. Ich weiß es. Ja, ist doch was cool ist. Spedition, ich hab die von HANA-P-Win. Das ist gut. Guck mal, was wir jetzt kriegen, ne? Und Heardhunter, das ist auch mal gut. Da musst du mit den... mit den Heli... mit den Bazzard-Camp-Heli. Oh, nee, damit komme ich gar nicht klar, glaube ich. Nee. Das war doch dieses Ding, wo die... wo die... Motoren sich doch bewegen, ne? War das nicht so? Nee, das... Oder was hast du da? Oder was hast du da? Oder was hast du da? Ach so, die? Ach stimmt, Heardhunter. Heardhunter, ja. Heardhunter, ja. Und damit kannst du dann auch Missionen machen. Und jetzt ist auch immer 23,000, 30,000. Aber ich tue doch, wenn man mit den Dings macht, war mit den... hier in... Mk2. Bei der Ständiger. Geht nicht so. Was steht denn da? Geht nicht so. Geht nicht so. Ach, hier ist das wahrscheinlich... Boah. Und dann? Müssen wir jetzt erstmal... erstmal einen LKW finden, oder wie, oder was? Probeln dann den Anhänger an. Ach, der LKW steht da ja, auf der Ecke. Nein. Ach, sehr cool. Mit... Dingsfahren. Hier steht der LKW... Hier steht der LKW. Hier steht der LKW. Hier steht der LKW den ganzer in der Ballerei gehen. Ääh, du musst oben hin steigen. Ach so, mit schießen. Kannst du mal an das anders machen lieber, mit schießen? Dann las doch Ding schießen. Wir stellen uns ja alle hier vor. Wir stellen mal kurz ein paar. Ja. Warte, warte, warte. Ah, klopft ja den LKW, den find ich cool. Oh, lass mal da hin. Ich bin hier ein bisschen mit dir ist, oder was? Ja, das find ich cool. Ey, geil, fahr! Ja, ja. Oha. So. Frau Hansen. Ja. Hallo, komm. Was mit Bianca? Ja. Willst du mit uns jetzt, oder was willst du? Nein. Ich wollte ja bei dir einsteigen, aber du bist weggefahren. Ich bin weggefahren, ich muss vom Hänger ankoppeln. Ja, aber ne, wir wollen bei dir einsteigen. So. So, Kohle. Ich bin weggefahren. Ich bin weggefahren. Ich bin weggefahren. Ich bin weggefahren, oder? Ja, jetzt bin ich am Knallen. Ja, wieder am Knallen. Ich bin hier am Rumballern. Ich glaube, hinter uns werden wieder welche hergezogen. Ne, mach mal ich. Das klappt nicht. Oh. Oh. Ich guck auf der Straße rum, ne? Ich guck nicht auf der Straße. Ich guck auf der Straße. Du kannst... Du kannst sie nicht halten. So, warum willst du nämlich ansteigen? Also, die wirst du dann auch mal drauf. Ein Fl army, oder ein Fl They're not. Das kennst du gar nicht, die Aufregel? Ja, ich habe auch nicht. Warum ist dann so? Achso, noch nie. Ist das noch ein LKW? Ja. Hä, warum das dann? Boah. Ja, das will ich doch, meine blöde Figur will es doch nicht. Ich glaube, dass das gut geht. Du kannst sie auch als CIO sehen, aber nicht raus. Doch. Boah, ich war erschrocken, ey. Du kannst sie auf dem Touchpad und dann kannst du ja VIP aufregeln. Ja. Und da ist es dabei. Hairpunter, dies hier. Okay. Da fährst du immer etwas Neues, mein Schatz? Ja, ich beschaffte mich nicht. Hilf, Bubsi Klops, den Anhänger zum Übergang vorzubringen. Ja. Hilf, Bubsi Klops, Bubsi Bubsi. Bubsi Bubsi. Bubsi, Bubsi. Bubsi, aha. Ach, mein Mimmi. Oh, 3,390,290 Kilometer. 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 Ja, jetzt kommt mit Angel Hesse drauf hier. Ja. Aber ich lieber hinter Klops fahren. Ja, das ist alles was. Das ist die Mission, wenn es die Mission war ohne, ohne muss, dann war cool. Ja, ja. Aber irgendwas kommt bestimmt gleich. Ja, guck mal, die anderen da. Diese, ähm, LKWs da vorne, was das so ist. Aber du hast da nicht eigentlich umsonst so ein Beschützerfahrzeug dabei, ne? Ja, ist so ruhig, das ist so mehrfällig hier. Hm. Oh, aus irgendeinem Gebüsch kommen gleich raus. Da kommen die Atten raus. Wer weiß. Aus versteckten Ecken kommen sie gleich alle raus. Was ist denn müde da? Ja. Aber ich glaube, wir machen vielleicht mal ne Latte. Ja. Mach dir mal ne Latte. Es gibt zwei Lattenarten, die man machen kann. Schon lange. Das geht schon wieder los. Hey. Klopsi. Ja. Trinkt auch gerne ne Latte, ne? Hab ich gehört. Die haben wir sowieso. Hm. Tsunami. Ausgemachte Sahne. Hm. Hm. Bist du noch anwesend, Tsunami? Hm. Oder bist du... Schatz, war vernünftig. Oh oh. Oder bist du halb am schlafen? Hm. Nö. Ach ja. Oh, hier ist noch ein Anhänger. Also weit haben ist nicht mehr. Anschein kommt wohl nicht mehr. Ich glaube, wie du... Ernsthaft? Da muss man wohl. Wir sind schon leider da. Rotes Gummiboot. 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 Das kann ich momentan gar nicht aktivieren, wo es vielen oben lag. Das ist doch nicht schlimm. Jetzt hat du nicht kurz ein Auto. Kein Kuruma, hier oder was? Ansonsten muss Natalie mal gucken, wenn du in der nächsten Bestandseherst, wie viel dein Auto wert ist. Stimmt, aber ich will ja mein Auto rufen, aber mein Auto ist ja nicht mehr hier drauf. Wo ist das hier? Aber schon mal in der Basis noch, ne? Das kann sein, dann muss ich da sein. Musst du da in der Basis anklicken. Basis, warte, ja... Kuruma. Kuruma. Was gibt's denn hier? Ach so. Was gibt's denn hier dann so? Ach, ich habe mal was zu stehen. Oh. Wer will ich haben? Oh, nochmal. Wubi! Warte. Ich bin so schnell möglich. 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 Nur fahr doch bitte, Schatz, und hol ich mein Auto. Fahr selber! Ne, ich muss ja warten, weil ich ja so ein Auto hatte. Ja, habe ich. Bist doch jetzt irgendwo drinnen, oder? Ja, in meine Search. Ey, du Penner, ey. Jetzt kommst du mal ein Auto. Das war cool. Doch, muss ich sagen. Nein, muss ich sagen. So, wo ist denn hier so eine Werkstatt? Du, 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 du. Du, 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 du. Soll ich komm mal kurz mit zu euch, glaub's? Ich fällde schon nach vorne. Wehe, du Penner. Klaus mir das weg. Mit so'n Haaren, Bianca. Da ist ein Attenkoffer, der bringt... Solche Attenkoffer bringen auch Geld. Ja. Ja. Und ich muss das Ding unbedingt haben, bevor ich mir ein anderer wegkomme. Ah, einen anderen Spieler nähert sich da dran. Nein, nein. Ja. Da ist der Stan Bain, ist das der... Ne, er fährt weiter. Ne, er dreht, er dreht. Nein. Verpiss dich da. Ja, wenn wir das Erdegerüst hättet, dann hättest du mal ein LK2. Ja, Schatz, aber das Ding kam ja jetzt erst vor scheint. Ach so, äh, heiße Ware. Ja, das will ich haben. Ja. 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 Ja, okay, auf der Karte, wo du bist. Ja, rechts ja. Na besser links? Also da haben wir die Hauptstraße links. Und dann links auf der linken Seite ist dann die Spritdose da, wie ich dachte. Okay. Ach, die Spritdose, ja, sehe ich jetzt vorne. Kann sein, dass du den Wagen vorher noch mal heil machen musst und dann kurz zu gucken, wie viel wird das ist. Ja. Habe ich. Suche ich mal verkaufen. So. Verkauf mal, steht hier 48.279 heiß, ich weiß es nicht. Warte mal. Oh, ich kann das nicht so gut mit den großen Summen leider. Da mein Schatz. Was ist das da jetzt? Ein Kusi. Ja. Hallo mein Schatz. Wie viel ist das jetzt? 482.000. Ist das gut, Klopp? Ja genau, 400. Ja. Ja, wie gesagt, ihr braucht mit 400.000. Oh, dann verkaufe ich jetzt. Ja. Auf Wiedersehen. Dann hast du ja genug Geld. Oh. Hast du gekauft? Ich glaub ja. Ich glaub ja. Ja, hab ich. Hast du nur noch eins, mein Schatz. Hm. Und dann möchte ich gerne den Pink haben, möchte ich auch gern diese Reifen haben, wenn das geht. ganz schön. Ich will noch hoffen, dass ich... Boah, dann hast du ja mit deinem Wille zusammen, was? Ja, aber ich hab kaum gut geschaffen mit der Hand, das muss man schon sagen, ey. Jetzt nur noch. Heite Ware. Hier ist das. Oh. Ja. Wenn ich, wenn ich... Wenn wir immer noch rumschieben, oha, 5, irgendwas schon wieder. 1,382, oha. Aber ich möchte... Warte, Schatz, wir noch was hier. Kannst auch mal weiterlaufen. Blöde Kuh. Ich möchte ihn gerne so haben. In Pink, oder? Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Wo ist der, wo ist der? Wo ist der, wo ist der? Oh, der ist schlecht. Ja, fahr irgende... Ja, fahr einfach durch die Gegend. Bis die 9 Minuten rum sind. Und dann, äh... Und dann, äh... Aber jetzt trotzdem noch. Was hab ich jetzt noch? Wann? Für 100 von nach 2000. Der ist nicht viel, ne? Geht? Ich hab jetzt gekauft, klopst. Ich baue ein Auto. Dann kann ich ihn abholen. Bin mir fertig machen. Oh ja, du brauchst ein Auto. Ja, ich brauch jemand, der mich kurz mal zu meinem, ähm... Nach Hause bringt, weil da hab ich grad den in Zwölzschner drinne. Und den brauch ich dann immer schnell schon umlackieren, alles, ne? Ja. Ja. Dann mach ich ja nichts. Wir müssen ja eh durch die Gegend fahren. Ach ja, stimmt ja. Hab ich das schon? Dann kriegst du von Pegasus eine Mitteilung, dass es da ist und kannst du noch zu dir rufen, dann hast du ein Auto. Ja. Ja, stimmt ja. Wir sind jetzt auch wieder auf dem Weg zu dir. Wir müssen ja eh nur einen, nur einen, nur einen, nur einen, nur einen, nur einen, einen. Wie sie bist du eigentlich gerade über den Zaun gekleckt hat, Schatz? Da war da so ein Lücke. Ich weiß. Komm ins Holz, du musst schon wieder geliefert werden. Jetzt hab ich aber nicht mehr ganz so viel Geld, ja? Jetzt hab ich... 468.000 bei euch. Aber ist zwar besser als nichts, oder? Eben hab ich noch 1, noch was gehabt, eben nicht. Durch mein Kro, mal nicht verkauft hab. Ja. So, dann krieg ich jetzt noch eine Nachrichtigung. Du kommst ja ein leichter anfahren, du. Oh, ich darf ja auch lange bei denen, ja. Hihihi. So. Oh, ja. Nicht so lange hier. Tiri, oh hast du noch Traumfahrt drin, ne? Hey. Tati ist da ja auch drin. Oh, ja. Da fährst du den ganzen Teil weg. Oh. Oh. Schön, dass du mich beachtest, das Tsunami. Ich möchte mich unter das Piste wie Samo ein. War ja auch schon da drinne, wo wir losgefahren sind? Ja. Ja. Oh. Ich dachte, wir hätten wir da nicht sein. Also, war das Tsunami. Das ist aber traurig. Ich dachte, er wäre übereinander hier geblieben. Oh. Ne. Ich hab gar nichts gemacht. Der von Penny Mann. Hallo, ich hab grad hier meinen Wagen gerufen, Mensch. also das wusste ich ja nicht. Karotten Gesichter du. Frau Holle, Frau Hollemann. Zieh dir gleich die Ohren lang. Wie lange haben wir noch welche Minuten? Ja. Können wir hier auch ruhig gehen damit oder müssen wir fahren? Na, kann doch stehen bleiben. Bleibt so lange wie möglich besitztes Attenkochers. Das heißt ja nicht, dass es hier bleiben muss. So, Tsunami? So, gleich fertig machen hier. Korti? Tsunami, möchtest du mit rein oder nicht? Wer ging jetzt um? Das hast du nicht auch getrunken oder noch nicht? Ne, will ich ja gerade. Aber willst du jetzt mit rein mit Tsunami oder willst du hier da bleiben? Komm, komm, komm. Fahren wir rein. Gott, dieses Fahrzeug nicht modifizieren, hä? Weil Bianca wahrscheinlich mit drin ist, geh mal raus. Weil du doch deinen Attenkoffer da hast. Echt? Geht das denn nicht oder was? Ja. Ah, jetzt, okay. Ja. Ja, lieber. Schade, ich dachte, das kann jetzt mit. Du kannst das nicht modifizieren, weil da heiße Ware drin ist. Ja. So, Lackierung. Gucken, wie ein bisschen Metallic da aussieht. Das ist ein bisschen teurer, ne? Aber da, in der Zeit über falle ich mal hier links noch mal. Ja, hier, heißes, heißes Pink. Gucken. Ah. Metallic, wie sie dann hier... Metallic ist immer am besten, ne? Als Farbe zu nehmen, was hast du genommen? Du glaubst, wie hast du es gemacht? Metallic oder... Okay. Oder klassisch? Ich hatte ja meine Crewfarbe genommen, ne? Von der Crew. Deswegen. Achso. Gucken wir mal, wie klassisch hier aussieht. Gucken wir jetzt mal hier. Hä? Wo bist du denn? Was? Ich bin doch hier drin, ne? Oder wie machst du jetzt? Ne, hier, den, 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 den Verkäufer hier. Ach, da ist er. Boah, das sieht auch irgendwie cool aus, ne? Tsunami? 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 Ich schick dir mal ganz kurz was per WhatsApp. Mal gucken. Und sag mal, was du so schöner findest. Du kannst, warte mal. Hm. Wer macht ja wieder Rondale? Ich nicht. Ich hab das Auto in den Tankstein reingefahren. Du hast es geschubst. Nee. Natürlich. So, Tsunami, guck mal, was du besser findest. Ah! Das hellere! Das zweite! Das zweite! Das zweite! Das zweite! Das zweite! Das zweite ist besser? Ja! Gut. Gut, lass ich das. So, hab ich das schon? Ui! Ach. Lackierung. Was kann man noch bei dir das machen hier? Guck mal, ob ich das so weiß machen kann. Oh, nee. Danke. Boah, mehr nicht. Ist doch... Scheiße. Oh, hier noch ein Bunker. Hm, hier Cremeweiß. Ach, nee. Das sieht gut aus, ja. So. Cremeweißer Thorsten schon weiß ich. Du glaubst doch. Du musst es nur bearbeiten. Ja. So, Lichter. Äh... Front und Heck. Hä, bei den Lichtern, ne? Hast du Front und Heck gemacht? Oder was hast du da gemacht, Klops? Bei den Neonlichtern? Ja. Ja. Neonanordnung. Achso, ich hab alles. Ganz unten hab ich genommen. Vorne, hin, 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 hin. Ja, ich hab's auch. Okay, die Farbe. Gut. Jetzt noch die Reifen auf jeden Fall. Hupe. Sehr rin, Hupe. Mh, hupe. Ja, hör auf, dafür die Kackschule zu schubsen. Mh, hupe. Mh, hupe. Mh, hupe. Mach ich doch gar nicht. Ist doch gar nichts. Hab's auch. Ne, weil du die auch hier... Ich hab's auch. Wenn du den anderen Auto in die Luft gesprengt hast. Was fährt da noch rein, Alter? Was gibt's da noch? Nur hast du ihn da reingeschubst! Neee. Denk an die Panzerung, ne? Die... Ja. Ja. Dass sie ausgebaut ist. Achso, das hält man gar nicht mehr so schön. Ich bin gespannt, wie viel ich damit kriege. Ja, mach ich super nochmal. Aber ich brauche... Bremsen... Hä? ooooop kuuuu. Man muß jetzt machen, besserer Motor auch, ne? Am besten auch. Panzerung ist richtig. Panzerung... Panzerung. Panzerung... Kann man nicht mehr weit ausbauen. Nee. O know Motor, denn. Ja, mache ich gleich. Erstmal Felden.... Klopfs, fahr mal in meine Richtung. O come. So. Tsunami. SONAMI! Mal gucken, die S-Dollar da. Wer schießt denn mich? Die da drinnen? Nein. Ich wollte mich auch beschießen. Dollar. Ja, und? 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 Ich muss umkehren. Muss ich noch umkehren. Wo kann ich jetzt hier mal diese Reifen da in Farbe machen? Ach, hier hat Felgenfarbe, ja. Muss ich mal gucken hier. Wow. Oh, einen Ackenkopf habe ich hier. Holen. So, und dann hast du gesagt, Motor hast du gesagt. 5000. Wow. So. Und das für neun Minuten. Oh, hä? Noch ein was, das man aufrüsten musste jetzt, oder nicht? Nee, 5000. Also so einen Scheiß mach ich nicht noch einmal. Jetzt kannst du gucken, Bianca. Ich bin nicht da. Aber wir brauchen noch eine andere Hupe, auf jeden Fall. Warte, was ist das? Nein, doch. Doch. Du hast das, du hast die Hupe doch da. Schatz, Schluss jetzt. Ich komm gleich mal rüber. Ich komm gleich bei dir mal rüber. Ich komm gleich bei dir mal rüber. Und siehst du alle Karotten lang. Oh, Augenkrebs. Was? Nein. Oh, so gemein ist auch ne echt. Torti, lass Nanan in Ruhe. Die hat ein geiles Auto. Oh, was war das nicht? Ich brauch ne Hupe. Ich brauch ne Hupe. Ich brauch ne Hupe. Oh, mein Mann. Das hab ich ja noch nie gehabt. So, was ne mich denn jetzt für ne Melodie? So. Wollen wir dann mal hier mal... Das stimmt da ja nicht. Oh ne, das würde ich schauen. Das ist... Das ist auch ne Wachanlage war das. Oder was war das? Ich weiß nicht, ich bin einfach nochmal hier reingefahren. Oh ne, kriegt man ja irgendwie... Schatz! Daniel? Ja? Ich weiß jetzt warum ich 5.000 nur gekriegt hab. Hä? Wegen dir! Wieso? Ich hab dich doch hin und her gefahren. Nein, der Umstand, du hast hier 100% des Geldes, von Event geht an die 10.000 Euro. Ich weiß nicht. Bei Hupe am besten. Ohhhh. Ich hab sowas ja nicht mitgemacht. Darum hab ich Geld drauf. Du hast... Du hast die über... Du hast die irgendwie rechtlichen 5.000 gekriegt. Oh. Normalerweise hätt ich 10.000 gehabt, aber du hast die ganz andere Hälfte der Code eingesackt. Fertig. Ja. Dafür machen wir erst noch ne Mission und dann hast du das Geld wieder raus. Oh ja. Frau Tsunami. Also... Also für dich arbeite ich nie wieder. Ja, das wusste ich ja auch nicht. Hell, dunkel, hell. Halt die Backen jetzt. Mach doch das mitternachtsblau. Mitternachtsblau. Heute Abend ne, wurde ich schon von 3 Leuten um mein Geld gebracht. Von Thorsten. Von Daniels. Von Nanani wurde ich um Essen gebracht. Ohhhh. Ich hätte auch mein Auto neu platzieren sollen. Ich weiß nicht. Von Abend bin ich echt ungebobbt. Ich platziere mein Auto aufm anderen. Warum? Ohhhh. Und wo alt. Nee. Merk ich mir. Ja. Gefällt dir das denn so Bianca? Ja? Oder machst du dir was hellere? Nein. Das kräftigere oder was? Ja. So. Herr kann mein Livestream jetzt schon mal beenden, oder? Ja. Ja. Lieber Thor. Ich sag mal das soll's von mir gewesen sein. Vielen Dank fürs einen zuschalten. Für die Abos und Likes. Bis dann. Auch an einem PT. Tschü tschü. Und nochmal Wiedersehen. Tschü tschü. Tschü tschü.